So, ladies and gentlemen, ich habe gesagt, um halb geht es los, war aber noch ein bisschen mehr zu klären und ein bisschen abgedriftet in den Trashtalk, passiert, hoffe, es geht euch gut soweit, ganz viel im Chat, vielen Dank, dass ihr gewartet habt, Dankeschön, ich hoffe, ihr seid ready, eine Stunde warte, Screen wollte ich jetzt nicht, aber hat sich jetzt so ergeben, man muss halt auch ein bisschen toren, das ist ja wichtig, genau, ich bin mit Sora jetzt in der Casting Lounge, er macht auch gerade die Anmod und ich habe jetzt das Turnier geschlossen, kann sich keiner mehr anmelden, wir sind zwölf Leute, habe sich heute noch zwei angemeldet, Ehre dafür, ein paar Minuten gibt es los, ich freue mich sehr drauf, wird sehr, sehr cool, ich werde gleich dann die Brackets auslosen, die werden ich nicht direkt zeigen, damit man damit ein bisschen ankündigen kann, wäre jetzt, damit man so ein bisschen das Auslosen hat, also wäre cool, nicht direkt drauf gucken, schön anhören, gegen wen muss ich jetzt, wer hat Pause in der 101 und so, wer ist der erste Kampf, ich hoffe, ich muss nicht anfangen, wäre ganz nice und, ne, soll das übliche, ich habe Bock, Naika Matri, hi, Sven, hi, Pal, hi, David, hi, Mirk hat ich vorhin noch gesehen, mitgesprochen, die sind auch schon im Warteraum, genau, also wir haben Wartezimmer im Discord, man kann halt miteinander toren, ist alles freiwillig, dass man miteinander toren kann im Wartezimmer und dass man im Kampf miteinander reden kann, muss man, ne, das ist nichts dazu, ist niemand gezwungen, genau, das haben wir eben einfach so mal als Option da gelassen, so, deutsch ist wieder da, ja, dann wird wieder, geht's los, ich finde es sehr, sehr cool, wie viele Teilnehmer wir schon haben, ähm, ich kann ja kurz mal umswitchen, mein, mein, äh, OBS-Passer-Titel ist heute natürlich wieder am rummotzen, ich kann gerade nichts verkleinern oder vergrößern, deswegen muss, dass hätte ich die Szene hier genommen und einfach dann noch dieses Bracket genommen, geht nicht, schade, aber, äh, ja, nützt nichts, aber, ich hoffe, ihr habt euch alle vorbereitet, ich hab gesehen, jeder ist irgendwie heute noch am Dalen gewesen, so, die am wenigsten gedalelt haben, haben, weil sie die Veranstalter, finde ich sehr cool, ne, passt, aber, ist okay, mir ist okay, hab ich eine Ausrede, genau, ähm, einmal zum zeigen, äh, genau, einmal für in vier, in fünf Minuten geht's los, das sind unsere Kandidaten, wir haben Sora, wir haben Wulfi, Balutex, Lukas, äh, Depal, K, aber kennst du mich doch, ja, lebende Legende, naja, Sveni wollte nicht, der hat gesagt, mit euch spiele ich nicht, naja, so ist er halt, Faldi, heil, ähm, ich bin dabei, äh, Nakamatri ist dabei, Faldi ist dabei, Mikro ist dabei, äh, Freaksal ist am Start und On By Blind ist am Start, also, volle Truppe, wir sind zwölf Leute, finde ich ganz cool, ich hab mit acht gerechnet, also, weil, sah das halt ein Jahr nach acht Leuten aus, wär auch cool gewesen, ähm, ist halt sehr, sehr nice, dass, äh, dass wir, äh, dass wir, äh, die Ministerschaft erreicht haben und dass wir sogar noch mehr geworden sind, ähm, ähm, genau, ich kann auch mal kurz schon mal ins Bracket gehen, weil ich das schon mal zeigen, ich hab's noch nicht gesehen, das heißt, die Plätze sind noch nicht da, also, werden, gegen wen muss es noch nicht am Start, ähm, äh, ist auf jeden Fall noch ein Planungsfeld, deswegen halte ich da warm, genau, das ist so, der Turnierplan, ich überblende, ist das perfekt, ähm, das, also, der ganze Turnierplan, hier sieht man Runde 1, nicht jeder wird den Runde 1 Anfang, wir haben ein paar Freilos, ähm, wenn er, äh, nachher in C5, äh, landet, also, Platz 2 ist, der hat's am besten, weil, egal, ob er, ähm, im Runde 1 muss er nicht kämpfen, dann, ob er, egal, ob er gewinnt oder verliert, er kommt dann, äh, äh, ach ne, während wir 12 sind, ach so, auch gut, gibt keinen unfair Vorteil, bei elf Leuten war's noch so, dass C2 so oder so in Runde 3 war, jetzt ist halt so, jeder, ähm, muss im Runde 2 spielen, so oder so, ein paar müssen halt in Runde 1 anfangen, aber, selbst wenn sie, ob sie in Runde 1 rausfliegen oder Runde 2 rausfliegen ist, macht hier keinen Unterschied beim Racket, also das, es macht halt nur einen Unterschied, wer in Runde 1 spielen muss und dann, äh, gewonnen hat und dann verliert, der muss halt im Match quasi extra machen, das ist der einzig große, gravierende Unterschied, genau, wir haben es nochmal, ähm, ein bisschen abgesprochen, ähm, es geht nun mal leider nicht anders, dass die Spieler gleich, äh, die, äh, Punkte machen müssen, also die, äh, die Lobbys machen müssen und die Einstellungen sind, äh, auf drei Punkte, also, man muss drei Chaos machen und man muss natürlich immer die, äh, Veranstalter einladen, also Sura mich, das ist ein bisschen, und natürlich sein Gegner, das ist ein bisschen problematisch, aber, ja, ich kann, ich kann so ein bisschen mit helfen und immer sagen, hier, den musst du jetzt einladen, den musst du jetzt noch in den Wald schicken und, ja, machst du nix, aber das bisschen Daumen teilen, das geht schon klar, ne, aber ich freue mich richtig drauf, das wird echt cool und, ähm, ja, ich hoffe, dass ihr Veranstalter beide im besten Fall über Runde 2 kommen, weil man kann erst in Runde 2 rausfliegen, von daher ist alles süßig, ähm, wenn ihr Fragen oder so noch habt, immer gerne in den Chat hauen, oder Anmerkungen oder sonstiges, ähm, genau, also, ähm, wenn ihr irgendwelche Infos haben wollt, oder so, die jetzt, die wir vielleicht nicht gut genug erklärt haben, im, auf der, auf unserer Seite, also über Ausrufezeichen im Turnier könnt ihr nochmal auf die Turnierseite kommen und euch die Regeln nochmal angucken oder auf den Turnierplan selber angucken, genau, und, äh, über Ausrufezeichen Multi könnt ihr euch beide Castingsichten anschauen, weil Sora muss ja auch mal spielen und ich muss auch mal spielen, das war ja übrigens, wir seht ja auch ein bisschen unterscheiden, wird auf jeden Fall ganz cool, ich freue mich auf jeden, der dabei ist, ist, äh, echt schön, dass ihr Bock hattet, äh, hauptsache die Letzte, ja, wäre auf jeden Fall cool, von der 2 rausfliegen wäre Letzte, also wisst ihr Bescheid, ne, aber, ey, ich freue mich, es wird echt cool, ich habe echt Bock, es ist ja zwei Jahre her, das wird das zwei Jahre noch ein bisschen, dass wir das jetzt mal ein Turnier gemacht haben, geplant haben und jetzt ich mal wieder ein Turnier, ey, ich hab Bock, ich hab Bock, jetzt so, Kurveranstaltungen machen wir beide, äh, die Idee noch ein 2 gegen 2 zu machen, ist natürlich auch da, ähm, ja, aber sieht man dann, ne, erst mal gucken, wie, wie wir uns jetzt anstellen, ne, wie, äh, wie ihr das Turnier fandet nachher und so, ich werde dann, ähm, Feedback von euch gerne, also dann einen von, so, am, an den nächsten Tag oder so, ne, aber, ja, ich werde mutisch schonmal, wenn Sora dann auch gleich sich so muten und auch dann, dann haben wir auch noch Hallo an den anderen Chat und dann wird ausgelost, ne, also haben wir gesagt, 18 Auslosung, aktuelle Zeit nicht gut dabei, passt denn, meine noch nicht, meine noch nicht, ich bin, ich bin gut dabei, ich fühl mich fit, ich fühl mich ready, nach gestern ein bisschen mehr Respekt bekommen vor den Mitspielern, muss ich sagen, ich hab Angst vor Faidi, vor dem Rekordball und, ähm, ja, aber die Freude ist auch nochmal gestiegen, also jeden Tag, jede Minute ist mir gestiegen, so, heute bin ich echt dabei gewesen, so, boah, geil, noch 4 Stunden, boah, geil, noch 3 Stunden, boah, noch 2 Stunden, boah, eine Stunde, let's go, also, ich Ich freu mich richtig drauf. Das wird echt geil. So, ich schalte mich nochmal kurz um. Auf Mully Versus. Fighty ist überall krass. Ja, der ist heftig. Das ist halt echt krass. Egal was man macht, der haut jeden weg. Nee, nee, Shaggy ist krass. Achso, der Shaggy ist auch krass. Hi. Hi. Ich hab noch ne Möglichkeit gefunden. Zuschauermodus tatsächlich. Ja. Man kann selbst die Leute einladen. Weil man wird dann unter bei angezeigt, obwohl eins gegen eins ist, ne? Ja. Genau. Und wenn ich dann Team wechselnd drücke, dann geh ich quasi in den Rücktritt. Mhm. Dann bin ich unten im Zuschauer drin. Das heißt, wir können beide einladen und dann machen wir einmal auf Team wechseln. Ah, okay, nice. Dann sind wir im Zuschauer-Lounge. Der Sparmus, glaub ich, das Ganze ändern hin und her. Ah, gut. Das macht's einfacher, das stimmt. Die einzige Frage ist, wie machen wir's jetzt, wenn du zum Beispiel im Kampf bist? Ja. Dann kann ich, glaub ich, nicht zugucken. Na, wobei, wir müssten in den vierten Spiel einfach zum Zugucken einladen. Weil sonst sind die Teams ja unausbalanciert. Ja. Wenn man sonst noch irgendeinen vierten Spiel einladen, der mitzugucken darf. So ein paar Sekunden Vorsprung hat zu allen anderen. Ja, gut. Das geht ja. Ja, eben. Aber das ist ganz angenehm. Ich schließe mal meine Lobby hier wieder. Die haben das gerade so ein bisschen durchgetestet, durchgesprochen, damit die wissen, wie das funktioniert. Ah, super. Das ist optimal. Dann machst du natürlich alles noch ein bisschen einfacher. Weil es die Downtime auch ein bisschen geringer und so. Ja, eben. Und dieses ganze hin und her, muss halt dann eigentlich nichts sein, weil ich glaub, zusammen haben wir alle. Dann müsstest du eigentlich, ja. Boah, ich bin echt gespannt. Es gibt Plätze, wo ich sagen würde, hätte ich gerne, und es gibt welche, wo ich sagen würde, hätte ich nicht gerne. Man kann direkt am Anfang so eingerankt werden, dass man beim ersten Kampf schon in Runde 3 ist, weil wir zwölf Leute sind, ne? Bei elf Leuten war das noch so, aber jetzt, wo wir wieder zwölf sind, da standen wir noch elf Leute. Bei zwölf Leuten kann jetzt Runde 2 jetzt wieder rausfliegen. Also, es ist kein Freilos mehr. Ah, jetzt gibt's nur noch zwei Runden. Es gab einen Freilos, das hat einen dazu gebracht, dass man auf jeden Fall in Runde 3 landet, egal wie man spielt. Weil in Runde 1 und in Runde 2 Losers Lounge musste man nicht spielen. Also, wer auf jeden Fall C2 kriegt, also die Nummerierung 2, der hätte es Runde 3 geschafft, jetzt wo wir zwölf sind, jetzt muss er mehr schwitzen. Verdammt, jetzt gibt's keinen mehr, der einfach Glück haben kann und direkt in Runde 3 ist. Aber was auch keinen Unterschied macht, ist, ob man in Runde 1 oder Runde 2 rausfliegt, man landet so oder so in Runde 2 der Losers Lounge, sag ich mal. Also, das Einzige, was jetzt so gravierend unterschiedlich ist, ist, wenn man jetzt in Runde 1 spielen muss und gewinnt und dann in Runde 2 verliert, dann hat man quasi drei Matches gehabt. Also, es ist halt nur ein Match quasi dann mehr für den Gewinner in Runde 1. Im Zweifelsfall. Okay. Aber wer fliegt schon raus? Ja, eben. Wäre ich schon so schlecht. Ja, genau. Dann wir beide gleich im ersten Kampf, wir beide verlieren einfach. Ja, genau. So scheiße. Direkt raus. Aber ja, ich hab alles soweit eingestellt, man kann sich jetzt nicht mehr anmelden. Perfekt. Bracket ist quasi auch vorbereitet. Ich werd's nicht direkt einblenden, damit ich so ein bisschen, diese Auslosungsmethode machen kann. Warte mal. Also, wirst du so nach und an ein bisschen irgendwie frei zeigen, oder wie wer kämpft, oder? Ja, ich werd's erstmal erzählen. Ich glaub, das ist ein bisschen umständlich. Okay, ja. Und dann einfach danach eingehen. Ich würd einfach sagen, okay, guck mal, die beiden müssen in Runde 1 müssen zum Beispiel 8 Leute und 4 Leute haben frei los. 4 Runde 1. Aber wie gesagt, nicht so viel Unterschied. Ich glaub, wir könnten eigentlich nur sagen, wer jetzt gegeneinander kämpfen muss und erst nach dem Kampf die nächsten beiden sagen. Genau. Ja, das wird funny. Müssen wir nur 4 anmoderieren. So, es gibt schon die erste Schätzung bei mir. Sora, safe Halbfinale. Minimum. Ja? Glaub ich. Minimum? Ich weiß nicht. Also, ich hab gar keine Ahnung. Wir waren halt vor 2 Wochen genau gleich auf eigentlich. Ich weiß nicht, wie ihr alle geschwitzt habt. Naja, also, ich hab wenigstens von meiner Truppe. Ja, scheiße. Aber hey, ich bin nur Veranstalter. Ich hab ne Rolle. Im Zweifelsfall. Naja, ich bin dann... Ich werde ready zum Auslosen. Ja. So, wie machen wir das nochmal? Okay, das muss ich auswählen. Alle Spieler sortieren, genau. Nächster Punkt. Nach dem Zufallsprinzip machen wir natürlich. Wir machen jetzt nicht nach... Also, man hätte natürlich theoretisch machen können, wer erst, dass er sich anmeldet ist, Platz 1 oder so. Würde an sich auch keinen Unterschied machen, weil das auch ein bisschen random die Platzierungen da unten sind. Aber... Komplett random ist glaube ich im Geisten. Ja, komplett random ist im Geisten. So. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Hab Angst. Okay. Die Brackets wurden gesetzt. Oh, scheiße. Gut. Warte, ich muss läulern. Ja. Okay, wir haben in Runde 1, haben wir folgende... Wollen wir alle Kämpfe erstmal nennen und dann? Oh. Also der allererste Kampf wählt sein Freaksa und Lugas. Dann muss ich natürlich ran. So ein Mist gegen Schärfer. Wenn man Angst geht, also toll. Okay, ja, perfekt. Dann entscheidet sich ja direkt, wer ins Finale kommt von euch beiden, oder? Ja. Ja. Also wahrscheinlich, also ich... Die anderen haben ja auch noch ein bisschen gedaddelt. Ich weiß gar nichts tatsächlich. Dann Nakamati gegen Kaaba. Kennst du mich doch? Ja? Legende, guter Name. Kaaba kennst du mich doch. Ja, ja, natürlich. Und du musst natürlich in Runde 1 gegen Baloo ran. Ja... Wird gleich mal Daniel weggerissiert. Ja. Und alle anderen vier, die nicht genannt wurden, sind direkt in Runde 2, oder? Ja, genau, so ist das. Das ist so dreist. Ja, das ist schon schlecht. Blende ich nochmal ein, damit sie das alle auch nochmal sehen können. Ah, genau das, was ich nicht wollte, ist eingetreten. Sogar zwei Sachen, die ich nicht wollte. Mein Gegner gegen den ich wollte, ist dran gekommen und ich wollte nicht an Runde 1 rankommen. Alle Scheiße. So, dann haben wir einmal noch die Gesamtsicht. Die könnt ihr euch natürlich dann auch nochmal ansehen auf der offiziellen Seite. Ja, ich mache auch mal kurz einen Screenshot. Auf der offiziellen Seite mit dem Link seht ihr auch direkt das Bracket. Genau. Ich schaue auch nochmal kurz auf den Discord so einen Screenshot, dass ihr das Anfänger-Bracket direkt seht. Ich werde aber nicht jede Aktualisierung posten, also geht auf die Website oder wartet einfach ab. Genau, also wenn Fragen sind, gerne den Chat. Oder sonstiges. Wir kriegen alles geklärt. Es ist nicht so kompliziert tatsächlich. Also alles easy. Mach ich mich da nicht so fertig. Der Chat ist gegen mich jetzt schon, das ist toll. Ja, natürlich. So muss er auch sein. Man hat immer die Arschkarte. Das ist cool. Ja, das ist mein Moderator-Bahn. Aber das ist praktisch. In Runde 1 muss ich jetzt niemand einladen. Jetzt kannst du die verantworten. Ja, stimmt. Was ist denn? Ähm. Als erstes spielt Freaks gegen Lukas, oder? Yes. Das ist der erste Kampf. Yes. Ähm. Dann probiert jetzt das mal. Ich mach kurz die Lobby. Lade beide ein. Und lade euch alle 3 an und vertschüsst mich dann selbst auf die Zuschauerbank. Yes. Warte mal. Okay. Wir machen 3-Stalks, oder? Freileben. Perfekt. Pall muss nicht spielen, weil 4 Leute schon Freilust haben. Pall hat sich quasi freigekauft. Pall hat Freilust. So, genau. Und ich mach jetzt Team wechseln. Und mach nochmal Team wechseln. Ich darf nicht nochmal Team wechseln. Ah doch, darf ich. So, dann haben wir... Ja genau, guck, jetzt sind Freaks und Lukas. Ja. Und wir sind beide auf der Zuschauerbank. Ah. Aber ich darf... Achso, ich darf das Match nicht starten, ne? Mach den Lobby. Zu viele Spiele für den ausgewählten Modus steht da. Okay, also geht das doch nicht so. Scheiße. Hm, Mist. Habt ihr das probiert gehabt mit diesem Zuschauermodus irgendwie? Ähm, nur das... Also wenn die Kandidaten das selber machen müssen, also dann geht das... Also wenn die... Ja, dann lass das mal mit den Kandidaten... Oh, warte, ich geh mal die Krone kurz zum Freaks weiter. Also zumindest ging das bei 2 gegen 2. Wenn dann noch jemand eingeladen wurde, der wir dann noch zuschauen muss. Achso, ja, weil gar nicht mehr wie 4 möglich sind. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich das Ding. Das wird bei 1 gegen 1 wahrscheinlich nicht möglich sein. Ja, wir können es nochmal... Wir können es probieren, sonst wissen wir... Äh... Hoffen, dass sie streamen oder sonstiges oder Discord oder wie. Oh, das ist mega dumm. Ja, das ist ein bisschen ein Nachteil. Aber das geht dann wahrscheinlich wirklich nur 2 bis 2 Minus, weil halt kein 5. Spieler eigentlich in Wirklichkeit hier drin sein kann, ne? Wir können es ja mal kurz testen. Ja, lass mal kurz testen. Bevor wir alles aufschließen und alles kacke ist. Einfach mal kurz kurz schauen. So, ich mach 1 gegen 1 mach ich direkt. Hast du wahrscheinlich aber auch vorhin gemacht. 1 gegen 1 und dann die Leute eingeladen, ne? Ja, genau. Ich habe vorher alles eingestellt. Hm. Ist mal rausgegangen. Ja, okay. Das Problem ist, bei 2 gegen 2 wird der fünfte quasi nicht mehr angezeigt. Weil 2 gegen 2 ja schon. Genau. Genau das ist, was ich gedacht habe. Ja, gut. Scheiße. Dann geht das auch nicht. Hm, der ist jetzt belastend. Das ist aber echt doof. Aber da muss man irgendwie machen, dass einer über Discord oder so das Bild rüberhaut, ne? Ja. Dass der mit der besseren Leitung noch ein Restream macht. Ja. Na gut. Das haut ein paar Steine jetzt rein. Ja. Das ist belastend. Aber ja. Ähm. Also es ist halt doof, wenn man die ganzen Kämpfe gar nicht zeigen könnte. Und wir einfach nur sagen, ja, ja, der hat dann gewonnen. Ja. Dann haben wir auch gar nichts zu tun hier. Ja, genau. Was soll das? Jo. Wollen wir das halt Stadtlandfluss auf oder so? Hm. Ähm. Ja. Ich weiß nicht. Ähm. Wulfi, willst du vielleicht kurz zu uns in den VC rein? Kannst dich ermuten und einfach nur in dein Bildschirm rüber schicken. Dass wir den Kampf sehen können. Ich weiß ja nicht, wie wir es anders machen können. Das ist halt mega blöd. Naja. Aber anders geht's grad gar nicht, ne? Ja, das ist alles rutsch. Ja, ja. Wir haben zwölf Leute, oder? Kann man zwei versus zwei tun hier einfach machen? Auf die Schnelle? Sechs Leute? Ja. Könnt man machen. Oder was sagst du? Ich mein, müssen wir nicht. Wir können auch eins aus dem Einzelnen beibehalten, aber... Hm. Ich glaub mir, ob man das bis zum Ende durchziehen kann mit diesem Bildschirm-Sharing. Ich mein, einige sind... Ich weiß gar nicht. Wie viele sind denn davon im Stream? Wahrscheinlich nicht so viele, ne? Na, ne Wulfi, du solltest ja nur dein Bild übertragen. Bei jedem Kampf kommt dann kurz in einer der beiden Kämpfer dann bei uns und mutet einen VC rein oder so und zeigt uns nur das Bild. Ja. Aber das ist doch voll der Hackbag. Oder zum Zuschauen einladen... ...dass man nicht quasi... ...übersteam dann zum Zuschauen einladen. Das ging ja, ne? Ah, was hast du gesagt? Sorry. Zum Zuschauen einladen über Steam würde ja sonst... Ah, stimmt! Also das wäre es auch vielleicht noch ein bisschen besser. Das wäre besser, das wäre viel besser sogar. Das wäre auch nicht die optimalste Lösung, aber ich glaub... Also nicht die schönste, aber ich glaub jetzt aktuell die beste. Ich glaub aktuell die beste, stimmt. Warte mal, dann versuche ich mal Wulfi anzufragen, ob ich zuschauen darf oder bei Lukas. Ja. Ah, hat Lukas und... Lukas ist in der Lobby. Also, aber ich schau lieber bei Wulfi zu. Ich glaub, der hat die stabilere Leitung. Wulfi, du bist bei mir nicht im Spiel, ne? Bei dir wird nicht angezeigt, dass du im Spiel bist, da kann ich nicht zugucken. Rechtax. Wie mein Lukas. Man sieht halt schon, wer gegeneinander spielen muss. Da kann man sich ja schon mal ein bisschen gegenseitig adden, dass das ein bisschen schneller dann geht im Zweifelstuhl. Genau, wir fragen... ja. Da musst du Lukas sozusagen auf Steam adden, damit du's auch sehen kannst, ne? Hättest du Wulfi. Ja, stimmt, das geht nicht, dass du mich zum Zuschauen einlädst. Aber du kannst doch nicht mir zuschauen, wie ich zuschaue, oder? Na ja. Oder kann ich dich einladen zum Zuschauen? Warte mal. Eine Freundin zum Gruppenchat hinzufügen. Eventuell siehst du das dann auch? Na, wir testen einfach mal. Das ist das erste Turnier. Das probiere mal aus. Wir haben... Das ist wahrscheinlich alles kein Thema mehr. Ja. Wenn das Spiel draußen ist. Also nächste Woche Montag. Ja. Season 1, kein Problem mehr, aber... Wäre ja perfekt gewesen, aber leider musste sich's verschieben. War schon frech von dir. Okay, ich hab dich in den Chat eingeladen. Ja. Aber jetzt seh ich keinen Stream, ne? Aber jetzt siehst du Lukas. Ja, das stimmt. Wulfi, bei dir sieht man nie, welche Games du spielst. Deswegen kann man dir nicht zuschauen. Aber ich glaube, es wär... Wulfi ist ja eh nicht erst dran. Also es ist ja Freaks. Ah, der ist grad gar nicht dran. Das ist ja Freaks. Ich bin doch so dumm. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Na ja. Ja, dann guck mal... Ja, dann guck mal Freaks zu. Okay. Da ist er... Zuschauen. Du musst wahrscheinlich mein Zuschauen annehmen, Freaks, ne? Ja. Und ich wundere mich schon... Ja, es tut mir leid. War ein bisschen dumm. Wollte mich wohl ruhig wieder nicht ändern. Übertragung des Nutzers ist offline. Ich glaube, das ist automatisch auf Ablehn. Ah, ich... Ne, ich will dich auf Steam, dieses Steam zuschauen. Da kriegst du eine Anfrage. Da müsstest du akzeptieren. Aber die gibt es direkt auf offline. Da kommt gar keine Frage. Ich glaube, das ist blockiert, die Einstellung. Freak. Ja. Also, funktioniert zu viel. Die... Und man darf alles restreamen, natürlich. Also, alles, was wir jetzt machen, darf man restreamen. Also... Jetzt, ja. Klar. Du hast die Anfrage gerade bekommen. Jetzt sieht es schon viel besser aus. Du musst, glaube ich, jetzt nur noch akzeptieren. Und es dauert... Ja, ich glaube, es funktioniert. Warte mal. Vollbild. Ich sehe nur kein Bild. Ich sehe nur schwarz. Aber ich glaube, die sollte laufen. Na ja, Sven, ich habe schon gehört, wie du gaming bist. Na, schon freck. Mann, fei die, die nicht brechen. Was soll das? Wenn die läuft, lad ich dich gleich ein. Aber momentan lauft hier nichts. Na ja. Das ist die Verzögerung. Macht man irgendwie in dem Gaming-Kick. Beim 2G2 ist es super easy, aber hier ist es leider... Was denn? Nee, Freak soll dann in seinem Gaming-Kick rumklicken. Achso. Damit ich sehe, ob da auch was passiert war. Nee. Mach mal... Mach mal ein Machter, okay. Ich schicke dir noch mal eine Anfrage. Ja, ja. Hätte man das vorgerufen, hätte man einfach umgekehrt machen können. 2G2 Turnier und dann 1G1. Ja. Das wäre am einfachsten gewesen. Ja, das... Naja. Ja, das... Weiß mal vorher nicht. Das Problem ist, wir hätten es halt einfach nur kurz testen können. Aber wir waren so... Nee, komm, dann gibt's ja... Was geht ja... Naja, klappt schon. Wenn es mal 2G2 klappt, dann würde es auch 1G1. Ja, eben. Das ist ja das, ne. Ja. Nee, es geht nicht. Ich sehe nur ein schwarzes Bild, obwohl er akzeptiert hat. Und ich sehe auch unten in der Ladebalken, aber... Der liegt nicht. Nee. Probieren wir noch mal kurz bei Lukas. Die Zuschauen. Dann ist die einzige Möglichkeit noch über Discord. Ja. Oder... Blöck gesagt, man verschiebt es halt wirklich. Oder versucht uns kurz in 2 vs. 2 irgendwie draus zu bewechseln. Hm. Hm. Hast du dieses Zuschauen schon mal aus Publikum gehabt? Äh, auf Steam? Mhm. Na, auf Steam lange her, aber eigentlich nicht wirklich. Also wenn er selber so eine Einladung raus schickt, dann ging das meistens. Ja. Aber jetzt gerade sehe ich hier auch nichts. Ja. 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 Da steht. Warte mal. Ah. Perfekt, aber nur 720P. Bei Sora-Server wäre es besser, glaube ich. Ja, egal. Das tut es auch. Das passt. Ah, schon. So, danke dir. Ich muss gucken, dass ich mir zuschneide auch gleich. So, genau. So. Dann kannst du gleich mal mit Lukas die Runde erstellen. Ja, müsste ich mir den Namen mal sagen. Und Lukas? Ja. Ah. Mit Doppel-G, Lukas. Achso, warte mal, ich guck mal hier. Ne, Pammel. Doppel-M, Pammel. Oh ja, belastend. Hast du jetzt den Lukas eingeladen? Ich muss die ganz normalen... Schively. Hm. Hm. K. Und du hast gecrashed, nein, ich will neu starten. Aber die Lobby-Dinge sind richtig, ne? 1v1, 3, 7 Minuten. Ja, perfekt. Die Maps verlassen. Okay. Vielen Dank für dein Bild. Vielen Dank. Luca startet gerade neu, bei ihm ist das gecrashed. Mit welchem Controller spielst du eigentlich? Oder ihr beide? Xbox. Der immer disconnected. Ah, ich glaube, du hast ihn schon in der Freundin, ist er drin, oder? Mit seinem Spieleprofil bin ich rechts. Ah. Okay, aber da ist schon den richtigen Geschick. Das ist der wirklich anleben. Muss, glaube ich, nochmal machen. Nee, ich sehe rechts, ich wollte schon sagen, der Fammel. Ja, der hat die aber nicht angenommen. Ja, weil sein Spielkrank gecrashed ist. Ja, weiß ich. Habe ich nicht mitbekommen. Achso, stimmt. Ich weiß nicht, dass er nicht rumkriegt. Jetzt aber. Jetzt bin ich aber, ich bin halt echt bei Lucas gespannt. Ja, der spielte es halt auch direkt seit Tage 1 und ich habe den eigentlich noch nie in den Spielen gesehen. Und Freak spiel eigentlich erst seit gestern. Den habe ich gestern spontan überzeugt mit zu spielen und hat jetzt eine Stunde vor Turnier so ein bisschen Charaktere ausprobiert. Wird großartig, glaube ich. Fass doch. Oh, der neue Wunderwomenskid, ne? Oh ja, das war gar nichts. Nice. So, warte mal. Oh, erstes Spel. Ist das überhaupt nicht? Lauter, ne? So, erster Kampf beginnt. Bin mal mega gespannt. Ich bin echt auf Fonderwomenskid, wobei ich auch noch nie wirklich eine, ich weiß gar nicht, wie die Person heißt, die Freakster spielt. Ähm, scheiße. Ähm, Garnett? Garnett, Garnett, genau. Sieben auch, finde ich, super selten im Online-Modus. Naja, hätte man vielleicht so gedacht, weil die auch so ein empfohlener Charakter eigentlich ist, aber... Ah, echt ist sie? Ja, also gehört auch zu den empfohlenen, aber wahrscheinlich so, die Leute wollen wahrscheinlich so ein bisschen spielen, den sie auch kennen und zwar. Und das ist für mich der unbekannteste Charakter. Okay, ja, Tess sehe ich halt auch super wenig und weil er wahrscheinlich halt einfach den Nerf bekommen hat, ne? Ja, nach dem Nerf hat er einfach keiner mehr Lust drauf gehabt. Also er war zuerst ja OP, sag ich mal, weil er einfach die ganzen Werte noch nicht so übereingestimmt haben. Jetzt ist er halt ein Charakter, den man halt gut drauf haben muss, damit man mit dem was reißen kann. Ah, okay. Also jetzt haben sie wirklich so stark genervt, dass er auch ein bisschen schwach geworden ist, weil man nicht krass damit ist. Genau. Jetzt hat man da schon Schwierigkeiten mit. Weil ich finde Tess, die Teil optisch ziemlich cool aussehen. Oder sieht er uns so, keine Ahnung. Auf den hätte ich irgendwie Bock, aber irgendwie rentet den jetzt jeder. Naja, das ist das Problem. Also man kann halt so ein bisschen, gegen Astaxin hat man so einen kleinen, kann man so ein bisschen was machen. Ja. Aber wenn es ein bisschen mehr wird, also ist schwierig für den. Also Tess war ja vorher einfach so, man macht den Wirbel und dann reicht das. Das war ja die Close Beta beim Tess. Nur der Wirbel. Einfach durch den Wirbel. Also man hat selber was anderes gesehen und jetzt muss man halt ganz Move-Centers mal drauf haben bei einem Charakter, der jetzt so ein bisschen abgeschwächt wurde. Da haben wir natürlich auch keine Lust drauf. Bisher? Aber am Anfang hat Freaks voll rausgehauen und jetzt sind sie wieder relativ eben. Oh? Das ist der erste. Ich glaube, wir ignorieren einfach, dass Freaks die ganze Zeit uns allen weismachen, wie der Spiel erst seit einer Stunde. Und Hauptdinger als Lügner. Ja, ja, genau. Oh? Aber sehr, 18 zu 0 jetzt quasi. Also von dem Leben her. 1-1. Sehr, sehr cool. Aber ich war gerade richtig so, boah, das wird jetzt aber spannend. Aber die haben ja stimmt, die haben ja, wir spielen ja wieder mit drei Leben. Das ist wieder ein bisschen eine Ungewöhnung. Direkt die neueste Map natürlich auch, passt. Ja. Ich finde auch, allein beim Zusehen, wenn man gerade selber nicht spielt und so einen richtigen Fokus hat, ist das Spiel echt schnell, oder? Ja. Finde ich richtig flott. Ich würde uns so denken, okay, was könnt ihr jetzt machen und dann passiert aber schon wieder das nächste Ding. Ja, genau, ich finde das Spiel ist halt sehr flowig. Also wenn man da so andere, vor allem auf dem PC so hat, also die ganzen Brawlhalla oder so, die sind halt schon vergleichsweise, finde ich, so ein bisschen langsamer und nicht so, also hier merkt man halt so einen richtigen flüssigen Übergang, so einen richtigen Float drin. Das ist halt sehr, 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 finde ich sehr, sehr gut umgesetzt. Ich finde so ein bisschen floaty, das ganze Game so ein bisschen. So davon, es fühlt sich so ein bisschen schwammig an, das ist das ganze Game, deswegen fühlt es sich auch wieder irgendwie gut an, so eine ganz wirklich gute Sache. Ja, genau. Und den hat der jetzt schön oben rausgekippt, weil der war echt nicht hoch bei den Prozenten, ne? 2 auf 8, 80 sowas in der Dreh. Ja, genau, das war eine von Gannetts schönen Kombos, sag ich mal. Aber? Ist noch nichts verloren. 1,90 ist jetzt auch nicht so wenig, wenn man das richtig anstellt, kann man direkt wieder, so ungefähr, so ungefähr, genau. Das ist so böse, wenn du in Luft schon die Sprünge gemacht hast und dann weggeschlagen wirst und vergisst, dass du keine Sprünge mehr hast. Oh Gott. Da war ein bisschen die Angst. Da lebt das Risiko da auf der Edge. Da ist die Kombo wieder. Reicht noch nicht. Lugas, Pogas. Ich seh da das ja. Aber finde ich gut. Erstmal so, erster Kampf, den nächsten 2-2. Aber, ja, boah, der war stark. Der war echt gut. Also, wir glauben den ab jetzt nichts mehr, bitte. Ne. Ne. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Re-Match einfach. Genau. Ah, nochmal. Den darf ich jetzt aber nicht picken, ne? Ne, den darfst du nicht mehr picken. Starr. Ah, Lukas darf natürlich Wunderwurmen nochmal picken. Genau. Ah, okay. Gut. Ich weiß Bescheid. Ich hab jetzt gar keinen T-Bag gesehen, ne? Das ist Superman. Okay. Interessant. Braucht sich. Ja, auch ein bisschen fiesi-miesi. Ich auf dem Weg. Ich glaub, das ist ihm gerade der Grund, warum wir Superman sind. Oh, Lukas hat auch gewünscht. Lukas, du musst es aber nicht gewünscht. Ist auch voll wild. Ja, ich hab das jetzt nicht komplett ausgeschnitten. Also, das ist voll wild. Aber, um voll wild ist halt nur immer so ein bisschen. Es ist halt sehr viel Spaß in Umrandung. Das ist ein bisschen problematisch. Aber damit kann man halt nicht passen. Ich hab vorhin gar nicht kontrolliert, ob die wirklich keine Perks hatten. Ich mein, mir ist schon gepasst, aber ich muss da ein bisschen mehr drauf achten, glaub ich. Genau, also ohne Perks, oder? Es passiert auch schnell mal, wenn man dann sofort auf weiter klickt, weil man ja Perks dann standardmäßig hinterlegt hat bei den Charakteren. Also, ich glaub, im Chat hätte sich dann bestimmt schon jemand aufgeregt. Ja. Okay, aber die C-Belle. Ja. Ich hasse beide Charaktere, die gerade am Bildschirm zu sehen sind. Boah, ist das... Boah, ist das Tox. Ey, das kann doch nicht sein. Man merkt direkt, in welche Richtung das Turnier hier geht. Ja, ich weiß schon, wie der ganze Kampf wahrscheinlich hat. aussehen wird hier. Ja, ich wollte gerade noch ein bisschen über Batman erzählen. Ich komm, glaub ich, gar nicht mehr dazu. Boah, der war Toxisch. Also, das Problem an Batman ist natürlich auch, Batman ist halt sehr gut im Movement, aber auch, aber bei Batman ist halt so das große Problem so, er kann auch gut damage und so, aber diese... Zum Raushauen find ich den echt nicht gut. Also halt da... Batman fühlt sich halt auch gut an für diese... Auch für diese cheesy ways, wie jetzt gerade Superman gut demonstriert hat. Ja. Aber Superman halt auch, deswegen. Das ist, äh... Also Superman ist halt, glaub ich, der Charakter an dem Weg. Ich find beide halt auch so steif. Aber Superman siehst du so oft im Online-Modus, nicht immer mit diesem Flug-Move, wo die einfach nur versuchen, ihn eigentlich rauszutragen. Naja. In der Close-Beta war's ja noch so... Batman war so der Close-Beta-Charakter für 1 gegen 1. Ah, okay. War für die Ladder und jetzt ist mittlerweile Superman, also das ist so richtig gut umgespillt, weil man jetzt weiß, okay, dieser Flug machst du zweimal und spätestens dann hast du ihn, wenn du ihn zweimal erwischst, so nach außen, dann ist weg. Ich find's auch so schwer bei mir, äh, wenn du zum Beispiel spiken willst in dem Move, der hat so ne hohe Grab wahrscheinlich halt, aber wenn du so ein bisschen über dem bist, schnappt er dich halt auch mit, so ein bisschen. Naja. Also ich, oftmals bin ich echt, ich weiß, der fliegt auf mich zu, ich will ihn trotzdem hauen und er grabt mich dann halt einfach, wo ich denke, so, verdammt. Naja. Ah. Gut getimed. Ah, da war wieder, da war wieder ein anderer Satz. Ich, für mich war Luke echt so dieser Underdog, über den niemand was weiß, der uns alle voll wegrasieren wird hier. Ja. Aber, ich mein, er ist ja noch, selbst wenn jetzt, er ist noch im Rennen. Er ist noch im Rennen, Runde 2, Comeback, ist ja noch alles möglich. Was denkst, also auch wenn die Prozente, das ist ein ganzer Stockunterschied, aber das ist halt alles noch drin, weil wenn man einmal aufdreht und der andere so ein bisschen, na, genau. Also man kann halt super gut mal wirklich voll alles drehen. Genau, ich mein, Badminton kann ja auch den so kleinen Cheesy hier raus haben, wenn man einmal nicht aufpasst, das kann sich ja alles anbieten. Also das, ey, super, er hat ja 150% und ist bei der Tag jetzt nicht rausgeflogen, ne, schon dreist. Ja, das ist halt so ein bisschen, aah. Aber ich finde die Daun, ich finde die Daunschläge, wenn du vom Boden abprallst, immer irgendwie stärker als die Abschläge. Also ich finde, wenn du jemandem rote schlägst, ist die Chance höher, dass er oben rausfliegt, als wenn du hochfliegst. Ja, ich weiß, was du meinst. Du bist das jetzt Ping-Pong-Ding, das ist sowieso. Ja, ja, genau. Komm schon, Lukas, ich will einen Comeback sehen jetzt. Aber der Laser kann nicht spiken, oder? Da kann ich nicht runterschießen. Nein, ich bin nicht. Das wird krass. Oh, gut. Boah, ich glaube, da wäre der voll aufgeladen gewesen, das wäre schon gewesen. Ja, lucky. Aber keiner hat wirklich so einen Erschöpfungs-Dringen bis an der Tacke, ne? das ist schon ein angenehmer Abtausch, kein Spamming von irgendwas. Ja, genau, das ist schön angenehm bisher. Oh, ich habe jetzt den zweiten Anflug erwartet, aber, oh, gut. Nochmal geredet. Bleib mal ein bisschen oben, Superman, aber... Oh, nein. Oh, gut. Lucky, wieder. Oh, da war es wieder. Da war wieder der Ansatz. Da merkt ihr, welche Richtung, also, was die Spielweise ist. Ich meine, Superman ist halt... Diese Schlager-Pause. Oh, oh. Oh, das wäre... Ja, ich dachte, das zieht ein bisschen mehr. Ja. Aber ich finde den Laser nicht so stark tatsächlich. Ja, auch nur ein bisschen. Ja, genau. Das ist halt so, wenn er ein bisschen auf den Boden hängt und du die Tuch fertig trifft, dann... Boah, stark ist mit. Das war wild. Ich bin ehrlich, ich hätte mit Null gerechnet. Kann ich jetzt auch wieder zum anderen Discord? Ja, kannst du wieder zum anderen Discord. Aber, aber, glaub dir, dass du keinen zweiten Account hast in dem Spiel, Freaks. Ja, alles klar. Gut, ich bin wieder drüben. Jo. Bis später. Ey, was war das denn? Das war sehr krass. Ja, war sehr unerwartet. Ja. Für mich so. Hm. Nachdem du was erzählt hast, dann hab ich mir dann nicht gerechnet. Ich dachte halt... Ja, der hat gerade mir so angefangen. Der spielt gerade ganz klar. Na gut. Vorhin die ganzen Guides auf 4, was ist 7 eingestellt auf YouTube. Dauerschleife. Ähm, so. Alles Nächste. Ja. Oh, du direkt. Da kommst du direkt das Bildschuh rüber. So, muss ich das kurz nochmal einstellen. Stimmt, man muss das ja mal aktualisieren, ne? Genau, wenn wir das Turnier, das wird schon die erste Entscheidung haben. Brickett ist bisher noch nie gestartet, das ist gelogen. Hm. Also, ich hätte das Brickett noch starten müssen. Wo starte ich das denn? Achso. Start das Brickett. Bei dem großen roten Knopf. Ja gut, also, ja. Weiß man nicht. Kann man eigentlich nicht verfehlen, meinst du? Ja, kann man ja nicht. Ja, nee. So, okay. Dann muss ich dann nochmal drauf. Oder ich gehe auf das große X. Alter, ich bin auch blind. So, das war jetzt 2-1 und 1-2-0. Also, jetzt gesamt 2-0 für Freaks. Okay, erledigt. Haben wir das erste Match hinter uns. Wird auch direkt geupdatet. Könnte ich dir direkt wieder einmal zeigen. Wird auch schön rot markiert, wie ich finde. Das ist ganz nice. Ja. Aber weil du selber bist. Was ist das gar nicht rot markiert? Nee, ich sehe mich markiert und mit Daniel. Na, okay. Dann kann ich das gleich mal hervorheben. So, ich bin jetzt nächstes dran. Natürlich bin ich jetzt nächstes dran. Soll ich das auch machen mit dem Discord? Jo. Okay. Ah, ist klar. Vielleicht das auch direkt übertragen. Ah, ist klar. Mann, Mann, so. Dann, Vollbildmodus beenden. Wissen wir Bescheid? Als nächstes komme ich jetzt gegen Shepard ran. Haben wir direkt so, erst mal deine Gang, jetzt ist meine Gang dran. Mit mir. Ja, stimmt. Das kommt, warte mal, dann haben wir danach eine gemischte Gang-Attacke hier oder... Ja, so ein bisschen gemischt und dann... Danach glaube ich nochmal deine Gang und dann wieder meine Gang. Ja. So, hebt die Smell-Things hervor. Sehr gut. Danke Sven, danke Sven. Danke Mirko, auch dir. So, dann muss ich mal einladen. Oh Gott, wo ist er denn? Erst mal eine Lobby aufmachen, wäre er vielleicht smart. Ich bin gespannt. Ich habe heute noch kein einziges Match gemacht. Das wird schon. Aber da ist man ja gleich wieder drin. Das wird schon. Ja, ist so eine Balou, ne? Genau, so. Drei aus dem Ring, sieben Minuten. Welche Map möchte ich denn? Welchen Bot lasse ich denn für mich spielen? So. Ich habe mal die Einladung muss raus. Ich hoffe, dass du kriegst du mit. Na, krieg du mit, verdammt. Okay, ich komme nicht weiter wegen Nicht-Teilnahme. Okay. weiß ich Bescheid. So, dann im Stream so anzeigen und die mache ich dann habe ich denn die Rechte dazu, auf dein eigenen Surfer. Wie ging das denn mal ein bisschen übertragen? Also ich glaube nicht, dass du die Rechte auf deinen eigenen Surfer übertragen hast. Das wäre ja ziemlich dreist eigentlich, oder? Findest du nicht? Ja, schon ein bisschen. so. Live klappt das? Mhm. Ich gucke zu. Ja. So, und ich starte hier die Übertragung. Mhm. Perfekt. Ja, ist klar. Dann mute ich mich. Ja. Dann bin ich kein Trash-Trock mit dem Motörer. Hab Angst. Ja, ich werde dich übelst Trash-Trock also am besten mutest du dich komplett. Ja, mache ich jetzt auch. Bis gleich. So, ich bin jetzt dran. Fadi, bist du ready? Chat anwohnen oder so, wäre nice. Ich will nicht anfangen, bevor, wenn ich jetzt herausfinde, bist du auf dem Klo oder so. Das wäre ganz schön frech. So, ähm, hab echt ein bisschen Angst. Fadi macht, Alter, wie kann man so sein, Wie kann man so sein? Oh Mann. Angst, Angst, Leute. Ich meine, Fadi ist gejoined. Ich meine, der ist schon mal. Ich habe das Spiel noch gemutet, das ist natürlich sehr smart von mir. So. Okay. Boah, jetzt sehen wir natürlich, äh, dir auch, Fadi, dir auch. Viel Erfolg. Äh, boah, scheiße, jetzt Fadi kann ich jetzt sogar sehen, was meine Taktik sind. Dann spiele ich jetzt Sareen und, ähm, boah, oder? Ich habe nur 27 Sekunden. Und, äh, ohne Perks verdienen, nicht vergessen, ohne Perks. Ähm, äh, äh, best of, ich kann mich nicht entscheiden. Ich will nicht in Runde 1, der ich aus dem Maul kriegen. Komm, let's go. Äh, hier war noch okay. Naja. Lehren, los geht's. Passt. Auch leeren. Alles klar. Der Moderator fliegt raus in 3, 2, 1. Oh, come on. Ich will nicht. Fadi wollte ich doch nicht am Anfang haben. Ich dachte, ich kann ihn umgehen, aber nö. Ach, derige Loser ist damit gar kein Bock. Gute Map, gute Map. Ich habe nicht aufgeachtet. Was ist es? Oh, schon wieder die. Wild. erst mal taunten. Wichtig. Mann, ach, dieser Rehnhund, scheiß. Okay. Aua. Frech, Feidi. Renn in die Tasche. Sehr gut. Renn nochmal in die Tasche. Aua. Nee, das wäre gemein. Also, bin ich mal ehrlich. Scheiße. Naja, helft es mir gerne? Oh Mann, wie Iven. Gar kein Bock. Taunten. Hey, jetzt war gerne geschwänzt, ne? Oh Gott. Aua. Scheiße. Come on. Nee. Nee. Geh'n doch mal. Nee, nee. Nee, nee. Bleib weg von mir. Scheiße. Böser Blitzy. Frech. Damage kann der Fall die halt. Alter. Taunten. Wichtig. Für die Fans. Was hab ich getan? Ich hab Offsdashin gestoppt. Wollte ich gern. Egal. Oh, komm mal. Lass mich dich raushauen. Lass... Nein, du musst raus. Oh Gott. Böses Timing. Was? Wie frech. Okay. 0-0. Push-fight. Oh, schau. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Nein. Fuck. Wow, dankeschön, Feidy. Dankeschön. Oh mein Gott. Es rukelt, glaub ich, ein bisschen im Stream, weil ich gerade quasi doppelstream mache auf Discord. Sorry dafür. Boah, verdient wird's mir ja schaden. So, Rückkampf. Alter, das war ein wildes Match. Und ich darf... Okay, Finn ist raus. Aber Feidy darf weiterhin den nutzen. Also, ja. Ey. Die Feidy ist halt immer krass. Aber es hat Feidy ist main immer noch, ne. Boah, 1-0. Okay. Was mach ich? Was mach ich? Superman. Let's go. Okay. Finn ist raus. Ich bin jetzt auch gern nett. Let's go. An die Arbeit. Oh nein. Das war jetzt mir heim. Nee. Hoffentlich alles rausgenommen. Feige hier. Oh die Scheiß. Ach nee. Ach, das war alles geil. Das ist verliebt. Ja gut, dann banden wir das jetzt schnell. Das wird... Okay. Ach, come on. Ich will... Alter, das ist jetzt Anspannung pur. Wenn man selber dran ist, da ist Anspannung. Das ist halt ein bisschen doof mit dem Discord jetzt, dass man halt... Dass die Kandidaten halt nicht mehr untereinander reden können. Also halt nur in der... In der Wartelaunch theoretisch. Das ist ein bisschen doof. Ja, man macht... Aber naja. Das geht schon klar. Aber... Komm her. Oh, wild. Ich glaube... Mit Garnett kann ich halt nicht nach unten hauen. Das ist irgendwie so das Ding. Oder? Feidy, lass mich gewinnen. Ich bin Moderator. Ich muss gewinnen. Sonst wecke Zora mich an. Ich bleibe gar keinen Bock auf. Ja, also beim 2 gegen 2 kann man das auf jeden Fall machen, dass die Teams so mal untereinander reden können. Also das wird auf jeden Fall möglich sein. Aber das ist leider... Jetzt ist es noch unproblem... Äh, leider ein bisschen problematisch. Beim nächsten Mal wird es bestimmt machbar sein. Ich hab... Ich wollte jumpen. Ich hab jumpen vergessen. Hier, ruf weil die das gewartet ist. Wer weiß eh, wie es ausgeht. Da sind die... Mann, ey! Nein, 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 nein! Nicht die Tasche. Du siehst mich nicht wie Batman. Scheiße! Nein! Oh, wild! Scheiße, hat er mich jetzt. Gebet! Scheiße! Komm her, verwisselt! Nein! Du scheiß Handtaschendieb! Komm her! Vor allem, der hat auch gewechselt. Das Rehnhund ist immer noch da im Zweifelsfall. So ein Scheiß! Ich krieg den nicht raus! Das ist so kacke! Ne, ne, da... 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 Alter! Fag die nein! Bin Moderator, lass mich! Das gegen meine Existenz! Oder so. Ah, viel zu spät, viel zu spät, leider. Oh, Mann! Ich hab so gut angefangen. Da hatte ich ein bisschen Vorsprung. Jetzt ist es wieder ziemlich easy. Boah, ich hoffe, ein paar kommt jetzt schwitzen bei dem Kampf hier. Das waren unsere Battles. Ich will Faddy natürlich nicht 2-0 wegmachen, unbedingt. Ich will gerne gegen Faddy. Also, ungern, gerne, aber gerne. Weil soll ich mal ein... Friss meine Shots! Haben gar nicht gestern das erste Mal gespielt. In dem Vierer-Modus. Geh weg! Geh weg! Nein, ich geh nicht weg! Ich nicht! Nein! Oh Gott! Hältst du mir gerne, Faddy! Nee, nee, nicht mit Papa Smurf! Oh Gott! Oh, nee! Was ist das denn? Fuck! Okay! Wie spannend! 0-0 zum Ende! Faddy, heftig! Heftig, Faddy! Der wollte den Torn nicht abwarten! Habe ich genau gesehen! Scheiße! Alter! Das ist ja das spannendste Match auf jeden Fall von 2! Oh, oh! Nee, 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 nee! Faddy, lass es! Läuft genau vor seiner Nase! Ist das dein Ernst! Taktiks! Da gibt er mir ein High-Five in die Fresse! So einer ist er also! Alter! Alter! Faddy, er einfach alles weiß! Lack! Na, hat er gut gemacht! Oh Gott! Warte, wir... Scheiße! Nein! Alter! Scheiße! Nee, nee! Der hat er mich! Der hat er mich! Scheiße! Alter! Äh, Steven Universe! Kommt die weg! Alter! Nice, buddy! Holy shit! Fuck! Ich dachte, warum bist du mal ein bisschen... Spielst du mal ein bisschen genüttt! Mann, jetzt war ich wieder... Ah! Finn ist raus! Die... Rehnhund-Battle! Reh... Das kommt... Das ist safe! Rehnhund! Das ist safe! Ich habe ein bisschen Chance, rauszukommen! Aus den Kämpfen! Jetzt muss ich noch nachdenken! Hm... 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 Spiel ich... Mach ich bis... Mach ich... Mach ich schiesi-miesi gegen Faddy! Ich muss! Ich glaube, ich muss! Let's go! Ich kämpfe für Wahrheit und Gerechtigkeit! Alter! Weiter Level 13! Haben wir beide am meisten gespielt! Oh mein Gott! Sind die Kämpfe krass! Ich kann jetzt schon nicht mehr, aber das war die erste Runde! Das ist doch Wahnsinn! Okay, good luck, Faddy! Wer jetzt gewinnt, ist weiter in Runde 2, muss gegen Pall! Ich wünschte, es wäre anders! Am Anfang taunten ist wichtig! Ich habe zwar Manieren, aber dich kriege ich trotzdem! Alter! Faddy! Zwing mich nicht dazu! Auf mich anzukotzen! Pass auf! Pass auf! Pass auf, hat er gesagt! Nicht ich! Ich habe meine Range! Sag! Wild! Frech! Und wild! Zugleich! Alter, scheiße! Nö, nö! Verbrenn dich nicht! Hä? Ich dachte, ich wäre auf dem Boden! Faddy ist so heftig für mich! Wieso laufe ich da auch rein? Das ist so dumm von mir! Jetzt will er mich da reinschießen, oder was? Stark! Stark, Faddy! Heftig! Was ist das mit dir? Was bist du, Faddy? Komm mal! Ich hätte ein anderes Spiel müssen! Scheiße! Ah, scheiße! Jetzt gerade! Hast du Glück gehabt? Na, Stark! Faddy hat geübt, ey! Man merkt's! Der ist ja noch kräftiger als gestern! Alter! Ja, Runde 2! Let's go! Raus, ne? Was passiert hier? Er geht ja nicht, David! Wir können keinen Trash-Talk machen! Also auch bei deinen Matches geht kein Trash-Talk! Weil wir das ja übertragen müssen! Das ist ja nun mal leid auf Vorwarnen! Alter! Alter! Nee! Es war ein... Ja, Superman war ein Fehler! So ein Scheiß! Ja, na, ist fertig! Aber ja, ich gebe noch nie auf! Ach! Okay! Was ist das? Was ist das? Scheiße. Nein, wollte ich so nicht. Alter. Nicht genutzt. So ein Mist. Na komm. Scheiß. Ich kam da nicht mehr raus. Stark. Das war stark. Ja, aber dass die Qualität schlechter da wird. Das ist das Problem. Alter. So ein Scheiß. Ich stream ja auch deswegen. Feidi war heftig. Alter. Fuck. Das war ja mega insane. Also. Holy shit ey. Ich hab selten sowas spannendes gesehen. Also ich hab eigentlich keinen Bock gegen euch beide zu kämpfen, bin ich ehrlich. Durch oder raus? Was soll ich sagen? Ja, ich mein gut, ich kann ja auch gleich in dieser Bracket irgendwie runtergeschlagen werden. Naja. Naja. Aber ähm. Naja. Aber ich hoffe die Qualität hängt. Boah. Weil Double Stream war ein bisschen problematisch und ich hoffe es ging doch klar. Aber ja. Es ging voll klar. Okay nice. Wir hatten ganz am Anfang nochmal so ein bisschen Pixel aber das ist so egal. Besser als nichts und es ging echt voll fit. Naja. Alter. Boah. BG Schärfer. Holy shit ey. Was war das für ein Kampf? Also. Ich wusste so, ich hab direkt gemerkt wie ich outplayed wurde und ich den falschen Charakter am Ende genommen hab. Na gut. War Superman dein Main? Ich hab den glaub ich am meisten gespielt mittlerweile würde ich aber sagen nicht mehr mein Main. War Finn dein Main oder? Naja. Ich hatte so fünf Charaktere so wo ich bis, also so wo ich Tendenz hatte. War jetzt beim dritten Match ein bisschen schwierig. Na gut. Haben wir schon in der zweite Runde zwei Match. Boah. Ja. Wir sind direkt natürlich. Das war gigaspannend muss ich sagen. Also. Ja. Beide Match, also alle drei halt. Aber bei beiden so mitgeschwitzt kommt das dritte auch nochmal und dann. Da hatte dann noch ein bisschen mehr die Nase vorn tatsächlich die ganze Zeit so ein bisschen. Aber wär halt immer jederzeit alles drin gewesen. Ja. Das stimmt. Und. Aber wow. Ja. Dann viel Spaß in deinem Loser Bracket da unten. Dankeschön. Ich muss jetzt gegen. Oh wenn du verlierst muss ich gegen dich oder? Ja. Achso. Oder? Ne Moment. Ja dann wirst du nach dem Platz gegen Daniel kämpfen. Ach ne. Gegen die die ich jetzt. Die jetzt. Als nächstes. Komm. Davon der Verlierer. Okay. Okay. Alles gut. Äh. Du bist ja. So. Hm. Hm. Ihr könnt euch den seit grad finden. Warte. Der heißt. So. Moment. Was war das? Am Ende 37 glaube ich. Achso. Haben sie sich beide noch nicht geändert oder wie? Ne. Noch nicht. Finden sich grad noch nicht. So. So. Nochmal korrigiert. So heißt der ingame. Miss warm. Das war im Jahr. So nach der Vorstellung glaube ich's. Oh Gott. So. Vervorhebung raus. Und hier hervorheben. So. Theoretisch können ja du oder ich immer rein. Die Leute einladen und wieder rausgehen ne. Würde auch gehen ne. Kann ich ja eben schnell machen. Ich hab ja beide. Ich hab ja beide. Und wir da einmal. Und oder hab ich beide. Ne. Ich hab den. Ich hab den nicht. Ich hab den nicht. Lass mich mal rein. Moment. Aber war von Sherpa Wolf Rehnhund der Main oder war das? Rehnhund war's. Na Rehnhund war's. Oh boy. Dann wundert's mich, dass er bei seinem zweiten Match von Rehnhund weggegangen ist. Weil. Naja. Deto. Hätte das halt nochmal vorgenommen. Ist halt krass gewesen. Ich dachte mal ne. Dann war ich kurz in der Meinung. Vielleicht ist doch Fendern sein Main. Hm. Hat mich auch gewundert, dass er gewechselt hat. Ja. Aber ich wusste direkt. Okay. Jetzt ist es gelaufen. Hört. Äh. Okay. Den gibt's zweimal. Muss ich dann wahrscheinlich am PC oder? So. Ich lach beide ein. Und wer schneller ist, der war richtig. Machen wir so. So. Ich bin rausgeworfen. Ich glaube ich bleib mit einem abgemeldeten Screen. Wer ich nachher nochmal rausgeworfen. Hm. Hm. Goodie. Jetzt geh ich hier raus. Dann habt ihr aus. Eigentlich. Müsste es ja so klappen. Goodie. Impressive. Geht nicht. So. Ähm. So mag einer von euch dann auch in den Discord kommen? Wahrscheinlich David hat glaube ich aktuell die bessere Leitung dafür. Ganz nice. Doppelübertragung ist natürlich doof. Aber äh. So ist halt auch die beste Qualität und so einfach keine Verzögerung. Wäre halt ganz cool. Und merkt man hat ja heute schon Internetprobleme. Deswegen wird da. Ganz gut wenn äh. David das ja macht. Sondern die sind komplett oben oder so. Keine Ahnung. Wer auch möchte. Hey D. Ja ähm. Janik. Ich habe ein kleines Problem. Ja. Ähm. Ich habe ein kleines Problem. Das Spiel lässt mich nicht raustappen. Oh. Das heißt ich muss hier jetzt schließen um rauszutappen um euren Stream zu muten. Mhm. Auch nicht wie jetzt Windows tappen? Ne. Auch nicht Windows. Oh Gott. Nichts geht. Okay. Ich habe auch schon auf Fenstermodus geändert. Ich kann immer noch nicht raus. Gut. Ich kann gar nicht. Gitarresmanager nicht. Ist auch nichts. Wie bitte? Taskmanager vielleicht. Einfach später mal kurz bei hinten. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja. Ich spiele komplett verfahren wenn so gefühlt gar nichts geht. Ne. Ja. Ja cool. Ah ja. Taskmanager funktioniert. Warte. Ich komme gleich nochmal rein. Ich bin gerade mit dem Handy drin. Ja jo. Ganz schlecht. Ich habe ja eingeplant bis 12 Uhr. Boah. Alle wissen Bescheid. Was hast du mit 21 Uhr? Ja bis 23 Uhr haben wir ungefähr eingeplant. Ah. Ja. Mal geschätzt. So. Heyo. Das ist so. Lächerlich. Ja das hat 3 Sekunden sonst muss ich 1-0 für Nakamateria entrauen. Ja. Ja. Wollen Sie aufmucken oder was? Ja. Das gehe mir aber gar nicht. Ich muss mich wieder selber ein bisschen hochheiben. Weil ich gerade einfach was Moll bekomme. Ja ja technische Schwierigkeiten gehen ja mal gar nicht. Ja also bitte. Ja du musst mit dem anderen jetzt einfach was reinhauen. Einfach nur damit das sich selbst wieder besser fühlt ist und durch. Äh nä. Ich muss von mir ablenken, von meiner Schande gerade. Ich meine, Schande war es nicht, aber das war schon wieder jetzt. Also kann sein, dass ich gleich nochmal raustappen muss, weil jetzt ist es gerade auf Fenstermodus. Ja. Wenn ich überhaupt raustappen darf. Nee, Vollbitt bitte, danke. Darf ich jetzt raustappen? Nee? Cool. Perfekt. Perfekt, Digga. Aber der Stream läuft. Ja, aber das ist auch das Einzige. Ach so, ich dachte... Aha, das klingt gut. Ja, sprich dich aus. Kannst du deine Gefühle? Erzähl uns mehr. Wie ist es so lächerlich? Ich hol die Taske raus, ja? Ich hol die Taske raus, versuch dann rauszugehen. Ah, jetzt geht's. Okay. Sehr gut. Wie ist es? Es ist so lächerlich. Ich bin gerade automatisch wieder ins Game reingetappt. Das ist so lächerlich. Was ist das? Oh Mann, ey. Ich habe auch mit Zweiter-Band gerade technische Probleme gehabt. Der erkennt meine Windows-Version nicht an. Der sagt, ich habe eine alte Windows-Version von Windows 10, die ich seit 2019 nicht geupdatet habe. Natürlich, auf jeden Fall. Alles klar, Digga. Na gut, ich mute mich mal hier, ne? Ja, gut luck. Oha. Willst du jetzt sagen, dass sein Konterent kein Glück haben soll? Ist das der einseitige? Ja, also... Gut luck waren beide gesichtigt, ja? Ja, ja, ja. So, die Einstellung. Er hat jetzt ein Schuss in die Klasse dran. Aus dem Ring. Zwei, sehr gut. Hä? Macht er das? Trauert er sich? Er macht uns die Überlegung, so... War das nicht? Ne? Oh, endlich wieder ein Kampf mit der Formal. Sehr gut. Alter. Also, deine Niederlage habe ich nicht vergessen. Ich habe mir die auch schon gecliped. Also, jedes Mal, wenn du Fallout bist in meinen Chat, schicke ich dir die. Ja, gemein. Hä, sind die Einstellungen so richtig? Äh, drei aus dem Ring. Teil sieben, pass. Genau. Okay, perfekt. Ich wollte nur nochmal nachfragen. Ja, und dann halt keine Perks, dann wechseln wir mal. Ja, alles klar. Das kenne ich, ohne Perks. Ja, gut. Nur Loser spielen Perks. Oh Gott. Ich sehe schon, da ist jemand in der Freundesliste, der diesen Ball hat. Das heißt, da ist jemand mit LeBron auf Level 14. Gar kein Bock. Bitte nicht ich. Bitte nicht gegen mich. Das Problem ist, ich weiß auch nicht, wer das ist. Aber dann jetzt hoffentlich nicht. Ich hoffe auch nicht. Okay. Was wird's denn? Okay, von... Wonder Woman. Zweite Mal schon Wonder Woman. Okay. Ah. Oh Gott. Okay, ich weiß, wer LeBron ist. Ich weiß, wer LeBron ist. Oh nö. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich habe Angst. Ja, leeren. Perfekt. Beide angedacht. Sehr gut. Ich bin jetzt auf diesen LeBron gespannt. Ja. Ja. Kein Vorteil für Wonder Woman. Da muss man natürlich einen Stock direkt bei ihr abziehen. Mhm. Genau. Alles klar. Oh Gott. Na ja. Aktuell. Vorsichtig. Randtasten. Ja, aber stimmt. Jetzt so ein bisschen. Ein bisschen normaler Attack. Jetzt geht's los. LeBron ist wie warmgelaufen. Da will er. LeBron, glaube ich, trau sich noch nicht so richtig. Nein, ist da vorsichtig. Warum ist denn da bloß im Turnier schon? Man merkt es noch ein bisschen. Er will, lass uns auf. Und sein Ball will er scheinbar auch definitiv behalten. Er hat nicht... Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. Ja. Hast du ihn daran erinnert? Ja. Da ist ein Move. Da kommt die erste... Ja. Da ist ein Abtausch. Noch wieder ein selten. Aber. Finde ich sehr cool. Ich bin immer so überlegen, wie man mit LeBron am besten hochhaut. Also ist es dieser Basketballkorb nach oben oder ist es dann eher, dass man wirklich den Ball werfen muss nach oben? Im besten Fall raushauen. Boah, ich finde den Move, den er jetzt gerade getruntert hat. Ja, der ist stark. Der finde ich sehr stark. Der ist übertrieben stark. Aber er verliert auch seinen Ball dadurch, ne? Das ist so immer das Ding. Das ist genau. Also LeBron mit Ball ist halt sehr cool, wenn man den natürlich drauf hat. Ohne Ball ist halt ziemlich wuppig. Jetzt habe ich eigentlich gar nicht geguckt, wie du den Ovalay eingestellt hast im Spiel. Das hätte mich eigentlich interessiert. Eingestellt? Eingestellt? Ständig so. Hast du den Ovalay auf Standard drinnen am Spiel? Ja. Da wird der Ball so ein bisschen weggefallen. Einfach mal tryen. Ich habe ja noch ein Übrigen. Vielleicht fängt er ihn ja. Ja. Vielleicht spielen wir jetzt ein bisschen Basketball. Boah! Oh! Oh! Double-Hit aber auch. Das war der Hit. Es wird nichts gegen Steven, aber ich will, dass der LeBron verliert. Ich bin halt sehr gespannt auf die anderen Charaktere. Also bei Dave wusste ich zum Beispiel Wann-A-Woman. Aber was sonst noch so kommt. Und bei Nakamari weiß ich es halt auch nicht. Wir wollten schon, dass LeBron sein Big Pick ist quasi. Ja. Ja stimmt. Es kann ja sein, dass er auch seinen Zweitcharakter als Erster nimmt damit zu sein. Damit, falls er gewinnt, dann direkt nochmal reinhauen kann. Au. Aber stark für LeBron. Er hat jetzt seinen Gegner auf 80 hochgehauen und ist immer noch nicht rausgeschlungen. Ja. Ja, manchmal sammelt man so viele Prozente aus. Du bist bei 180 fliegt immer noch nicht raus. Ja. Sonst spiked man jemand andern mit 20 runter. Ja. Wann-A-Woman hat gerade ein paar Probleme. Auf jeden Fall. Oh. Da haben wir nochmal über 100% geschlagen. Ja. Und das doch wohl am Anfang eigentlich so vorsichtig gespielt hat. Ja, genau. So ein bisschen unsicher. Boah. Oh. Oh, hat nicht gereicht. 170. Oh nein. Oh ja. Oh. Oh. Wie... Das war... Einfach verlassen für dich. Wild. Aber da hat er auch aus Panic nach oben Special gemacht anstatt das Side Special. Ja. Aber Side Special wäre sicher auch nicht rausgegangen. Oh. Stark. Ja, alles wieder drin. Schöber richtig. Darf er sich noch nicht wieder hier ein bisschen vermöbeln lassen. Das wäre ja ganz praktisch. Ja. Ja. Wonach es gerade nicht aussieht. Ja. Ich glaube, der LeBron lässt es auch nicht zu. Ja. Er wird jetzt ein bisschen aggressiver reingehen, weil er ein Stock mit Führung liegt. Er wird ihn jetzt nicht atmen lassen. Ich merke schon mal. Die ganzen Infos, die ich über meine Mates hatte, waren ziemlich outdated. Die sind alle gut krass geworden. Das war alles eine Lüge. Ja. Okay. Haben wir so einen Mailer, wenn ich zugeschaut habe. Ey, ich hab so... Was ist mit diesem LeBroner? Mit diesem Angriffsverfall? Dann haut er ihn trotzdem die ganze Zeit von ein Ecke ins andere. Mhm. Oh, da war wieder der Move. Hat nicht gereicht. Okay. Ah. Ja, nochmal. Aber den kann man halt so gut rauswerfen. Das ist, finde ich, sein bester Furnisher halt einfach. Ja, genau. Ah. Ja, ja. Nochmal. 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 Ja, wenn der trifft, ist halt vorbei. Es sei denn, er hat ihn halt unten verfallen. Dann kann er halt sofort wieder nach unten lenken. Ja, genau. Das ist halt das, worauf er aufpassen muss. Mhm. Ja, gut aus... Ah, schon. Ah. Ja. Ich muss sich erst ein bisschen comboen. Ich glaube, es wird sich gleich entscheiden tatsächlich. Aber Verfall ist halt grad leider da. Ja. Oh, der war stark. Ja. 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 Ach so, das ist bei beiden so ein Shield-Attack, ne? Da ist der Ball weg. Ja, Vorteil. Aber er kann sich jederzeit einen neuen holen. Ja, also wieder einen. Boah. Ich finde diese Taki irgendwie so lustig. Die ist auch gut zum Spiken. Aber auf der Sage ist die eigentlich nur zum Prozente hochhauen da. Nicht zum Raushauen. Oh. Die beiden müssen keine Prozente mehr hochgeschlagen werden, würde ich behaupten. Oh Gott. Ja, das stimmt. Oh. Ah, schade. Lucky. Ja. Oh Gott. Oh. Oh ja. Ja. Ja, ausgewiesen nochmal gerettet quasi. Ja, das Problem ist, da ist halt komplett im Verfall drin, ne? Damit die Kombo nicht mehr durchkriegen. Ja, genau. Das ist doch die einzige Hoffnung für Warner Woman so aktuell gerade. Ja. Ah, schade. Ah, war's. Okay, doch. Okay. Okay, der Mover hat's noch gerissen. Der war stark. Stark, ja. Ähm. So, Score melden. Das ist ja... Ach so. Spiel 1 Score. Weil jetzt... Das ist genau andersrum als da, das ist voll schwierig. So. So. Und... Nach der Matrix geht eigentlich so in Führung. Ja. Ulf hat einfach das Glück mit dem Löffel geschluckt, ey. Der ist einfach direkt in Runde 2. Das gönne ich ihm gar nicht, ne? Bin ich ehrlich. Das hat er nicht verdient. War wir jetzt verdient. Aber... Ja, klar. Wir beide sogar, also. Ich mein, ich bin jetzt in Runde 2 nur in der anderen Lounge, also. Ja, du bist... Also... Ich glaub, du hast einfach, weißt du... Vielleicht gibt's bei euch dafür Cocktails oder sowas da unten in den Arsch. Ja, kann ja. Dann krieg ich noch einen Power-Up da unten. Weil du gepürzt hast. Weil beide gewechselt sind. Also hab ich nicht gesehen, wer gepickt wurde. Äh, Finn gegen Wonder Woman. Nur andersrum diesmal. Also, Wonder Woman ist von... Von LeBron. Von Nakamaki. Also beide. Also, LeBron ist immer noch... Ne, LeBron ist ja hier raus. Bin jetzt auch den Finger schwammt. Aber... Wonder Woman wäre theoretisch noch für... Für unsere Bullgoose Hour noch drin. Okay. Das ist die Wonder Woman-Chall. Aber Finn ist ein starker Charakter. Ja. Vor allem so ein Rucksack-Move. Mhm. Boah. Ach. Füße gegen die Mannen einfach. Naja. Sehr stark. Ja, stark. Aktuell noch Even. Mit Finn muss er die Chance jetzt auch nutzen. Aber... Das Teleport. Er hat noch nicht so viel Finanierung. Oh Gott. Da war die. Das war gefährlich. War das Angesverfall? Da muss er aufpassen. Boah. Jetzt, ey, hauen die sich wirklich einen drauf. Jetzt, ey, hauen die sich wirklich einen drauf. Also, da geht einfach nur jeder voll aggressiv drauf. Ja. Ja. Ändert sich ja sehr schnell. Das war jetzt so leichter rantasten und jetzt so... Ja. Dauerweil, Mann. Ja. Beide voller Hass. Ja. Obwohl keiner getauntet hat. Das hab ich nur... Oh. Ha? Stimmt, ne? Keine Toxic hier bei euch. Was soll das? Lebt mehr diesen Hass. Der ist schön, glaub mir. Ja, ja. Natürlich. Ich hab auch schon gesagt, heute müssen sie brav sein. Nicht zu Toxic. Wir mussten ein bisschen guten Eindruck hier hinterlassen. Ja, aber hey, wenn deine Leute schon fragen, dann kann man direkt sagen, hey, ist okay. Dann kann man es besser sagen, wenn wir es selber machen. Oh? Ja, ja. Spannend. Oh? Oh? Stark. Oh, starke Move, ja. Aber auch schön. Oh, direkt wieder raussetzen. Oh? Oh, der Teleporter noch nicht ganz drin. Ja. Wie das Problem von der ersten, wenn man über 100 Schaden und dann kann er nicht nachsetzen. Ja. Ja, genau. Und dann kriegt man ja auch selber nochmal so viel Schaden rein einfach. Ja, genau. Damit mir so ein Arosab schon ausgebaut wird. Boah, ich glaub das wär fast böse gewesen. Ja. Was unterschätzt man, wenn man so komisch wegflickt und stirbt und dann ist ja so, hey, warum hat er nichts gemacht? Ja. Weil am Anfang klickt man den Knopf, was nicht so härter nicht funktioniert, klickt nochmal und dann ist man schon so weit runtergefallen. Ja. Wenn die Sprünge nicht funktionieren, ey. Na, ist mir selber ja auch noch mal, das war echt belastet. Aber gut. Ja, wieder ein bisschen gut herangetastet. Ja. Boah. Ein bisschen evener als gerade. Also jetzt geht's? Ja, definitiv. Da ist gerade kein großer Gap. Oh Gott. Ja? Ein bisschen die Hoffnung auch, sehr gut. Jetzt sind wieder diese Fünfzigerabstand. Ja? Oh. Also Finn haut jetzt gerade echt die ganze drei, ne? Oha. Ja, wieder zurück. Der Jinx von Sora. Oha, stark. Immer gerne. Oh Gott. Oh Gott, ein starker Move. Ja, aber hätte er nach oben geschlagen, wäre er halt sicher nicht gestorben. Ich finde diese Daumen-Stashes sind immer stärker. Ja, ja. Das ist so frech im Spiel. Aber wenn du vom Boden abprallst, hast du irgendeinen Speed drauf. Ja, stark. Der Rucksack, der Rucksack. Jetzt muss er nochmal. Kann es sein, dass der Rucksack am Boden stärker ist, als in der Luft ein bisschen? Ja, hab ich auch das Gefühl, ja. Weil manchmal wurden die echt hochgetroffen und sterben da nicht. Und vom Boden, manchmal fliegen die weg. Oh. Okay, das war besser diesmal? Jetzt ist es wieder sehr ausgeglichen. Ja, jetzt. Und jetzt. Oh. Oh mein Gott. Was da passiert? Oh mein Gott. Da war einfach kein Input mehr. Da war ja keine Reaction mehr. Ja. Das ist die Frage, weil irgendwie... Das sah... Das sah uns vielleicht will ich auch. Ich drück springen, aber hab keinen Sprung mehr. Aber beide direkt wieder ready. Okay. Krass. Wieder 1-1. Ja. Jetzt bin ich gespannt, wie ich spiele. Wahrscheinlich nochmal Wonder Woman. Ja. Wonder Woman... Ja? Nee? Batman. Okay. Batman. Batman gegen... Wieder Wonder Woman. Unmöglich. Ja, oder? Was? Jetzt wird gefinchst. So. Okay. 1-1. Habe ich zuerst nicht begonnen? Also das ist so schnell wie man geht, hätte ich nicht gerechnet. Ja. Ich glaube das war irgendwie so ein... Okay. Oh. Perks sind drin. Oh ja. Das war an Versehen. Ja. Ich glaube das war einfach so ein... Dein Fink geht mir so am Arsch. Ich zeig jetzt wie man finde richtig spielt oder so. Ja. Deswegen jetzt spring mich um und du kriegst nur den Rucksack ins Gesicht. Muss wir das Racer haben? Ja. Besser ist eigentlich. Ich muss rausgehen nochmal reingehen oder so. Ja. Jetzt haben wir denn alles Bescheid. Ich meine es ist halt... Okay er weiß Bescheid. Das ist halt kein krasser Vorteil, aber es ist halt ein Vorteil. Ja ja. Gerade wenn man so bei einem 1 gegen 1 schon ist. Ja ja. Batman hat gewonnen. Batman hat es geschafft. GG. Ich trage einen. Na ja. Pretty good. Okay. Aber das war das wo ich euch schon gesagt habe ich auch so riesen Angst vor, dass ich einfach irgendwo mal vergiss meine Perks raus zu tun. Mit dieser Schande kann ich nicht leben. Ich bin verwirrt. Ja weil er Perks drin hatte. Also einmal noch einen Kampf quasi noch machen. Ja ich hätte es jetzt so genommen ne. Ja aber wir haben es schon gesagt, Racer hat er auch. Also fast schon. Wir machen jetzt einfach einen Kippen. Ja okay. Ich hätte es auch so genommen mit den Perks. Mir wäre es egal gewesen. Ja aber wir müssen ja schon evil sein. Ja aber er ist so knapp gewesen. Ich hätte mir nicht sagen können war alles deswegen Perks oder nicht. Ja. Alles klar. Alles klar. Jojo. 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 Let's go! Ich bin heiß. Ich will wieder rausfliegen. Ich fahre halt auch nicht nach unten. Ich drücke mal direkt X damit es funktioniert gleich wieder. Also ich mache es lieber raus. Ok, jetzt aber. Wieder sehr, sehr spannend. Der Sieger dann gegen McStream. Der Verlierer daraus dann gegen mich. Du musst gut aufpassen gerade. Da pennen wir den LeBron. Keiner will diesen LeBron. Und den hat man einfach irgendwie Respekt. Das ist einfach so ein tricky Charakter. Ja, wenn man merkt, den hat jemand drauf, dann hat man schon kein großes Interesse gegen ihn zu spielen. Das stimmt halt echt. Jetzt kommen wir wieder... Jetzt haben wir aber wieder zwei verschiedene Charaktere. Also aktuell will ich halt Finn vorne sehen. Weil er kann halt gut raus. Und Batman halt halt so dieses Problem hatten wir gerade ja auch gesehen. So 160 Damage, 170 Damage immer noch drin. Boah! Boah! Wie gesagt, Finn kann gut raushauen. Ja, das stimmt. Wiederhole dich gerne nochmal. Finn kann mit seinen aufgeladenen Attacken auch rumlaufen. Was ihn auch nochmal ein bisschen gefährlicher macht. Auch wenn man sie dann ein bisschen besser kommen sieht. Ja. Aber so für eine ganz schnelle Hand. Man sieht auf jeden Fall sehr viel Finn aktuell in dem Turnier. Ja. Jeder nutzt aktuell auch so den Finn vor dem Nerf. Ich glaube... Ich glaube Finn 7 auch aktuell momentan ist einer der stärkeren Charaktere an, oder? Weil online siehst du auch super viele Fins. Ja genau. Und die Leute die Adventure Time mögen, kommen da halt voll auf die Kosten. Ich glaube Finn ist für die halt einfach so. Oh? Adventure Time haben relativ viele gesehen. Cooler Charakter. Oh! Was passiert da mit Batman? Ich hab halt die Schnappe gehört, ja. Jaaa. Oh nee. War keine Ausdauer mehr da, oder wie? Ja, aber da war wahrscheinlich dieses... Okay, jumpen. Jumpen geht nicht mehr. Das war es jetzt. Und dann gepanickt. Ja genau. Und dann dieses... Man kann auch mit den Side-Attacks und so... Das hätte es noch rausgerissen. Das ist jetzt... Oh wie man es gehört. Das ist jetzt schade. Das war traurig. Ja. So wie ich will leben. Oh! Oh! Oh gemein! Oh! Der war böse. Der war gemein. Ja, damit haben wir den dritten Runde 2 Kandidaten. Das dritte Match ist zu Ende von 4. Ja, dann darf ich auch mal, ey. Ja. GG an beiden Teilnehmer natürlich. Das ging jetzt krank schnell, muss ich sagen. Das war schon heftig. Das war krass. Die letzten 4 Kills waren sehr schnell gefühlt. Auch der Erste, die Erste nach oben. Also der war halt super. Ja, woran hat es gelegen? Ja, man sagt dann immer, woran hat es gelegen. Okay. Aber trotzdem... Ja ne, er war zu stark. Also der hat actually sehr viel gespielt in letzter Zeit. In der letzten Woche gehe ich von aus. Und hat die Knöpfdrücke beim zweiten Stocks und gehört, als du wieder nach oben wolltest. Alter. Boah ey. Scheint die. Aber... Wir sehen uns vielleicht ja in der Kamenweglaunch. Auf jeden Fall. Ja, mal gucken. In der Zeit kriege ich vielleicht mein Problem gefixt. Na jo. Guten Luck. Jo, danke. Euch auch. Achja, ich kann jetzt austappen. Da war ja was. Danke, danke. Ich kann dich verschieben. Dann willst du schon mal schnell weiter. Ne, ne, ich geh schon. War schneller. Nein. Du gehst jetzt. Ja, ich befehle jetzt. Finde ich immer krass. Alle sind, wenn man auch so guckt, so nebenbei. Alle sind am spielen, obwohl sie nicht dran sind. Ja, na klar. Alle gerade voll am reinschwitzen. Das Ding ist, ich habe heute noch keinen einzigen Kampf gemacht. Nicht mal gegen Bots oder so. Ja, gut, aber bei denen kann ich ja nix. Aber ich finde... Witzig aus. Sie kommen bei Luhau. Ich habe mich auch immer gefreundet, wenn ich da war. Ja, das habe ich auch immer. Na gut, ich habe den Stream schon reingeworfen. Jo, ich sehe es gerade. Du siehst schon? Yes. Yes, okay. Ah, ich muss beim Spiel entmuten, ne? Ah, dann mute ich mich mal, komm nicht weg. Jo. Trashtalk nur Baloo, okay? Ja, ja, mache ich. Oh ja. Klar. Gut, wir lagern euch beide. So, das wird sehr interessant. Ist das noch die richtige Ansicht? Ja. Ja? Aber war krass, Nakamati. War krass. Von den beiden. Also starke Battles. Wir haben heute sehr starke Battles. Finde ich heftig. Es geht weiter. Wollen wir mal. Aber GG. Nächste Runde. Kannst dir direkt anschauen, gegen wen es dann vielleicht in Runde 3 gehen könnte. Sehr, sehr interessant. Sora habe ich natürlich schon ein bisschen gesehen. Aber auch schon eine Weile her. Baloo habe ich noch nichts von gesehen. Lief quasi unter dem Radar. Auch erstmal den Main hier vom Turnier bisher rausgepackt. Den Finn. Velma. Äh, noch gar nicht gesehen bisher. Hat aber drauf. Laut eigenen Aussagen. Muss sich viel heißen. Hehehehe. Das ist direkt die Geschosse. Also jetzt ist es auch wieder so ruhig. Weißt du? Jetzt kann ich ja auch einfach trash talken. Das ist fast gut. So. Okay. Beide kennen sich. Mod gegen Streamer. Ein Mod hat öfter schon das Verleihen gehabt mal den Streamer zu boxen. Baloo hat die Gelegenheit. Er kann jetzt für jeden Mod gerade stehen. Er steht für den Namen jedes Mods. Und kann sein. Jetzt. Den Namen aller. Der kann alle Streamer jetzt hauen. Quasi. Den ganzen. Den ganzen Frust. Den ganzen Hass. Dass man länger jetzt. Da sein muss. Ja. Und die ganzen Leute die man bannen muss. Und so. Da kommts. auch sehr even bisher. Bei Loom aktuell mit einem kleinen Vorteil. Ja. Heißt alles nichts. Von. Schaden. Bringt so lange nichts bis man nicht raushaut. Stark. Scheiße. Muss hier. Oh Gott. Da müssen wir so. Ne. Das könnte. Oh. Oh. Das war jetzt. Ja. Verbelastend jetzt. Das war leider. Der. Hat einen. Hat einen. Hat einen guten Vorsprung gehabt. Den hat er leider jetzt weggeschmissen. Na gut. Neul. Hatte bestimmt Angst vor Bun. Kann nicht. Kann ich verstehen. Da ist die Handtasche wieder. Jetzt wird gewählmert. Man merkt auch direkt. Äh. Das Kind der Brings. Direkt 5% mehr Damage. Da kommt die Seifenblasen. Kumpelblasen anders. Auch wieder stark. Auch wieder even. Aktuell. Ja. Gut. Nichts mit aktuell. Also sehr schnell ergendert. Sehr even. Beide pingpong battle. Beide ein pingpong vom raus. Schmiss. Oh. Da gab es die Schellen. Da kann er sehen. Oh. Guter Teleport. Stark. Oh. Da war Pingpong. Hat es noch nicht gebracht. Das war. Gut nachgesetzt. Jetzt muss Balou direkt. Um das Match. Noch schön eben zu halten. Oh. Dann gemisst. Wenn man macht aktuell. Ah. Hat sich noch gerettet. Ah. Man kann sich halt noch sehr gut retten. Mit den ganzen Zeit Detects. Und den Zeit Specials. Und den Ausweichen. Und Jumpen. Und so. Das ist halt ganz. Ne. Diese Stresssituation. Ne. Ist es natürlich ein ganz anderes. Ich hab's auch vorhin verkackt. Quietschen. Aber. Es. Man hat Möglichkeiten. Wir merken jetzt auch. Ne. So. Sechzig. Vorsprung. Heißt natürlich nix. Aber. 2. 2. Sehr spannend. Setzt auch gut nach. Bubblehead. Wird zugetrashtalkt Wenn man Trashtalk Charakter Aber da ist die Handtasche Die legendäre Handtasche Bringt jetzt nicht so viel Air Attack nach oben Oh Ein bisschen später, dann hätte es das sein können Das hätte es mit besserem Timing Aber Noch ist das Match offen Auch sehr spannendes Battle Und am Schreien Schauen wir auf seine Sicht Wo wir uns trennen Wo wir uns trennen mussten Wo wir Spielen mussten Allein am Karsten waren Er hat mich bestimmt vollgeschwärts Oh mein Gott Das war knapp Aber hat er sich gut gerettet Aber da nicht Oh mein Gott 1-0 1-0 1-0 Für unter dem Radar Für Baloo Sehr wild Score 1 Baloo Dex Okay Aktuell jeder der reingeschopft hat In das Game Und sich eine Premium Variante Geholt hat Sieht für die bisher nicht gut aus Die Moderatoren am Arsch Ich habe noch ein bisschen Respekt Ich habe sehr viel Respekt vor den ganzen Kandidaten Und je mehr ich hier sehe, desto mehr Jetzt haben wir auf den Schnappst und Gericht von Feidi Das war ein Deut Was ich natürlich klar wusste Der kann das halt Das Game Und es hat noch krasser geworden Feidi ist halt Jetzt mittlerweile für mich einer der Kandidaten Die ich weit sehe Pallad kann ich natürlich jetzt nicht einschätzen Pallad hat auch gestern sehr viel getrashtockt Das Feidi 2-0 raushaut Ich bin da gespannt, was der so gemacht So, Baloo mit dem Vorteil Musste wechseln Sora hat auch gewechselt Auf seinen Main Bin ich mal gespannt Jake auch ein starker Charakter Shaggy auch ein sehr starker Charakter Oh Baloo ist auch gut Er will die Chancen nutzen Bisschen zu früh noch Weil Shaggy hatte noch ein bisschen zu viel Zu wenig an Damage So rum Aber Sieht bisher ganz gut aus Auch wieder even Jake werden wir bestimmt nicht das letzte Mal in diesem Turnier sehen Aber dafür, dass Shaggy so Der leichtste zu erlernende Charakter ist Haben wir ihn ja auch bisher nur einmal gesehen Ich war auch am überlegen Shaggy oder Superman war meine Überlegung gegen Sherpa Hab ich falsch entschieden anscheinend Aber gut Comeback ist ja dritt Das ist ja das Schöne am Turnier Wir haben ja Double Elimination Oh mein Gott Die Skateboard-Kombo Auch sehr, sehr stark von Jake Auch sehr gut Die Kombos sind drin Shaggy aktuell im Nachteil Aktuell kam Bei mir war er so Man merkt so Als er eine Zeit lang jetzt nicht gespielt Auch am wenigsten Vorbereitung so gesehen gehabt Hat sich auf seinen Favoriten-Status ausgeruht Man merkt direkt die Schelle, die er dafür kassiert Bei Lu Schelle Aber Shaggy kann ja immer noch nachsetzen Das ist ein starker Kick Auch sehr gutes Battle Auch sehr gutes Battle Sora muss jetzt Wenn er das Badge verliert Ist auch in der Losers Lounge Das wäre ein ganz schöner Nachteil Für den Namen Aber das war gut Aber er hat er sehr gut gerettet Mit der Autoverwandlung Hat er sehr gut drauf die Rettung Aber er hat sehr, sehr stark gemacht Da war Ping Pong wieder Ping Pong hat es geregelt 340 Ist ein schöner Vorteil Aber den kann man Wie man sieht Sehr schnell wieder rausholen 30 Unterschied Das ist quasi gar nichts Das hat nichts zu sagen Jetzt wieder ein paar Schellen Aber sehr, sehr stark Ich habe ein paar Kandidaten Ich muss sagen Ich habe die ganzen Kandidaten unterschätzt Ich dachte so Das können Wir sind alle even Ist es auch bisher Es sind ja sehr knappe Matches Aber man merkt trotzdem Noch so kleine Unterschiede Diesmal konnte er sich retten Aber Da sehr, sehr schnell Die Reaction von Sora Hat er ausgenutzt Sehr, sehr stark Aber 70 Schaden Kann er auch wieder Rausholen Das Match Oh, kommt wieder Nee, diesmal gekontert Jake war schneller Aber Skateboard Move Hättet nicht Da, diesmal Wieder die 3er Skateboard Kombi Jake mit Oh Knapp Für Jake Sora schon bei 130 Aber Jake halt schon bei 80 Und ein weniger Und er kann sich gerade retten Und er konnte sich auch gut retten Das hätte Jake nutzen müssen Aber vielleicht jetzt Kein Schaden Oder Oh mein Gott Das war Das war gepanickt Schade Das war Also war schwer Und wieder Wir haben wieder 1 1 1 1 Sora mit seinem Main Der ist nun raus Aber Jake war sehr, sehr stark Kann er wieder benutzen Kann er wieder benutzen Sagt was Er hatet ihr Stimmt Fight using game Oh Gott Ja, das ist heftig Das ist krass Starke Battles Level jetzt Lebron Er überlegt Das werden wir sehen Von Sora Er denkt sich Ne, ne Ich tue es nicht Mit Skin 10% mehr Damage Nimmt man doch gerne mit Und gegen Jake Okay Mit beider Charaktere Haben wir jetzt verloren Aber beide Charaktere Haben auch gut Damage gemacht Waren beide Knapp Mit der Niederlage Jetzt werden wir Im finalen Kampf Alles ohne Perks Wer wird in der Loserslaunch Landen Was natürlich gemein klingt Weil Weil bisher Beide Kandidaten Sehr, sehr stark waren Allgemein Heute jeder Kandidat Bisher gute Leistung gezeigt Vor allem dieser Jake Akadari Und zu Recht In der Loserslaunch Wird dem Namen Nicht gerecht Ne Das ist ja Die Comebacklaunch Aber Klingt einfach Nächster Lassen wir einfach Den Aber jetzt einfach Mal schauen Wir sind jetzt Im finalen Kampf Letztes Battle Runde 1 Danach geht es Direkt weiter Mit den Runden 2 Beikämpfen Die Sieger Von Runde 1 Direkt wieder dran Da wurde Da wurde Da wurde Der Hungerhahn Bestraft Zu viel essen Ist nicht gesund War so ein bisschen Sora Jetzt mit einem guten Vorteil In dieser Situation Gleicher Trick Normal Bisschen Mist Das Hausboot Ist aber noch nichts verloren Also ein Schiesi Miesi Und das ist wieder Ganz nice Und man merkt Valua hat ein Problem Mit den Wenn er in der Luft ist Und keinen Boden Unter ihn hat Jetzt kann er diesen Skateboard Trigger Und ihn nicht ganz so gut Anwenden Weil er natürlich Jetzt nicht diese Doppel Ebene hat Und wenn man nutzt Nützt er gerade sehr gut aus Sehr, sehr stark Aktuell sehr even Von den Damage Zahlen her Aber man merkt Natürlich Zora Einen Punkt mehr Das ist ein klaren Vorteil Das heißt Jake muss dann auch Ein gut raus Also Der muss auch Liefern Na Könnt er nicht nutzen Das ist wieder Der Strahl Krass Das war's Mit dem zweiten Das In der arena Passt es Außerhalb Man So Man Vergleicht Mit Sora Sora Kann sich halt Immer nur Sehr gut Retten Bei Bei Balu Das ist noch Seine Nemesis Gerade Wie gesagt Viele Möglichkeiten Da war Jetzt Nichts Zu Wohlen Jetzt Ist es wieder even Aber Ein punkt Unterschied Da muss er Jetzt Liefern Da wollte er Wieder Fressen Fressen War es Bisher Gar Nicht Wäre Mal Gut Texten Aber Die kann Zum Kandidaten Natürlich Seht Wenn Ich Mach Beim Ist Mal Doch Nicht Mit Aber Bis Zum Nächsten Jetzt Natürlich Noch Zeit Es Wäre Ja Dann Wer Weiß Im September Muss Man Dann Schauen Wie Das Interesse Da Mal Da Ist Aber Ich Finde Sehr Cool Dass Wir Sogar Die Zwölf Geworden Sind Mit 8 12 Leuten Rechnet Und Sind 12 Sehr 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 Cool Und Jetzt Haben Wir Ein Sogar Der Sehr Klar Vorteil Ist Weil Du Kommt Gar Nicht Mehr So Richtig Ins Game Nutzt Es Gut Aber Da War Wieder Verschätzt Und Aber Ping Pong Keine Chance Sora Comeback So Muss Das Hat Er Gut Gemacht Starkes Match Wieder Sehr Sehr Starkes Match Da Kommt Sora Hier Sehr Stolz Raus Und Sagt Hier Bang Ich Habs Geschafft Wen Es Ein Kaster Der Was Liefert So Dann Wir Das War Das Vierte Match Runde 1 Sehr Sehr Starke Match Bisher Gesehen Heftig Hi Schambenden Strong Strong Von euch Beiden Nein Das War Viel Zu Ich Hab So Richtig Oh 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 Ich Habe Bisschen Angst Für Dieses Turnier Weil Daniel Hat Ich Mir An Nichts Gedacht Weil Er Gar Nicht So Viel Gespielt Hat Und Dann Hab Ich Euch Kämpfe Sehen Und Jetzt war Ich So Ja War Sehr Stark Am Anfang So Mit Finn Gut Geliefert Mit Jake Dann Auch Gut Gespielt Nur Die Probleme Wenn Kein Boden Und Him War Das Da Kann Man Gut Den Kontrast Wischen Bei Ihm Was Die Probleme Ich Hasse Es Aber Auch Am Boden Zu Kämpfen Ich Bin Irgendwie So Kommen Aber Knapp Richtig Stark Wir Haben Heute Allgemein Bisher Runde Eins Alles Jetzt Durch Alles Sehr Starke Matches Jetzt Kommen Auch Mal Die Mit Den Freilosen Mal Ran Jetzt Können Wir Auch Mal Die Sehen Wir Können Bisher Ausruhen Ja Jetzt Haben Wir Zeigen Habe Natürlich Jetzt Alles Schon Geändert Ein bisschen Kann Ich Panic Als Du Mich Bei Shaggy Schon So Her Gehauen Hast Dann War Ich So Gott Ja Als Da Kurz Im Vorteil War Dachte Ich So Okay Zora Mit Sam Main Im Rückstand Sehr Spannend Sehr 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 Gutes Match So Jetzt Haben Die Kandidaten Also Alle Matches Stehen Bereit Also Wir Fangen Direkt Weiter An Mit Den Gewinnern Aus Runde 1 Also Ich Längere Pause Die Wollen Mich Vote Kicken Ich Glaube Auch Ich Habe Meine Hacks Aktiviert Jetzt Haben Wir Own By Blind Gegen Freaks Dann Pal Gegen Sherpa Max Dream Gegen Nakamari Und Wulfi Gegen Zora Boah Bei Pal Bin Ich Aber Auch Mega Gespannt Den Habe Ich Halt Auch Noch Nie Kämpfen Sehen Ich Mein Sherpa Habe Ich Jetzt Gesehen Ja Bin Ich Aber Pal Meint Der Geht So Ein Bisschen Auf Button Mashing Und Hauptsache Nicht Letzter Da Kam Die Runde 2 Glaub Ich Sehr Gelegen Der Pals Wollte Sagen Wann Es Leider Nicht Er Gesagt Zora Fliegt Raus Was Oh 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 So Ne Das Persönlich Der Zwer Schock Ist Na Ja Ja Passt Pal Not bad Das Dann mach ich schonmal Nächste Match Vorheben Achso Ich könnte eigentlich benutzerdefiniertes Spiel machen Dich und Freaks einläden 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 Und ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten Ich meine das ziemlich allgemein Ich dachte das ist ein Turnier Vendier Ja viel 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 Deswegen habe ich mich eigentlich auch schon schlecht gefühlt gehabt Weil ich halt einfach gespielt habe Weil Battle passen Weil es Bock macht Und da war ich so Ich glaube so Keine Ahnung Wenn die wirklich nur so ein komplettes Fun-Turnier machen Wo keiner Skill hat Dann ist es vielleicht ein bisschen unfair Dass ich da mitmache Aber Ihr könnt mich alle Die alle voll reingeschwitzt Hier Ich dachte Wie geht es so komplettes Level 1 Bis 5 Und ein bisschen schön Und Voll die Spitzepartie Ja Die Vorstellung ist anders So ich habe Freaks schon mal in die Lobby geladen Du bist noch nicht hier Oh boy Ja aber Daniel hat wieder so diesen Heimlichen Trainiere und dann ein Comeback gemacht Ich sehe schon Ja genau Ich habe auch gesagt Er komplett unter dem Radar läuft er Ja Von der GUT aus nutzen Hat auch sehr stark begonnen Mit Führung Ja Wo da hatte ich Party Als ich bei Shaggy dann auch so richtig knapp auf dabei war Wo ich gesagt Das kann doch jetzt nicht sein Und ich dachte Ich muss einen dritten Charakter Wenn das mir eingefallen war Ich kann ja nochmal Velma nehmen Ja War sehr spannend Ich habe schon gelesen Ja Ein bisschen trainiert Sechs Stunden Aber insgesamt Playtime Also nicht viel trainiert Aber ich fand es trotzdem Also Jake Level 1 Und die ganze Zeit Kriegst du so Alle seine Moves Irgendwie ab So okay Level 1 Noch nie gespielt Ja Wirklich Ich weiß auch immer so krass Viele haben sich erst so spät Erst angefangen So richtig mit dem Spiel Ja Aber dann haben sie Aber dann gucken wir so bei Steam So 10 Stunden Spielzeit Ja Gestern angefangen Ja Schon krass Wir machen es wegen der Lobby jetzt Sonst freaks kannst du den Bildschirm übertragen Nochmal Ja Wäre vielleicht ganz gut Ähm Und du Äh Akkari Ich lade dich nochmal ein in die Lobby Mich? Ja Und dann steige ich aus Damit du äh Den anderen einladen kannst Den anderen klingst So böse Wenn ich den Namen nicht kenne Warte Hi Danke Freaks Kein Problem So Du klingst mir so übelstinklig Genervt Aber so Kein Problem Das ist ja alles Alles gut Ich bin ja nur weil du mich gezwungen Ja ja Nee Weil du verloren hast So einfach Ist doch so Hast du mit Rienhunk gezeigt wo der Hammer hängt Mhm So Mal kurz gucken Dann liebe ich sie Oh ey wir haben das Komm Fokus Ich hab grad gefroht So dann gucken wir mal Soll ich den nochmal schicken oder Na ich hab ihn ja nicht Deswegen Achso du hast ihn auch nicht Nee Da kann ich weg dass er dran ist Oh Aber er ist vor ihm gerade Deswegen schreib ich ihn jetzt mal auf An 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 Ein paar Minuten Sonst Kommt Freaks aber so weiter Ja Naja 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 Wart Sprich ich gegen mich selbst oder was Ja Äh Was Selbst hauen Ja Ah perfekt Fühlt ohne Ton Sehr interessant Hat meine Übertragung Ton Ja Also vorhin hatte die das Zumindest Nochmal Kurze Pinkelpause Wenn muss Ja Ah Ich Steige mal aus Dieser Lobby da aus Ja Ich Ähm Ah Ich bin auch ganz kurz in der Pause Für zwei, drei Minuten Bin gleich wieder da Ja Okay Der heißt aber auch so Wie er Sich genannt hat Mach ich da immer die Twitch ein Äh Die Rechen einfach kurz ein Wollen wir nur verbinden Ton an Dann kriegt mit Wenn er reagiert Schauen wir aber mal Ich muss das Spiel nochmal Ja Wird sehr weiter Sehr gut War aber sehr spannendes Turnier bisher Jetzt haben wir Runde zwei Kurze Downtime Also wer jetzt kurz holen muss Der kann das am besten jetzt holen Dann seid ihr auch nochmal kurz klingeln Aber wir wollen das eben nochmal kurz klären Dass es dann so gleich losgehen kann Man kann nicht Man kann nicht einfügen Jetzt starten Ist so ne Oder so Jetzt starten Skandal wieder Ach ne so Okay O-W-N-D 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 Bei D Das freut mich Das freut mich So Müsst du auch live Also müssen wir uns sein Hier Genau Mal eine kurze Vorstellungs- und Frage So Ruhig gerade Sehr konzentriert Weil er auch gerade Ein Kampf No Wim bin ich mal gespannt Hi Hey Ich kann leider nicht mitmachen Also gib dem Typen free win Ja Ich bin gerade anderes Okay Da hast du ja bei 20 Turnieren angemeldet Gut Easy Haben wir doch free runden hier Gemein Das freaks weiter Easy Get set Was Warum bin ich weiter Ja Er hat einfach sich bei 5 Turnieren quasi angemeldet Was Er nimmt aber nicht halt Ah Perfekt RGG Gut Korrekt Stark gespielt Nächster 2-0-Win Also Ja Finde ich auch Not bad Gut Dann wechsel ich den Server Bis später Bis später Gut Dann können sich die nächsten Kandidaten schon mal vorbereiten Freaks Free win Frech natürlich Aber machst nix Pile gegen Fadi Shepa Gegen Pile Let's go Na einer müsste dann gleich hier zu kommen und dann wieder Seine Übertragung machen Ich geh auch kurz in die Pause Ich muss einmal kurz pinken Einmal rein Gut Hatten wir einen der jetzt doch nicht kann Wollen wir doch elf Easy Also bis gleich Alter Sechs Stunden geht man halt schon mal zum Monat Wenn wieder smart Mix Keine Melone für dich Ich bin so der Beste auf den Clips Huch Das war's Ja Das war's Was war's Ich dachte ich hätte die Gießkern ausgerustet Upsi Upsi Scheiße Scheiße ich musste lachen Nein Der kommt zu mir weil ich lachen musste Bubba nein Ja er hat's gehört Bubba nein Auf jeden Fall die Runde lief dann natürlich nicht so gut Ich möchte jetzt nicht sagen woran es liegt aber ich war ja ich war MVP So Ein Bubba der wegläuft von dem den er abhängt Hält mich Heil mir Plankton Adi Sani Janik Nee gar nicht Janik Nee Janik jagt grad Bubba Oder andersrum das wissen wir noch nicht Komm her Bubba Komm noch ne Runde Bubba Komm noch ne Runde Bubba Nein ich werde sowieso den 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 Absprung Den Absprung Könnt Den Absprung auf 12 Könnt ich noch Er geht weg von mir Er geht weg von mir Er geht wieder Richtung Es ist auch erst einer da Ich hör mal kurz erst da hin Es geht Für Sekunden Ja Nein Das ist der Inbegriff von Belastin Mit gesprungen Kann man dir mal kurz nen Wind schenken ne Ja ja Weißt du schon Ja Finde aber interessant Ja Kein Also kein Free Win Für euch Aber Mal schauen Weil ihr bestimmt bestimmt ein spannendes Bälle Wie hast du dich dazu vorbereitet Ja 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 auf jeden Fall Ich hab grad die ganze Zeit noch gezockt Ich hab mir gestern Abend Hab ich mir Ähm noch Bugs Bunny freigeschaltet Ah ok Und hab den dann noch Ne war das gestern Abend Ne vorgestern war das Vorgestern hab ich mir freigeschaltet Gestern hab ich ein bisschen gezockt Und gestern Abend hatte ich halt keine Zeit mehr Deswegen hab ich jetzt heute noch ein bisschen gespielt So Ah cool Aber ja Axe Bunny macht Laune Alle anderen find ich kacke Alle anderen kann ich auch null Na gut Dann hast du zu mir Das ist äh Ein weiterer musst du ja noch können aber Ja Superman kann ich so ein bisschen Aber Superman find ich schwierig Aber ich meine du hast jetzt ja den Vorteil dass du Scherper hast Äh schon campen will Das ist natürlich ein immenser Vorteil Hab ich mir sofort seine Spielweise hab ich mir Ja alles analysiert Diner 4 Zettel ist voll Musst du Diner 3 noch extra her Diner 2 Zettel Ja genau Whiteboard voll Also alle Was für die Tarkos angewendet passt So muss ich schlagen und wen raushauen Ja ganz genau Ja genau Und so und so viel Schaden musst du ja gehabt haben Und so und so viel Äh so und so krieg ich den Schaden genau hin Mit nicht einem Punkt zu viel Man will ja auch nicht einen Punkt zu viel machen Na man will es nicht übertreiben Das ist ja Genau Man will ja niemanden demütigen ja Na so wirst du halt richtig Ich will nur nichts zu neu verlieren Hi 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 schon bei blind nicht hier oder der war nicht da nicht okay weil freaks auch nicht so hab easy gewonnen und so was nicht war so aber der erste war am anfang aber kurz hier glaube ich ich glaube bei mir mal ganz kurz reingeschrieben habe gleich am anfang der namen sagt nämlich gerade das ist doch wieder was okay okay ich dachte nämlich der kommt von dir und du dachtest der kommt von mir selbst ach so nee also du bist doch beide nicht nur heute zum ersten mal kurz um ein check gelesen ja da sind wir bei mehreren turnieren angemeldet und jetzt nicht weil er bei einem anderen macht haben wir doch ein freilos für freaks jetzt wow ja aber was spielt denn das freilos weißt du er kriegt sogar bei laien kriegt sogar ein freilos in der runde 1 und dann gibt das einfach weiter ein freaks also dann müsst du jetzt kämpfen und jetzt ist pall dran gegen chap und pall ist jetzt schon da ja auf pall bin ich jetzt gespannt habt ihr euch gegenseitig oder soll ich kurz machen damit ich ähm ich glaube du musst das machen ich hab chap auch nicht ja schon gemeint von dir jetzt verlangst du jetzt einiges jetzt musst du aber abliefern pall nachdem du mich so getrashtockt hast und wolltest dass ich verliere ja so habe ich jetzt nicht vergessen wie ich bin ich dachte nur du verlierst ich hatte meine calls wären dann komplett gewastet gewesen weil ich bin davon ausgegangen hat du mindestens halbfinale schaffst ja ok dann das rettet jetzt natürlich wieder ein bisschen aber ich bin wieder ein bisschen gespeichelt so ich verlasse die lobby naja ich geh dann auf torb ne jo jo bis später habt ihr wetten gemacht gehabt oder wie so naja da hat er nur gechattet ach so ich dachte das wäre ja auch voll geil gewesen so ein paar Twitch-Vorhersagen zu machen aber man kann immer nur eingelaufen haben ja das stimmt da kann man nicht so viele optionen treffen man kann halt nur sich selbst sozusagen ein bisschen wetten bei den Leuten naja ja aber Freaks war echt ein heftiger Kampf ich hab den von einer Küche aus beobachtet der war krank äh kannst du so starten also wenn ihr beide ready seid könnt ihr so starten ich bin gespannt was jetzt kommt ich weiß finale coming ja so da muss ich ein bisschen lauter drehen aber passt wenn ich Bugs Bunny spielen würde hätte ich mir so krank den Skin geholt ich finde ihn so lustig was ist das für ein Play? Shaggy gegen Bunny was ist das für ein Play? ich habe ihn noch nie Shaggy spielen sehen ja ich glaube er selber hat sich auch noch nie Shaggy spielen sehen der ist der Blinds ja es hat uns 20 Minuten oder 2 Stunden oder so im Labor da rumgechillt ja der hat einfach mein Shaggy gesehen und gemerkt ey der kann Spaß machen weißt du er hat einfach eins zu eins kopiert sehr gut ja aber besser kopiert jetzt rassiert er da mega weg damit ja weiß fand ihn jetzt nicht schlecht den Chef so ich bin gespannt oh also Paul mit seinem Main gegen Chef hatte seinen ersten zum ersten mal im richtigen Kampf benutzt mal schauen die Audio ist ja leise aber das macht nichts na ich hab das auch schon auf den Max gedreht aber aber kein Ding Hauptsache Bild genau die wichtigsten wir labern ja eh drüber genau dazu aber nur kein ähm kein panisches Klick mehr wenn man runterfällt das stimmt aber Bugs Bunny ich hab den halt noch gar nicht geholt ne das find ich so schade weil ich hab in der Closed Beta hab ich so viel Spaß mit denen gehabt damals ich muss mich dann eigentlich echt wiederholen dann hab ich auch das ist ja beliebt also soll er sogar alle der Meta Charaktere sein wo ich dachte oh echt war die Behauptung ich hab auch keine Bestätigung gesehen Wulfi musste sich auch ein Magier holen für ein paar Missionen oder sowas hat er auch überlegt ob Tom & Cherry und Bugs Bunny ja ich weiß nicht warum ich damals Tom & Cherry geholt habe aber Bugs Bunny wäre schon witziger gewesen ja weil Wulfi hat sich dann einfach nur geholt weil er einen halt braucht von der Klasse und der Maintainer also er hat richtig Gefallen herangefunden ah cool oh aber ist ja even gerade mhm aber da ist wieder Angriff verfallen und oh oh ja böse 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 wenn da der Hit trifft mhm oh oh da war sowas als Shaggy das ging schnell vorbei aber ich glaube er wusste nicht dass das dann passiert ja vielleicht dachte er nur beim Seitenpflichten oder sowas aber auch Flex einfach vom Charakter im Turnier aus zu probieren das ist schon wild ja das ist eigentlich schon und damit und dann miteinander in Führung zu gehen das ist schon ja das ist schon wild das ist schon toxisch auch ja ja schon diesen Favoriten auch anders angenommen ja aber jetzt oh aber 0-0 ja bei mir wurde auch getriggert ich habe ja so ein Command drin dass ich sofort trinken muss wenn das getriggert wird ja und ich war das wurde dann natürlich getriggert ja also ne 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 also das mach ich jetzt nicht wäre aber natürlich auch ein übelst toxischer Flex gewesen wenn na gut hätte Daniel das gemacht dann hätte es auch machen müssen der hat sich auch die Zeit dann genommen ja stimmt dann dann hätte ich es aber glaube ich auch gemacht einfach nur weil er ja auch alles weggelegt hat nur um das zu kriegen ja 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 ich hätte sogar irgendwie gesehen dass gerade er das auch macht das ist aus dem Kopf ja jetzt wissen es ja alle ja ne wohl viel kleiner Spoiler wenn wir gleich kämpfen unter Triggers das haue ich dann trotzdem eine rein ähm weil jetzt würde alles vorbereitend nur so einen Mausklick machen müssen nach ja 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 jetzt wieder ein bisschen touchy ein bisschen entfernen ja 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 man sieht glaube ich echt so ein bisschen dass er noch nicht so genau weiß wie er mit Shaggy kämpfen soll weil ja ja probier den halt einfach mal so ein bisschen aus in den Turnier ja komm kann man dann nun mal machen ein bisschen flexen ich kann alle ich brauche keine Tränen das wäre schon böse wenn er damit jetzt auch noch gewinnt Aber Shaggy muss man sagen, das ist wirklich so ein schöner Startcharakter. Ja, von der Bewertung her war der zum leichtesten zum Erlernen. Ja, also mit dem, der hat ein sehr einfaches Moveset, aber ich meine, gut, dadurch sieht man auch sehr einfach, was wir da Kanäle einsetzen, man merkt ihn sich auch schnell. Aber der hat auch Wumms, also ich finde Shaggy schon stark. Gerade sein Hieb nach unten in der Luft, der haut dich nämlich nicht Pfeilgraden nach unten, sondern sogar diagonal, was dich dann halt auch, wenn du über der Map am Rande bist oder sowas, kannst du rausfliegen dadurch und das ist schon übelst böse. Oh, okay, jetzt bin ich gespannt. Das Sandwich kann halt super stark sein, wenn er das zieht und sich danach auflegt, kann er so ein riesengigantisches Sandwich werfen. Das haut er auch super gerne raus und seine Ulti verfliegt dadurch halt nicht in Super Saiyan, das heißt, er kann das Werfung direkt nach unten herhauen. Oh, das ist ja schön, schön graue. Oh, da kommt die Rakete. So ganz random, irgendwann kommen die mal wieder. Oh, da ist die Führung. Oh, in die Rakete gerannt. Ich glaube, Bugs Bunnymils, das hat einfach nicht gefallen lassen, dass das Shaggy in ihm im Turnier ausprobiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Ja. Guter Uppercut. Freaks, guck kurz hin, damit du danach was lernst, weil Palbanta, äh, Sherpa Wolf oder Palbanta werden danach dein nächsten Gegner werden. Ja. Okay. Aber es ist ja immer noch alles drin. Das war jetzt das erste. Ich seh. Das war richtig spannend einfach. Deswegen. Oh Gott. Ja, jetzt kommt der Main gegen den Main. Oh Gott. Oh Gott. Was wird das denn? Ich hab leider, und das meine ich halt nicht böse, aber ich hab so die Vorahnung, das wird eine übelste Zernichtung jetzt. Ich weiß, was du meinst. Ich mein, da check ich grad einfach nur an ihm aus. Ja. Ja, er hatte nämlich noch keinen, soweit ich weiß hat er nämlich noch keinen Drittcharakter gehabt. Einfach während des Turniers einfach gucken, Finale vielleicht. Was nehme ich denn als Dritte? Ja. Das ist so... Boah. Holy shit, Alter. Ja. Oh Mann. Ja. Ja. Das ist halt auch ein Talent, das hat so ein Gaming, ist der Schäfer halt noch nicht schlecht. So Trackmania, das ist so den 1000 Besten in Deutschland. Oh wirklich? 5000 Besten der Welt. Was? Bei mir sind es 40.000, aber ich will nicht flexen. Ja, du spürst auch sehr wie Trackmania, ne? Du bist wirklich auch sehr großer Fan geworden. Naja, also jetzt war wieder angefangen nach 8 Monaten, aber das hat immer wieder Spaß gemacht. Und da kam so Valorant und so CS, alles gut dabei. Also Gaming kann er. Und jetzt halt nächstes Genre ausprobieren, macht er bisher auch nicht schlecht. So ein bisschen beat'em up, ich mein, ey, läuft ja. Ja. Ja, wenn du was anfasst, dann richtig sozusagen weg einschwitzen. Ja, genau. Das macht er ganz gut. Wobei, falls sich grad richtig gut schlägt, ne? Naja, das stimmt. Dafür, dass du jetzt für deine Theorie bisher mit, ne? Mit der Vernichtung, trifft noch nicht ganz. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja. Gute Rettung. Oh, da wäre ich aber für den Spike gegangen. Da gibt's die Schellen. Gute Rettung. Nächstes Mal Osu Turnier nie. Das kannst du behalten. Das ist Gaming. Ja, da bin ich ja erst ohne raus. Ich hab's mal probiert, tatsächlich. Es ging gar nicht von mir. Dafür hab ich kein Talent. Oh shit. Ist doch, ist nicht so weit entfernt jetzt bisher. Also wenn, falls das jetzt gut macht, da kann, wenn Renohund ja immer noch auch noch Probleme mit dem raushauen. Also ich mein, dafür macht er's halt sehr gut, aber der Charakter allgemein. ne? Ja, ich glaub, Renohund ist halt tatsächlich auch gut, wenn du den rausprügeln willst, ööö, außerhalb der Map. Ja. Weil es halt, ich find halt, aber fast alle Charakter, die haben einen unfassbar guten Down Smash. Oh? Oh, man 30 wäre okay, aber nochmal gerettet. Ein bisschen abwarten, gut gemacht. Aber das ist eigentlich genauso knapp wie der erste Kampf, ne? Ja. Ähnlich, genau. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sehr gut gerettet, sehr, sehr stark. Ja, ich glaube, Pall traut sich nicht so ganz aus der Map springen, kann das sein? Ja, das kann schwer. Wenn der lieber auf der Edge den Smash auflädt, dann startet er für den Spike oder sowas. Ja, das kann Schärfer nämlich auch gut mit diesen Rauch, mit diesen, mit außerhalb. Aber? Ja, das habe ich vorhin schon gesehen bei eurem Kampf. Da hast du auch einen bösen Schwanz speziell bekommen. Ja. In der Mansion. Dann macht er den Ball, okay. 77, ist natürlich ein kleiner Nachteil, aber immer noch alles drin. Dann müssen er bald noch zwei schaffen. Ein guter Schlagabtausch. Dann kommt Schaufler. Wenn das Dörfer einsetzt, flutet ja das Loch. Ja. Oh boah, die Rakete. Aber das ist viel, das ist viel knapper als ich dachte. Wie gesagt, ich dachte halt wirklich, das wird jetzt so eine übelste, ich hau dich kaputt Aktion. Ja, wegen dieser, ich probier mal aus zu, ich spiel jetzt mein Main. Oh! Ja, ja, passiert. Ja, der hat auch mal Schaufler ausprobiert, ja. Wollte ein bisschen gucken, wie die Map noch so aussieht. Ja, stark. Ja, aber man muss auch sagen, mit Rene konnte man auch gut vorhin sehen. Also vor allem bei mir auch, die Map Control hat er auch gut damit drauf. Ja. Jetzt ist es halt noch, jetzt ist er wieder ein bisschen vorsichtiger. Ich mag es halt noch. Was ich halt mag, ist, dass er wirklich so gefühlt alle Moves bei Rene auch benutzt. So, er platziert dann wieder den Kristall, macht Feuer, Bälle, Blitzkugeln, haut drauf. Ja, genau. Wer weiß, der kennt den Moves halt schon. Ja. Der ist drauf. Bei Elmer zum Beispiel vergesse ich immer, dass ich zwei Moves habe. Also wenn ich am Boden stehe, diese Daumen, dass ich das Buch werfe. Ja. Und ähm... Ja, ich habe den anderen Move gerade schon wieder vergessen. Der hat zwei Moves, ja. Ah, diese Säure im Boden platzieren. Das habe ich dann so oft eingesetzt, weil ich ein bisschen direkt drauf geachtet habe, aber das vergesse ich eigentlich auch immer. Oh, schön. Wichtig? Jetzt bin ich gesch... Ey, also... Weil Forst sich ein bisschen... Also... Er ist schon auf 100, es könnte sofort vorbei sein, aber... Ja. Das ist halt gerade richtig schön drin. Mhm. Theoretisch muss nur... Oh? 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 Aber das Problem ist, wenn er jetzt mit Rene Hund gewinnt, ne? Achso, gut, er hat Finn noch, ne? Mit Finn war er auch sehr gut. Ja, aber dann ist er zu Ende. Achso, stimmt, dann ist er zu Ende. Du hast recht. Du hast recht. Der Finn hat doch gar nicht erst getrypt. Er guckt ja gerade für das Finale, was er nimmt. Achso, Shaggy müssen zu probieren, ob das in Ordnung wäre. Ja, ich bin echt mal gespannt, Wix. Ey, wenn ich jetzt Shaggy im Finale bei ihm sehe, ne? Gehen deinen Shaggy. Boah. Und dann gewinnt er. Boah. Ah, das war schwach. Erste Runde hab ich's weggeworfen. Ah. Aber geh, 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 geh. Oh. Das war aber auch sehr stark, muss man sagen. Ja, waren das sehr starke Zweiterungen auf jeden Fall. Ja, Shepo ist heftig. Aber erste Runde hab ich weggeworfen. Das ärgert mich so hart. Er probiert seinen Charakter aus, das war schon wild. Oh Mann, ey. Sehr überheblich. Ja, damit haben wir dann Freaks gegen Sherpa in Runde 3. Aber natürlich haben wir jetzt noch 5 Matches davor. Oh. Stimmt, wir kommen danach auch gleich noch ins User-Bracket, ne? Bis später. Bis später. Ciao, ciao. So, das hier wieder schließen. Oh. So. Ne, krass. Warst du so? Ah, nee. Nee, war schon. Ich hab mich verkrucht gehabt. Ja. Was steht bei dir? Du hast gewonnen? Ja, ich hab gewonnen. Ich bin schon im Finale sogar schon drin. Einfach so. Ne, war ein bisschen leiser damit. War ein bisschen leiser. Aber passt. So, Max's Dream ging... Ja? Ähm, ist das Halbfinale dann trotzdem... Weißt du, wie bezieht man das jetzt? Wir haben jetzt ein Loser-Bracket dabei. Ist dann trotzdem das Halbfinale das Kampf beim Finale? Und wenn man das Finale gewinnt, muss man auch mal gegen die Finalisten vom Loser-Bracket kämpfen. Du meinst, es war ein großes Finale eingetragen. Du meinst dieses große Finale zweimal? Ja, man hatte eigentlich zwei Finale. Also man hatte eigentlich ein Halbfinale, Finale und dann nochmal ein Ground-Finale sozusagen. Ja. Das passt dann nicht, ja. So, ich hab ja beide... Mache ich einfach mal die eine. So... So, wie ist es beide? Dann müsste ich ja... Ähm... Ah, ich hab nur... Ah, Mann... Lässt du jetzt hier jetzt durch. Ich dachte, irgendwie ist es so. Achso, nee. MC Stream hat da ein Glückslos gezogen gehabt, genau. Das haben wir auch schon gesehen. So, dann lade ich mal wieder ein. Musst du mal kurz bis. Ja. Immer mehr Zeit. Guti. Dann stelle ich dir immer für die Kandidaten nochmal schnell ein. Dann müssen die das nicht. Ja. Ja. Guti ist eingestellt. Simon kann abgeschlossene Match ausblenden. Genau. Oh. Oh. Bist du angenehm? Hoffe ich... Guti ist das. Guti, wer kommt denn? Wer kommst du? Kurz dann dazu für deine Sicht. Wäre ganz nice. Muss ja nicht mit uns reden. Sehr, sehr spannend. WLAN. Probier es. Ich glaube, Naka Matri ist ja auch fair. Wenn es gar nicht geht, dann sagst du Bescheid. Dann machen wir ein Reset. Dann probier es. Aber das Problem ist... Hi. Hi. Ich hoffe, mein Internet kriegt gerade alles hin. Ja, wir testen das. Und wenn es gar nicht geht, dann machen wir ein Restart. Und dann muss Naka Matri einfach mal kurz testen. Wir schauen wir mal. Ich mach alles, was das Internet gerade zieht, auf jeden Fall aus. Also ich will darauf auf keinen Fall Schuld zuweisen. Naja. Wenn ich verliere oder so, deswegen. Ja, aber kannst ja... Wenn ich verliere deswegen, dann hab ich halt Pech gehabt. Ja, aber kannst ja sonst nach dem ersten Kampf oder gleich so sagen, wenn es direkt gar nicht geht oder so. Dann sag einfach Bescheid. Ja. Dann können wir ja noch mal gucken. Achja, ich kann ja schon streamen, ne? Ja. Dann kannst du auch testen, ob das machbar ist. Ja. Perfekt. So, ihr seht jetzt Multiversus, ne? Yes. Pass. Okay. Ja. Nicht möglich. Mhm. So, wieder gut lag an beide Kandidaten. Einstellungen wurden nicht geändert. Sehr gut. Genau. Und hoffentlich wird alle weg. Ich muss sagen, ja, dieses Diskurs tragen war natürlich so ein bisschen so... Na? Nicht so gerade das Geist, aber es funktioniert eigentlich sehr gut. Also zumindest, was man die Kämpfer zumindest zeigen kann. Ja. Natürlich so ein bisschen unhandlich und so ein bisschen, aber wieder mit so einem kleinen Eckmack. Aber so an sich, wenn man es auch mal wieder aktiviert, haut ganz gut hin. Hm. Hm. So. Okay. Ich muss dann mal wechseln. Also dürft ihr dann starten, wenn ihr beide ready seid. Also müsste ja. Also Mirko ist ja jetzt schon im... Am Streamen und am Warten. Also du könnt das so gleich starten. Sobald es passt. Ich hab ja glaube ich auch mal irgendwie sowas... Eine Voiceline von Scooby Doo. Die haben ja so ein paar Voicelines offen gelegt irgendwie. Aber das ist halt im League und die Frage ist mal wieviel Werk kriegt man da drauf. Ja. Weil da war glaube ich sogar... Andalf dabei. Also bei den anderen so... Aber man hat ja scheinbar schon ein paar Voicelines zu Scooby Doo irgendwie. Aber das ist halt immer so ne Frage. Also die ganzen Charaktere wurden ja alle schon aus dem Delta Mine gezogen. Also die ganzen... Die wurden ja alle schon gelegt. Das ist ja schon heftig. Also man weiß ja wie schon die letzten... Was alles im nächsten Jahr und so kommen. Das ist schon krass. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Oh Gott. Da ist er wieder. So. Ich muss ja jetzt aufpassen. Ich muss gegen den Verlierer da raus. Naja. Ja. Ich hoffe du kriegst LeBron. Ja. Ja. Was sonst. Ganz mal ganz. Wobei der Gewinner davon muss er dann gegen Sherpa Wolf kämpfen ne. Ne. Das war... Ne. Sherpa muss ja gegen Freaks. Ah Sherpa... Ah stimmt. Der Sieger muss aus dem Battle von Wulfi und dir. Ja. Ja. Also gegen mich halt. Das heißt ich muss siegen die Kämpfe. Ja mal schauen. Max Winkler wird es auch noch nicht einschätzen. Eigentlich hätte von Wulfi halt viel mehr Angst gehabt wie von Daniel. Aber da ich von Daniel schon so eine drauf bekommen habe. Wenn ich jetzt gerade ein bisschen gebrannt mag. Also guck du es lieber auch ganz gut zu Wulfi. Es könnte sein dass du gegen den Gewinner da kämpfen musst. Hoffentlich gegen den LeBron. Aber es fängt wieder ähnlich an wie beim Kampf davor. LeBron am Anfang erstmal so ein bisschen kooky und dann leicht hinten vom Schaden her. Ja. Wobei man sagen muss dass der Jake echt gut ausweicht die ganze Zeit. Ja. Also LeBron versuchte halt voll drauf zu gehen. Mhm. Aber er kommt die ganze Zeit nicht dran an Jake. Ja genau. War auch gute Moves bisher. Mhm. Auch gut abwechslungsreich. Also kein Verfall bisher. So rein spielerisch sehe ich Jake da gerade echt am fetten Rennerst einfach. Ja. Ich wage Sprichwörter einfach falsch zu benutzen. Wenn man die auch falsch sagt. Naja. Ja. Oh Gott. Ja also der Jake ist richtig. Aber wir finden den gut. Mir fehlen aber das Skateboard. Das ist für nichts mein Lieblingsmove bei Jake. Ja. Kommt er gegen dich. Nur Skateboard. Oh mein Ohr. Wann? Oh. Gumm Gumm. Oh. Bazuca. Ja. Oh. Stark Combo. Ja der Jake ist aber stark. Hat er gut gemacht ja. Hat er gut gemacht ja. Na jetzt ein bisschen. Na jetzt muss er. Aber das würde sich nicht gefallen lassen glaube ich. Jetzt muss LeBron. Er kommt gar nicht so großartig zum Schuss hier. Ne. Boah. Vier mal hintereinander die Jagd ist schon böse ey. Ja dann macht er schon ganz gut. Aber Jake geht echt nicht wass geht. Hat LeBron da vielleicht einen guten Counter gegen? Weiß nicht. Oh. Oh. Ja. 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 Noch bisschen zu wenig aber. War halt sogar ein Double Hit. Aber hat halt einfach zu wenig Prozente ne. Oh jetzt hat er den zweiten Ball weggehauen. Oh das hätte er nicht gemacht. Kritisch. Aber er hat ihn schon wieder ja ja. Beim ersten Hit kriegst du ihn ja dann auch gleich wieder. Ja. Genau. Jetzt ist er wieder mit Schaden hinten. Oh ja. Der war stark. Der war gut. Jetzt muss er halt. Ja er ist so langsam. Er hat sich nicht da das gefallen lassen von Jake hier. Genau. Oh ja. Das war der gute Move. Aber er reicht. Oh. Gut das Haus benutzt. Mhm. Außerhalb des Bildes das man auch nicht sieht ne. Ja genau. Beim Meister das Jake ist aber ich hätte das auch null dran gedacht wenn man es nicht sieht. Ich glaube dieser Schulterstoß bei der Brau wo er so kurz einschlag tankt und so doppelstark zurückkommt. Der ist schon ziemlich key glaube ich bei ihm. Guter Konto ja. Mhm. Der war sogar richtig stark grad. Oh. Oh. Da ist der Move. Oh. Gut durchgekommen. Ich hasse diesen Move ne wenn es so lang wird. Ja ja. Verstehe ich. Warte ist er wieder. Wollte grad zeigen. Meinst du den hier. Den hier. Oh. Stark. 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 Wollte mal. Oh. Auflappbarer Schlag haben wir rausgekommen. Oh oh. Oh oh. Das war wild. Aber man kann Shake den Kopf schlagen wenn der lange wird. Das ist. Boah. Wer den Jumps hätte ich mich nicht getrauen. Ich bin noch dabei. Aber wie lange? Ja das ist die Frage. Hahaha. 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 Ja man sieht. Max Dream hat heute sehr viel gespielt. Sehr viel noch geübt. Jake der Main. Man merkt das. Macht er bisher sehr 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 gut. Ich hab LeBron ja auch schon krass gesehen vorhin. Ja. Deswegen. Das ist jetzt kein Anfänger LeBron. Also macht er schon gut. Ja ich würde. Also der Jake der hat echt so. Der lässt keine Lücken auf zwischen seinen Attacken. Das ist ziemlich stark. Ne. Aber das hat LeBron im vorherigen Kampf halt auch nicht. Also der hat ja auch so hin und her gedribbelt die Gegner. Genau. Das will ich jetzt wieder sehen. Hm. Er hat ihn geködert. Ja. Oh. Oh. Oh ja. 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 Jetzt ist wieder der Verfall wieder drin. Das war auch sein Problem vorhin. Oh. Oh. Da ist er gut reingekommen. Gutes Timing. Da ist er jetzt reingerannt. Ja. Was aber. Er ist halt noch drin. Also wenn er ihn jetzt schnell rauskriegt ohne noch Schaden zu nehmen. Ja. Er ist wieder voll im Rennen. Ja genau. Das ist. Comeback ist. Ist unmöglich. Aber gut. Jake rettet sich auch gut. Muss man sagen. Es geht da auch gut hin. Jetzt ein bisschen Pferd benutzen. Und LeBron ist immer kurz davor. Jetzt. Oh. Hat immer noch nicht gereicht. Nakamati ist auf jeden Fall gut dabei. Der hat. Der hat. Der hat. Der hat. Der hat. Der hat das Feuer gerade. Ja. Jetzt will er nochmal. Ja. Auch Anges verfall beim Pferd. Den Move kann er nicht mehr bringen. Es kommt auch für dreimal die Axt. Die Axt tut halt weh. Oh mein Gott. Oh Gott. Wie gemein der Move hat. Bei beiden halt wenn ein Schlag sitzt ist es vorbei. Jake hat halt noch ein Leben. Genau. Und da. Ja. Da war's. Das war's. Das war's. 1 zu 0 für Max Dream. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Er hat sich der Ausrede gut zurechtgelegt. Aber. Seiend. Anscheinend. Doch zu gehen. Aber jetzt ist natürlich. Sein Main ist jetzt raus. Ja. Und er hat seinen. Das hat doch vorher noch immer gespielt nach LeBron. War's. Finn glaube ich. Genau. Nakamati hat jetzt noch LeBron frei. Und Finn hat dann noch übrig. Genau. Der sind noch möglich. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaub ich bei ihm. Ne? Aber auch hier, Finn, Level 8 schon gespielt. Da sehen wir jetzt, ob er geblieben ist bei LeBron. Ah ne, auch gewechselt. Doppelfin. Auch Finn. Ich glaube, ich wäre bei ihm bei LeBron geblieben. Aber ich weiß es halt nicht, wenn er mit Finn stärker ist, kann ich nicht mehr wohl sein. Aber der Bro-Bron war eigentlich schon... Aber jetzt ein Finn-Battle, ey, das wird interessant. Da werde ich jetzt so auf den Überblick verlieren, wer er ist. Ja. Hast du nicht Bink den Charakter und Fletten Skin geholt? Äh, noch nicht, tatsächlich. Ich finde Bink den für fast allen ziemlich schlimm, außer Bugs Bunny, Shaggy und... Ah, bei Velma ist er auch nicht gut, aber da ist krass was anderes. Ich finde dir immer so ein bisschen langweilig, dass ich sage, dass ich keine 15, 20 Euro wäre zu teilen. Ja, genau. Bisher war es für mich auch noch nix so dabei, wo ich sagen würde, das ist es jetzt. Mhm. Vor allem auch nicht mit so die Charaktere, so die Spiele. Und Shaggy hat man jetzt so bekommen, eine der wenigen coolen. Ja. Stimmt, weil der Cake Skin ist so cool, den mag ich schon sehr und den hast du halt auch bekommen. Aber der Shaggy war direkt am Level-1-Pass. Ich glaube, ich habe das getauscht sogar durch den Shaggy zum Schluss hingepackt und den Cake am Anfang, wenn die unbedingt einen Legend am Anfang haben wollen. Aber der Shake Skin finde ich ist eigentlich der stärkste, finde ich, im Spiel. Aber man merkt hier jetzt gerade, ein bisschen wieder ist ein Unterschied. So even gerade sind die Finn Schellen sehr gut da. Ja? Also jetzt Kampf, also das 1-1 muss er jetzt machen. Also muss mit Finn jetzt... Ich glaube, der ist mit Finn schon ordentlich stärker als wie LeBron. Mhm. Man merkt auch, der muss McStream jetzt nicht mit seinem Main-Spiel. Also... Naja, das könnte es auch sein, ne? Ich glaube, weil das Ding ist, LeBron-Clark war vorhin auch richtig stark. Nur der Shake hat ihm halt einfach nie Luft gegeben, um richtig hinzugehen zu kommen. Und jetzt hat er genügend Luft, jetzt darf er. Dass er aber die Hunter schon nutzen möchte. Im Lippenstift und eine Mascara drinnen, das ist zu weh. Na? Jetzt haben wir genau die umgekehrte Situation. Ähnliche Schaden... Ähnliche Schadenslevel, aber ein Punkt Unterschied. Nur dieses Mal auf der anderen Seite. Ja, stimmt. Das heißt, wir werden danach... Wahrscheinlich wieder LeBron sehen. Das ist einer von dritten, wo er sagt, er will jetzt probieren. Ja, und du kannst Finn gegen LeBron sein, oder? Mhm. Das ist einer der Finn wechselt wieder, also... Im Stream. Ja. Oh mein Gott, das war doch stark. Starkes Ding. Jetzt ist Mackmans wieder. Das ist der letzte ordentliche Vorsprung. Das Problem ist, dass er selbst doch nicht... Ja. Ich meine, jetzt ist es überhundert, aber es kann er trotzdem noch mal noch ordentliche Prozente drauf haben, bevor er wahrscheinlich rausfliegt. Naja. Ja. Dass er sich geschickt anstellt. Mhm. Also wir dürften ihn jetzt wieder, so wie es gerade eben war, nicht zum Zug kommen lassen und dann noch ihn raushauen und dann muss er noch einen Cheesy machen, im besten Fall. Ja. Ja, gut. War wichtig. Jetzt muss er nachliefern. Ich finde die Rickle-Mod-Map halt so hässlich. Ist die Map, die ich am wenigsten mag. Ja, tatsächlich sogar auch. Was? Matt-Höhle. Ja. Na, ich finde die eigentlich okay. Ich habe mehr Erwartung für die erste DLC-Map, aber... Achso, die DLC-Map, also erste neuere Map. Ja, ich finde, mit Rickle-Mod hättest du sicher was cooleres machen können, so. Keine Ahnung. Ja, das sind so viele Sachen, die sie besucht haben. Dass du richtig übertreiben können, irgendwas so. Ja, genau. Einmal eine langweilige Stage zum angucken, muss ich sagen. Oh. Jetzt schenken sie sich weiter nichts mehr. Ja. Ja. Aber das hat er eigentlich noch gut aufgeholt jetzt. Na ja. Der MC. Er darf halt... Jetzt hat er nur das Problem, er muss zweimal ihn raushauen und hat 120 Damage. Ja. Da musst du halt jetzt eigentlich vorsichtig und gleichwertig irgendwie aggressiv spielen, damit du ihn rauskrieg. Ja. Und dann Verfall. Ja, beide Vorsichtig gerade. Aber Verfall macht eigentlich nicht weniger Schaden. Das ist wirklich einfach nur der Stun ein bisschen rausgenommen. Ja. Und glaubst du machst da auch weniger Schaden. Ja. Gut. Mhm. High five klappt nicht. Wir können beide high five machen und gucken, wer fliegt. Aber erst mal, wenn es ganz knapp ist. Ja. Das wäre lustig, wenn das jetzt bei einer letzten Stock bin, dann laufen die von beiden Ecken so mit high five aufeinander zu. Luft high five auch nicht geklappt. Was? Sollte er vielleicht mal lassen. Er zur Faust greifen. Oh ja. Oh ja. 1-1. Gutes Comeback. Und jetzt hat er den, der am meisten gelevelt hat. Mit LeBron. Ist noch drin. So. 1-1. Finale. 1-1. 1-1. 1-2. 1-1. 1-1. 2-1. 1-1. was kommt jetzt und geht die maus hin da rein er schickt da ja sogar neben wir gucken wir geradezu was er dafür noch mal spielen aber er ist überlegter hat er noch nicht viel gelevelt ich glaube mit finn hat er gerade ein bisschen zu sehr eingesteckt vielleicht ist er nicht mehr so ganz confident und da kommt der lebron das kann jetzt sehr wild werden batom und cherries machen echt spaß die habe ich halt auch aber jetzt aber stufe 2 man muss jetzt sehen wie viel hat er da jetzt hat er jetzt viel im labor gemacht was hat er da weil es ist natürlich auch ein komplexer charakter ist nicht so leicht weil er zwei charaktere jetzt kommt damit klar und das ging an sie schauen dass wir jetzt interessant die himmels arena hatte wieder eingefangen ja aber jetzt an das verfallte sagt macht aber da gibt es riecht auf mit form und schwein also der kassenkillerblick drauf da kommt das comeback von lebron ja definitiv das war schon mal nicht schlecht er muss nur dranbleiben er geht nur auf die vorsichtige rote er weiß halt bei lebron nicht zum zukommen lassen wenn er das so ungefähr jetzt machen kann so ein bisschen so das moveset drauf hat dann kann das auch wieder gut werden ich meine aktuell macht das ja gut dafür wieder ein charakter mit einem niedrigen level der sehr gut performance zeigt das sind immer die suspekten charaktere level 1 und level 2 aber hauen raus als gibt es kein worgen plötzlich dass wir verfall was passiert er läuft wieder das war jetzt das zweite mal schon das haben wir vorhin auch einmal gehabt ja ich meine das stimmt eigentlich ne aber er war halt trotzdem schon bei hohen prozent er war trotzdem bei 90 oder 100 sowas glaube ich um die dreh aber tut er natürlich trotzdem weg weißt du nicht was da passiert ne ne ich auch nicht so jetzt habe ich lieber runter bei 90 ist unter meiner würde oder ja jetzt kommt vielleicht sogar ein controller disconnectet irgendwie oder sowas ja akkulär weiß man weiß es nicht ich meine vielleicht hat er windows 11 da haben wir einige das zum beispiel die usb kurz alle alle gedisconnectet werden dann alle wieder vielleicht hat er das ist das jetzt natürlich alles theorie hier aber ich habe manchmal dass mein xbox controller als super elite controller nur beim multiversus plötzlich ein disconnect schiebt und mein charakter läuft aber komplett nach rechts ich kann nicht mehr gegen lenken ok und das hat der freaks auch jetzt im letzten kampf ich dachte ja es liegt irgendwie an mir oder sowas aber freaks fiel auch mit dem xbox controller und der letztes genau selbe gestion charakter ist einfach nur nach nach rechts ist es nicht nur nach rechts gelaufen ja und er das ist im turnier und nicht auftritt das bei mir gegen mich am besten das findet ja ich merke aber muss ich erst mal runter kommen zu dir will ich auch nicht aber weiß du siehst ja was auf dich zukommen ja das war kein cherry mehr ja auch wieder lebron mit dem angriff verfall und wieder das ist jetzt wie es ist wieder ähnlich zum ersten kampf aber er hat gut ja okay richtig jetzt muss er weiter machen jetzt musst du drauf jetzt musst du ihn hochboxen noch oh ne oh hunderte damage schon solange er nicht rausfliegt ist noch alle am rennen oh aufgeladen da war die pfanne lebron jetzt wirklich immer noch gut schaden reinhaut er macht das halt echt gut ich hätte nicht gedacht dass er jetzt noch so dass er nach finn mit jetzt im level 2 an kommt und dann das noch besser macht das hätte ich nicht gedacht boah stark richtig stark er hätte ich zu viel panic gehabt hier oh ich fühle dich gegen lebron also ich kann jeden den win ne so ist es eigentlich aber ja schon gemein jetzt man hat einfach irgendwie respekt vor rap raw ja aber ich kann ja gut ich sehe ja grad wie man es machen muss oder angreis verfallen natürlich noch am besten aber die erstellen verteilen kann dann gut damit also ich fragen kann ob irgendein tag von angriffsverfall so ein bisschen profitiert gerade wie der von tom und cherry diesen cherry nach oben schlagen weil er ist vom angriffsverfall aber der hat so eine schnelle frequenz dass er direkt nochmal trifft so dass vielleicht mit dem verfall noch weniger rauskommt aus zu kommen aber das macht das sehr sehr gut boah das war da haut er echt rein mit cherry ja jetzt hat er wieder jetzt ist irgendwie die beiden kämpfen davor einem ist wieder die situation einer hat 100 er muss noch 2 machen dann kämpft er sich mega zurück jetzt wird es schwierig aber jetzt ist natürlich die möglichkeit ist da aber ein Fehler und es ist halt gelaufen das ist das problem immer man hat dann immer man hat selbst auch so ein bisschen angst dann meistens ja mal gucken wie im extrem damit jetzt umgeht wenn das sehr fokussiert bleibt dann kann das noch reißen ja aber marke martin macht es wieder gut ich bin mit lebron jetzt wieder drauf das hat er wieder ein bisschen abgekriegt aber nicht viel er macht es wieder gut angreis verfallen das ding ist man ist so schnell man auf 100% wenn du so ein paar hits kriegst ja das geht also jetzt ist jetzt macht er jetzt schon 50 ja ich bin gespannt ja hammer time komm 140 ich gönne den lebron oh mein gott krass krass vorbei stark das war starkes match alter schwede gg war ich am schwitzen gg das war stark alter finn ist aber auch der ist krass mit finn also ehrlich das sind keine schmerzen oh my god ist das best aber starkes match ja dank so bis später bis später tschau keine zeit für interviews weiter dafür werden wir nicht bezahlt hier gut jetzt haben wir Wulfi gegen Sora jawoll bist du direkt da dran ja kann ich mich mal kurz warm spielen dann für die Barriere aber gg das war Wulfi das Kevin Swam hintereinander fighten darf hä achso wegen loser bracket meinst du ja ja du mich auch da komm ich nicht rein und auch wenn glaub ich erst in der nächsten Runde dann oder boah ja Runde 3 willst du da rein kommen ah ne ne wenn ich jetzt verliere bin ich im loser bracket dann bist du genau bei mir also nicht im gleichen match aber aber krass weil ich lande dann wirklich im loser bracket dann genau da bei dir obwohl ich die erste Runde geschafft hab das irgendwie verloren ja das ist der einzige Nachteil dafür dass wir so viele sind die die Runde 1 gewinnen und dann verlieren sie genau so am Anschluss ja aber mit weniger Schande halt einfach ne muss man halt auch immer sagen ja genau genau sagt er auch noch genau musst du ja zustimmen musst du ja motivieren jetzt ja 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 natürlich ja das erste mal gegen Tom und Jenny gekämpft ja gut das ist natürlich auch ein Nachteil wenn man noch nicht das Moveset dann weiß so soll ich schon mal das Match hervorheben weil Wulfi schon mal einen Punkt eintragen passt ja Balou mit dem Free Ticket gleich frech so Balou mit dem Free Ticket ja Daniel hat das Free Ticket so ah ich will nicht mit Wulfi spielen normalerweise spiel ich immer mit Wulfi weißt du das so ein bisschen ja ihr kennt euch ein bisschen jetzt müsst ihr euch auslösen ja das ist das Ding dann ist das Ding das Ding ist wir kämpfen dann oft am Ende vom Abend immer noch uns gegeneinander da ob siege ich eigentlich immer aber ich hab grad ein bisschen aber jetzt ist ein Turnier man kennt sich halt einfach man kennt sich jetzt ist ein Turnier der Junge redet jetzt auf ich spür das ich überlege einfach zwei Charaktere zu spielen die ich sonst nie spiele einfach nur weil er die nicht kennt aber dann kannst du halt dass mich jetzt recht fertig macht na gut na gut ich mut mich dann mal bis später bis später machst du noch hier Watschi ach so stimmt ja hat sich fast vergessen watschi 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 so Dankeschön ich kann wieder haten das ganz gut ja wohlführe ist das freilos gehabt das heißt wir wissen noch nicht wie er jetzt spielt ich habe ein bisschen mit Finn gesucht zu sehen ich weiß also nicht wie er mit Bugs Bunny drauf ist Varsora kenne ich jetzt kenne ich Arial kann er auch also jetzt hat er seinen dritten Char ich bin gespannt ich bin da sehr gespannt wie das jetzt weiter geht ich bin da sehr gespannt wie das jetzt weiter geht sogar gerade eben knapp weitergekommen war schon wild und jetzt muss ich zeigen wer dann gegen Lugas ran muss und wer dann weiter kommt gegen und so Tom und Jerry im extreme oder oder bekriegt oder wie auch mir genau sorry so auch even besser so was veranstaltet man natürlich doppel Druck man ist nicht man sagt so quasi das ding machen wir jetzt aber wir veranstalten jetzt ein Turnier kommt dran aber dann gleichzeitig wenn man da noch mitspielt dann muss man auch zeigen hey ich habe euch nicht ich habe euch ran geholt weil ich kann das Spiel auch bisher macht es auch ganz gut sehr stark bisher macht es auch mit Aria sehr gut dann haben wir das letzte Loser Bracket wird hier entschieden wird hier entschieden stark aber falsche Einstellung oder? es ist ja 2 da wurde ein bisschen gemisst na gut ich meine wir beide eigenverstanden sind da haben sie die Einstellung kurz verkackt da war Sora wieder aufgeregt da war die Nervosität zu groß hat er die Perks gedacht aber er hat ja damit gerechnet das ist einfach nicht er hat irgendwas passiert so mal schauen aber immer noch gute Chance für Wulfi da aufzuholen er muss es nur nutzen er kriegt jetzt wieder Pauschell aber 44 immer noch absolut okay er muss nur jetzt diesen den Ausgleich schaffen ja ein bisschen distanziert er hofft natürlich so ein bisschen bei Spani ist der Mage dass er da auf oh gut dass er genau so auf Distanz noch einen Hit raus kriegen kann hat geklappt hat geklappt sehr sehr stark ich muss halt sagen die Kandidaten in diesem Turnier sehr sehr strong bisher wir haben jetzt alle alle haben wir jetzt gesehen also jetzt mit Wulfi sind wir den letzten der noch offen war sehr sehr gute Leistung wir haben ein bisschen Rakete ein bisschen schauen jetzt ist der Unterschied normalerweise die Regel ist ja 3 Chaos aber jetzt ist halt ein bisschen spannender noch weil Gleichstand und es reicht 2 na gut aber wir wollen kein Risiko eingehen dass er vielleicht noch ein comeback starten kann deswegen macht er das lieber so gut Veranstalter Bonus naja also wenn er das Turnier macht wir werden das hier für meine Erinnerung behalten Scheiße ich habe es erst gemerkt mit den 2 Stocks als der Finalspruch kam als ich gestorben bin ja na gut das wirst du unter euch klären dann halt ich mich jetzt raus auf jeden Fall mal kein Rematch er weiß nicht Wulfi wenn du wirklich ein Rematch machst machen wir noch ein Rematch mit 3 Stocks das darfst du dir jetzt aussuchen das überlasse ich wirklich kommen dass dir das zu wenn es mega leid ja ich habe schon gesagt wenn das jetzt so bleibt und du am Ende gewinnst aber wenn wir alle das merken dass Wulfi nie die Chance hat auf das Comeback und das dann werden wir immer darauf hinweisen ich habe im Match schon gecallt dass wenn ich jetzt verliere ich das trotzdem auch den Sieg nehme weil ah den dann nehme ich den Sieg den Loose nehme weil es halt mein Fehler war da hätte ich kein Rematch gefordert Wulfi gefordert auch kein Rematch ok da kommt ein normales 3er Rematch jetzt tu mir leid super drum ich habe es halt nicht gemerkt es wurde direkt reingeschrieben aber ich habe es nicht beworben aber nur ja das ist ja ok ihr müsst das ja unter euch gerne von da wenn ihr unter euch dann als Fittes sind dann easy ja das Ding ist Wulfi würde niemals ein Rematch fordern einfach nur damit er das wirklich immer behaupten kann falls der Loose dann kommt ja genau dass es nur deswegen war das wird jetzt egal was pass wie weit du jetzt kommst das wird immer das wird immer dein Nebensatz kommen es wird immer Zwischen und Schäden ja so dann könnte ich vielleicht nochmal erzählen ja ja so wer wisst es jetzt geht dann eigentlich erstmal ins Loser Bracket oder muss ich nach der IG wieder spielen danach gehst du ins Loser Bracket also danach sind also der Kampf dann kommen 3 andere Kämpfe und dann bist du dran also du hast 3 Kämpfe Puffer ja das ist schon krass und ja Meko krass also eine Stunde vor dem Turnier noch so boah ich hab ja nur Jake wie ein Spielchen noch heftig dafür gut performen mit den anderen Charakteren so Zora hat sie jetzt ein er schummelt den ersten Win und jetzt kommt sie aber das nächste Battle Shaggy gegen Jake Warten wir mal ab wie das jetzt weiter geht auch Jake hochgelevelt Shaggy Main Zora diesmal mit den richtigen Einstellungen schauen wir einfach mal ja das sind so Tasten ran tasten so kennt man es das ist wieder die Jake Combo die Jake heute bisher auch sehr sehr gut ich persönlich bin nicht so warm geworden aber ich hab denen auch nur eine Chance gegeben in einem Chaos Match in diesem allgemeinen Wettbewerb wegen er hat nichts zu sagen aber ich hab mal einen anderen Charakter gefunden egal Wulfi ist sauer der ist angepisst über über diesen Schmuh den Zora hier betrieben hat Zora scheiß egal aber Angriffsverfall war nix 1 zu 0 für Wulfi Pfff bisschen teasy miese machen Oh wild da wohl dann zuviel hätten wir fast nach hinten losgegangen beides sehr sehr knapp also beides so ein bisschen mit diesen runterhauen haben beides oh also ist natürlich beides noch drin 117 gegen 40 das ist quasi nix das ist eine Combo und Wulfi macht das gut hält sich gut im Rennen oh stark wichtig jetzt für Zora da weiter zu kommen aber Wulfi kommt echt gut wieder rein das macht er echt stark da hat das Zora hat direkt so was halt schon ein Move gemacht damit er nach direkt nachhauen kann muss er auch 100 damage hat er schon also Wulfi kann direkt in die wieder in Führung gehen jetzt ein bisschen vorsichtiger Shaggy ist warm gelaufen auf jeden Fall man merkt es also was halt schon ein Move wieder oh sehr gut von Wulfi oh sehr gut gerettet von Zora beide wollen so ein bisschen diesen 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 den Chaper way of life gehen aber sehr gut zurückgekämpft und Sora muss man ihn lassen sehr gut zurückgekämpft jetzt also so muss man es machen 100 sehr viel Unterschied und jetzt in Führung gegangen mit 100 mit 100 Schaden im Rückstand gewesen die nächste Runde gestartet und jetzt direkt nur 30 kassiert direkt noch einen Punkt rausgeholt sehr sehr stark aber immer noch alles offen vor allem jetzt 34 zu 0 eine Combo Unterschied sehr sehr wichtig jetzt kommt ja Wulfi ist wieder der kommt wieder rein Skateboard war es nicht Gum Gum Kanone schon na oh stark das war sehr sehr strong sehr sehr gut zurückgekämpft das war sehr sehr gut zurückgekämpft also sah für einen Vorteil von Wulfi aus aber Sora hat das wie gesagt sehr gut gemacht weil der Schaden zählt wie gesagt ist egal in diesem Fall es ist halt der K.O. damit ein 2 zu 0 für Sora oh boy sehr sehr strong sehr sehr richtig knapp sehr gut zurückgekämpft not bad ja war mir ein bisschen zu knapp zurückgekämpft aber ja das lief gut also der Anfang mit Shakin war ein bisschen holprig aber danach kam ich wieder voll rein ja das kommt mal mehr uff zumindest habe ich voll auf Gold wieder ja das kommt mal sehr gut mehr an genau das war jetzt Runde 2 dann haben wir das auch durch jetzt kommen wir zu den ersten Loser Brackets Lucas gegen Wulfi glaube ich sogar ja Wulfi darf direkt weitermachen ja ungefähr dreist dass ich einfach dass er zweimal campen will kenne ich schon mhm und damit haben wir auf jeden Fall die ganzen Battles Wulfi gegen Lugas ich gegen Nakamari gegen LeBron hier und dem Chef und dem den Teilnehmern Pal gegen gegen den Dave aka K.A. aber kennst mich doch und Balou mit dem Freilos also Balou hat eigentlich schon 2-0 gestompt also war schon krass von Balou jetzt was ist das Balou hat 2 Leute schon gewonnen oder die? na Balou hat jetzt ist ja jetzt ein Freilos weil der eine Teilnehmer ja nicht da ist also Balou hat jetzt also quasi hat Balou jetzt krass gestorben und dann jetzt hier flexen das ist jetzt wieder schön stillig für mich ich kann mich weiterhin schön zurücklegen ja aber ich könnte das mal ein bisschen zuschauen ne so vier Matcher glaube ich oder so ja da müssen sie hier beide selber ne Friendlist haben ah einer von euch beiden ja Wulfi vielleicht Wulfi schon im Wartezimmer achso der ist schon im Wartezimmer perfekt ich glaube die hast du die Beschränkung rausgemacht oder? Beschränkung? achso ich habe die Zuschauermodus bei dir verlassen ja die Mora ja so so genau Lucas ah Lucas Wulfi du kannst schon ran ne? da hin? das sehen wir das Match davor ich würde streamen ich wusste nicht, dass der Kanal offen ist ich dachte ich muss genuft werden lol ja direkt wie eine Minute nach dem Resort okay wie hat dir deine Niederlage geschmeckt Wulfi war saftig oder? das war ganz klar mit unfairen Mitteln gespielt ja also das werde ich dir jetzt jahrelang vorhalten das wissen wir beide ich war auch jeder war geschockt ja alle gib dir einen dritten Kampf nach dem Turnier wenn du willst ah ne passt schon ähm wie mach ich denn das jetzt am besten ich muss streamen Multiversus das sieht nicht aus wie ein Multiversus am besten ähm richtig die Anwendung übertragen damit wir den Thron haben ja 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 hab ich so passt das? danke dir jo ok ich würde dir empfehlen dass du dich komplett mute ist du willst uns labern hören das ist natürlich dir überlassen aber das könnte er ablenken ja sehr viel Trash-Talkout dabei also bei mir sind Fakten weil Soras ist Trash-Talk bei mir kam er zum Glück nicht Trash-Talk ich bin unfehlbar und zieh ja alle ab in dem Spieler also ne na find ich auf jeden Fall cool also wie du gesagt hast ich nehm lieber vorsichtshalber die Perk raus weil mir kein Fehler passiert du spielst ja ja das ist so stimmt ja man ey aber das ist wenigstens verkraftbarer Fehler ja sag dann mal Wolfi Mann in 10 Jahren noch werde ichs dir vorhalten ja wissen wir machen den Lobby auf mit Lukas oh das muss ja ne nicht in die Truppe gehen Komm, der Typ fordert, ey! Jetzt können wir zugucken, wie die den 2 vs. 2 online machen. Ja! Schöne Letdown-Rank. Ja, sorry. Schöne Letdown. Ja, ist ja gut. Sorry, Leute. Bottenzufig, okay? Wollt ihr nur ein paar Scheiße umgehen? Ja, nö, 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 das war Lukas. Ja, ja. Ja, sehr gut. Drei aus dem Regen, das kann man auch nicht verkacken, dass man das nicht macht. Ja, ist gut. Und was muss ich jetzt machen? Achso, ihr müsst ja gar nicht rein. Okay, tschüssli. Nice. Tschüssli, müßli. Könnt ihr auf Ready machen. Gutenack, wir dann beide teilen. Das coole ist, Wolfi hört uns gerade, wir können richtig schlecht reden, die ganze Zeit. Ich hoffe, Lukas zieht ihm so den Boden unter den Füßen weg. Oh ne, das ist so mies. Schade, er hat mich gefreut. Hätte ich nochmal mehr drauf gehauen ohnehin schon. Harley Quinn, oh, auch mit dem Zusatzkind. Da sieht man, wer kein Geringverdiener ist, glaube ich. Mhm. Bei Wonder Woman schon Harley Quinn, er hat das Gründung. Ja, ja. Ja. Da sind die Hosen gestopft, Mikael, ich sehe das schon. So, jetzt bin ich gespannt. Erstes Bett in der Losers Lounge. Weil wenn man nett sein möchte, sagt man Comeback Lounge. Aber gut. Oh ne, ist schon die Loser Lounge. Soll sich ja nicht gut fühlen da drin. Ja, das stimmt. Wer da drin ist, ist schon schwach. Was ist das für Anstattende, dann ist das okay. Man muss ja beide Sichten zeigen, ne. Ja eben. Wir wollen ja bei beiden Sachen vertreten sein. Ja, genau. Haben wir vorher abgesprochen. Das war schon, dass es kriegen muss. Oh Mann. Harley Quinn hat da vorher gar nicht gespielt, Lukas, ne? Ne. Das ist jetzt wieder ein Debüt. Den Charakter haben wir auch noch nicht im Turnier. Bestimmt, den hat man noch gar nicht im Turnier. Ich finde die richtig cool. Die ist richtig flott. Die ist richtig schnell. Die connectet richtig gut. Also, ich will die eigentlich auch noch mainen, eventuell. Weil immer wenn ich die gespielt habe wegen der Mission, hat die mir mega viel Spaß gemacht. Ja, ich meine, du hast ja jetzt gesehen. Das kann man, wenn das Turnier das macht. Das hast du ja jetzt gesehen. Verzwein mal. Kann man, aber nee, passt schon. So, ja. Wir haben das ja sehr gleich gerade. Die macht mir mega Spaß, aber ich habe mit dir immer die Probleme gehabt, die Leute rauszuwerfen tatsächlich. So mega hochboxen, dass es geht. Und danach habe ich immer ein bisschen gehadert mit ihr. Ja. Da bauten. Die Taunts sind so böse. Ja. Ich glaube, Wolfi ist auch gerade so ein bisschen überlegen, was er macht. Weil er, glaube ich, auch nicht gewonnen hat gegen Harley Quinn zu kämpfen. Das Ding ist ja jetzt, wenn jetzt, das ist die letzte Chance für beide. Wenn sie jetzt raus sind, dann ist das Turnier vorbei für sie. Ja, stimmt. Wer ist der Erste, der im Turnier rausfliegt? Das wird auch... Vielleicht laufen beide einfach runter, weil sie raus wollen. Ja, genau. Wir sind gefangen. Ja. 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 Aber... Ein guter Treffer noch von Lukas. Ein guter Skateboard. Ja. Keine Chance. Ah, ist schon wieder ordentlich Schaden reingehauen. Ja. Macht er sehr stark. Ja. Ja. Du hast keine Chance, um nachzuziehen. Das Einzige, was sich bei Harley Quinn nervt, ihre Sei-Specials sind immer in die andere Richtung. Du machst Sei-Special nach links, sie schießt den Handschuh aber dann sozusagen nach rechts, weil sie nach links düst. Sie muss damit halt auch den Gegner durchdüßen, um uns zu treffen. Ja. Starkes Ding. Wichtig. Ja, aber er ist halt gerade bei 100. Ja. Du musst echt schauen, dass er jetzt wieder ein bisschen Schaden reingehlt. Ja. Wir haben aber ja gerade gesehen, das ist möglich. Ja, definitiv. Gerade Harley Quinn, finde ich, ist da richtig gut da drin. Ja. Richtig schön die Füße in seinem Magenrahmen. Oh. Wulfi, schau mal ein Geschenk holst dir. Oh, sehr gut. Dieses dumme Pferde, ey. Wie toxisch. Serio. Wenn er kurz Luft hat, irgendeinen Taunt raus. Oh. Auch gut. Stark. Vorteil für Wulfi. Die ganzen Stockleiter sogar, ne? Ja, bisschen Gummi-Action. Oh ja. Ja, das ist leider, ich bin mir noch ein bisschen zu unausgeglichen. Lukas müsste dann ein bisschen richtig reinhauen jetzt in ihn, um das wieder reißen zu können. Ja, er kommt nicht zum Zug so richtig. Das geht leider ein bisschen zu knapp. Erst so zwei Schläge, immer so zwei Schläge und dann ist er wieder raus. Am Anfang hat er richtig reingehauen. Ja, genau. Dieses Spirit braucht er wieder. Ja, der Start war, der Start war gut, aber dann auch jetzt. Er muss einfach denken, dass Wulfis entgegen ist, dann wird man automatisch aggressiv und kann reinhauen. Das hat man gemerkt bei dir. Er muss nicht. So Startprobleme und dann so, ach ja, ist Wulfi, let's go. Ja, so ist gut. So macht er's. Okay, so machen wir's nicht. So machen wir's nicht. Ne, ne. Führung. Boah, stark. Vor der Wulfi. Da war ich 30 Minuten in der Poa gegen Welma. Nur um deine Aria zu bekommen. Wulfi hat also gegen meine Welma trainiert. Ich seh schon. Ja. Und Shaggy. Ich hab jetzt das gelesen. Du hast Welma und Shaggy trainiert und kriegst Aria. Ich hab aber Shaggy nur mit Bugs Bunny trainiert. Tja, dann hat meine Aria gut gepasst. Ich fand's sogar, ich war, komm so in Ordnung mit dir. Die hat's nicht sehen lassen können. Das könnte mein dritter Pick werden. Ich hab dich so dafür gehasst, ne. Ich war so gar nicht drauf vorbereitet. Hab seit Jahren nicht gegen die gespielt. Ich war so, Rata-Fan-Kamiko. Das war auch mein Problem. Ich hab dich so lange nicht mehr gespielt, dass ich mir dann so unsicher war, als ich die gepickt habe. Aber ich hatte die komplett vergessen, weil ich die ganz so überlegt hab für den dritten Charakter. Habe ich voll vergessen, dass Aria existiert, die früher mein Main war, wo ich mir dachte, warte mal, hachst du die ja nochmal raus. Lukas bleibt bei Harley-Win. Ja, weil du mit Skin, weil 10% mehr Damage dadurch. Ja, natürlich. Und auch 10% mehr Agilität natürlich auch. Ja. Während so ein nackter Hase mit Karotte einfach so gar nichts drauf hat. Ja, forscher Wolfi. Das kann man ja quasi. Ja, fucker. Aber beide haben einen Baseballschläger ausgepackt. Beide meinen es ernst. Aber jetzt die Frage. Wer macht bei mir den Homerun? Ja. Ich find's so gut, dass der Junge echt im Labor war, um gegen Velma und Shaggy zu kämpfen und dann der Abi abkommt von... Ja, das ist gut für Dicted. Mein Ansatz war ja direkt, okay, die beiden spiel ich nicht, ich spiel ja jetzt jemand anderes. Ja, genau. Das hättest du jetzt gerochen. Harley Quinn kommt wieder nicht richtig rein, also Starfurter Bunny. Ja, also der Bugs Bunny ist halt stark. Mit ihm ist er gut, im Main da tatsächlich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Harley Quinn der Main von Lucas ist, ich glaub nicht, weil sonst hätt man den im ersten Match schon gesehen. Aber warum hier zweimal? Ich glaub, die sind halt alle grad ein bisschen auch im Datteln neben dem Turnier, was natürlich Sinn macht, dass man zwischen den Kämpfern wieder ein bisschen trainiert. Ja, genau. Ich glaub, dass wir Harley Quinn vielleicht so ein bisschen probiert haben und direkt Gefallen gefunden haben oder sowas. Das Problem ist natürlich, die Randoms sind ja alles Loser und hier sind nur die krassen Leute. Ja, natürlich. Der Vergleich ist natürlich dann schwierig. So ein bisschen ist er schon wieder rangekommen. Ja, ein bisschen aufgeholt. Das zieht jetzt noch weiter durch. Ich hab das Gefühl. Lukas holt den ersten Stock. In die Rakete gesprungen. Das war der Fehler. Er hat den ersten Stock gefressen. Nicht geholt. Aber genau das wollte ich sagen. Jetzt muss er nachsetzen. Macht er auch gerade ganz gut. Jetzt nicht mehr. Das Ding ist halt. Das Ding ist halt. Er muss ihn halt erst noch Damage machen, bevor er ihn rauskicken kann. Das Problem ist, dass B2 auch sehr schön Damage austeilt die ganze Zeit. Ja. Er muss einfach nur schauen, dass B2 jetzt echt nicht zu viel Schaden austeilen darf. Aber das sagt sich halt immer so leicht. Wenn er das kann, kann der Gewinner auch. Ja. In der Theorie ist es halt so leicht. Aber man muss es halt erst mal umsetzen. Das ist es halt immer. Ich fühle mich wie so ein alter, der im Fußballstadion sitzt. Und allen Fußballern anschreit und schreit, was sie besser machen müssen. Aber das war gut aufgeholt von ihm. Jetzt sind sie echt wieder gleich auf eigentlich. Jetzt musst du noch ein bisschen Schaden reinhauen und alles wird gut. Ja. Oh. Oh krass. Bugs Bunny haut aber auch so übel rein, damit der trifft. Das tut einfach weh. Ja. Beide mit Angriffsverfall gerade. Mit ihren letzten Moves. Jetzt gehts wieder. Ja stark. Bugs Bunny brennt fast. Oh schade. Jetzt ist ihm gegrennt. Ja, aber das ist ein Geschenk, dass sie dann beachtet. Oh ja. Ja. Ne. Ja ja. Ne. Ich bin natürlich auf keiner Seite hier. Na ja. Ich vermerke das. Nicht gegen Wolfi. Oh. Na, ist er zu bösen? Aber immer noch. Oh stimmt. Von, von ähm. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Von diesem Girl da. Von dem Clown da. Alle hassen mich jetzt wahrscheinlich. Der Down Smash ist richtig stark. Also die wirft so ein Boxer schon nach unten. Das heißt er hat eine gute Range nach unten. Sogar. Na gut gerade. Wenn er da für einen guten Spike geht, kann alles gedreht werden. Oh. Das ist noch drin. Neben die Raketen. Das war Lucky. Aber. Wulfi lässt es gut nach. Oh ja. Wulfi schiebt Husky gegen die Lautsprecher. Aber. Das ist noch mal noch sehr even. Ich glaube Lukas muss sich mehr in die Luft trauen. Also mehr außerhalb der Stage auch. Na ja. Wäre noch ganz gut. Na ja. Das ist auch sehr stationär. Oh mein Gott. Also jetzt, jetzt gerade ist er geschlagen. Okay du. Oh. Unter zwölf beide. Ja. Ja stark. Niemand wäre rausfliegen. Ne. Ich bin beide auch ein bisschen vorsichtiger. Boah. Ja. Aber schön ausgeglichen. Keine. Ich bin ein bisschen vorsichtiger. Wenn er noch einmal. Ja. Oh. Stark. Jetzt musst du nur noch ein bisschen Schaden reinprügeln. Genau. Das dauert nicht so lange bis Bucky Bunny das schafft. Oh Gott der Kuchen. Also kann man schon fest davon ausgehen. Ja. Der Hammer ist so stark. Fünf Schaden. Gleichstand. Heftig. Sehr even einfach. Harley Quinn ja. Aber wie gesagt. Beim Schaden reinhauen ist Harley Quinn eigentlich sehr gut. Ja. Weil da ein paar gut platzierte Dritte. Mhm. Aktuell leichter Vorteil. Aber das ist quasi einfach nur ein Schlag. So. Oder zwei Kuchen. Das Ding ist ja jetzt. Lukas halt dem Kopf. Wenn Wulfi jetzt rausfliegt ist er absolut der letzte im Turnier. Ja. Der erste letzte platzierte. Mhm. Das ist ja quasi egal was bei mir gleich passiert. Ich bin ja trotzdem noch da vor. Ja. Eben. Eben. Du hast was länger drin als Wulfi. Ja. Oh. Boah. Stark. Boah. Das war ein wichtiger Move. Aber jetzt muss man nachsetzen. Ich glaube der hätte sich fast entschieden gehabt. Aber beides sind einfach genau gleich aufgehabt. Ja das ist ein sehr sehr spannendes Match. Wulfi kann es für sich jetzt komplett entscheiden. Und Lukas muss halt noch. Er muss halt dann wechseln. Stimmt ja. Ist ja nicht direkt vorbei ne. Ne. Oh. Ja. Oh. Oh mein Gott. Wenn der. Oh Gott. Ich hab leider trotzdem so ein Gefühl als würde Wulfi das trotzdem noch holen. Ja es ist halt nicht. Es ist halt immer noch. Es ist einfach. Es ist halt alles drin. Da kann alles passieren. Ja. Oh. Bisschen zu hoch geschossen. Oh mein Gott. Oh Gott. Wie ist das falsch. Aber ich glaube beide paniken grad so ein bisschen. Beide irgendwo und sie reinhauen und beide haben Angst. Ja man merkt so richtig den Unterschied zum Anfang, zum Mittel und jetzt. Oh. Oh. Nachsetzen. Ja. Und jetzt von Harley noch ein Baseball Schläger oder so. Oh. Oh Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja. Und Geschenk da lassen. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh da hätte das sein müssen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Letzte Chance. Ja. Das war's. Aber ich hab's predicted. Ich dachte mir das es trotzdem noch holt. Ja. Wulfi hat's geschafft. Wulfi ist weiter. Stark, stark. Uff. Das war sehr knapp. Ich hab dich vorhin gar nicht getoastet. Wulfi ne. Achso. Achso. So. Aber gg. Lukas war trotzdem sehr stark. Es hat's ja fast noch geholt gehabt. Also die zweite Runde war richtig stark. Und Lukas kriegt auch nen Toast. Weißt du? Ich hab dir auch keinen gegeben. Du kriegst nie wieder nen Toast btw. Auch nicht ab Season 1. Falls wir da jemals wieder in der Runde spielen. Ne. Kein Toast mehr. Ich hab schon gesagt. Hättest du hier jetzt verloren Wulfi. Wärst du als erstes der komplette Verlierer gewesen. Tatsächlich. Lusgeschein hätt's nicht gegeben. Also. Ich hätt's Lufe schon verloren können. Aber ich hätte natürlich nur wegen Teil einer unfairen Spielweise verloren. Sonst wärst du ja nicht im Loser Bracket gelandet. Halt echt. Ich hätte so ein Comeback geholt. Das glaub ich mir gar nicht. Also. Tschüssli Müsli. Tschüssli Müsli. Den Rochen und so. Ja. Damit haben wir den ersten. Damit Lukas der erste der ausgeschieden ist. Hoffentlich bin ich der zweite. Vielen Dank fürs mitmachen Lukas. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Das ist ein Großpreis von mir nachher im VC. Kriegst n ordentliches Bussi. Ich sag's dir. Ja ja ja. Genau. Jetzt geht's direkt. Rakatari kriegst du auch eins. Ja. Hoffentlich. Genau. Jetzt haben wir direkt der zweite Battle. Nakamatri. Gegen mich. Ich muss dir jetzt auch zeigen, dass ich nicht rausfliege direkt. Ich mein sonst. Na gut. Dann kann ich mich aufs Trashton konzentrieren und so. Aber hey. Ja ja. Das wird auf jeden Fall jetzt wieder ein spannendes Match. Bin sehr nervös. Aber ich weiß mein Gegner auch. Von daher ist das Paster. Von daher alles gut. Diehst du jetzt ab meinst du ne? Genau. So. Also. Ich will dich hier jetzt echt nicht verlieren. Sonst musst du diesen VC auch verlassen. Achso. Okay. Mein Discord. Ich muss meinen eigenen Discord verlassen. Hey ja. War ja abgemacht oder? Wenn du gewinnst kriegst du meinen. Wenn ich. Dann krieg ich deinen. Hm. Hattest du vorhin Ton? Oder soll ich. Muss ich. Ich hatte vorhin Ton. Also am Anfang im Menü nicht. Aber der Ton kam dann sehr schnell. Also. Okay. Also anderen passt. Okay. Sehr gut. Dann. Live gehen. Passt. Hopp. Guti. Dann kann Matri. Dann sag Bescheid. Wenn du ready bist. Vorher mach ich nichts. Ich bin ready. Du darfst. Okay. Warten wir jetzt noch. Warte ich noch auf meinen Gegner. Der jetzt auch ready ist. Ich hoffe. So. Wenn Karton ist. Wird es aber sicher. Ey. Früh genug beschweren. So. Komplett. Full Mute. Ich starte dann einfach mal. Äh. Ich muss die Szene wechseln. Und warte. Alles gut. Ich muss halt. Ich hab keinen Spielstand gerade. So kommt hier der Hake gleich. So. Es geht los. Mein zweiter Kampf. Mein letzter Kampf vielleicht. Ich hab noch einen. Ich habe gerade gegessen. Mein Controller ist aus. Das ist schlecht. Halt. Stopp. Mein Controller ist aus. Äh. Ist jetzt belastend gerade? Hm. Bei drehen sind wir. Kurz. Kurz Unterbrechung. Geht gleich los. Bei drehen sind wir. Oh. Ja. Gut. Aber das Ding ist. So. Bei drehen nehme ich den Hohen. Gar kein Problem. Ja. 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 Ich kenne dir diese Memes. Mit diesem Baby Yoda. Ja. Ja. Wenn man als siebenjährig sein. Der hat den Gamer gibt. Damit die die Batterien wieder richtig rum reinpackt. So, set jetzt. Okay. So, ich bin jetzt ready. Nagarmatterien sagt gern Bescheid, wenn du ready bist. Sorry dafür. Die Batterien sind rausgeflogen. Also, Deckel war noch drin, aber die haben sich so krass verschoben. Also, sorry dafür. Will dir den passen noch? Na, ich hoffe, der passt auch. Wenn ich schlamm bin, dann bin ich sonst einfach nur. Wird ja nicht das Problem sein. Das ist ja jetzt ein Gut. Wenn das sein sollte. Okay, jetzt aber. Jetzt mein zweites Match. Jetzt muss ich liefern. Sonst ist scheiße. Das Ding ist, ich habe zwei meine Charaktere halt noch nicht genutzt. Ich habe ja so Respekt davor, bestimmte Charaktere zu nutzen und welche nicht zu nutzen. Ich kann mir vorstellen, womit er anfängt. Ich kann mir aber vorstellen, womit er nicht anfängt. Und das, weil es 50-50 ist. Äh, werde ich dann bestimmt verkacken. Also, einfach. Okay. Damit habe ich jetzt gerechnet. Lehren. Let's go. Okay. Good luck. Good luck. Das wird jetzt wild. Na egal, wer jetzt rausfliegt. Hat eine gute Performance geliefert. Also, dann bin ich einfach gegen die krassesten und muss ich gegen die krassesten und krassesten ran. Aber, das macht halt nichts. Früher oder später muss man eh gegen jeden. Aber mal schauen. Next is best of three. Losers Launch Runde 2. Push. Wie geht das Spiel? König James. Sehr gut. Alles klar. Und Basically. just so. We'll be fou. Wsten ich mal das. Hahaha. Rudolph Astell. gut rausgeholt lucky ich brauche ein sandwich moment das kann ich nicht kämpfen bin sonst schwächer das war gerne oh wie kann mein sandwich daneben landen frech ja mann mit superman wäre ich besser dran gewesen mann feidi warte auf mich er hat aktuell keinen ball jetzt hat er wieder einen ball scheiße oh mein gott oh gott ne 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 warte auf mich dankeschön ehre dafür in der kammerie also sorry für den spielstuhl weil ich gar nicht nur auf nutzen aber es bietet sich ja voran oh mein gott was sind ja drei ach du scheiße was habe ich habe vergesse sache was ich eingestellt habe ich habe den umgekehrten sora gemacht aber hier ach scheiße wer es waren lasst mich bitte das für nett danke alter oh mein gott fall raus bitte bitte sein geschnürt ahhh ahhhh Oh mein Gott! Okay, ich hätt Shaggy spielen ein bisschen gefreut. Fuck. Oh ja, Rematch. Oh mein Gott, ich bin gar nicht so schlecht mit Shaggy. Gut zu wissen. Ich hab gar nicht von Auraus probiert einfach. Okay, wen spiel ich jetzt? Ja, spielt Finn auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich, aber mein Gäst gerade war auch richtig. Ich könnte Rehnhuhn spielen, aber dann sieht man, wie den Rehnhuhn nicht gespielt wird. Ich mach jetzt den Mirko. Finn, Finn. Er hätte auch den Brawn spielen können. Aber ich hab damit gegambelt, dass er genau den gleichen Move macht, wie gegen Mirko. Klar, ich hab nicht vergessen, dass er auch wechseln muss. Ne, ne. Also ich hab vergessen, dass er... Ihr wisst, was ich meine, dass er nicht wechseln muss. Also ich hab gedacht, er muss auch wechseln muss, aber nicht. Egal! Ich spiel gerade, ich kann nicht denken. Multitasking lasst mich. Okay. Jetzt mach ich genau wie Mirko, krieg ich halt aufs Maul. Und dann spielf Tom und Jerry die. Ich muss sie hier freistellen, warte kurz. Ich hab's da gelernt, wie's geht. Den Taunt! Alter, ich hab getauntet! Frechheit! Oh mein Gott. Boah, das ging nach hinten los. Ich hab auf den falschen Finn geschaut. Oh mein Gott. Boah, das ging nach hinten los. Oh Mann. Scheiße. Da hab ich... 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 Verkackt. Oh, lucky me! Scheiße, falsche Taste. Gemein. Hat er aber gut gemacht. Oh mein Gott, wichtig. Nachsetzen. Scheiße, kann ich nicht. Wollt nicht taunen, sorry. Noch stark? Ich sag zu meinem eigenen Mut war stark. Gar, nach Arroganto geht's nicht. Stark, das war gut von dir. Na, nach Arroganto hat ihn gut gemacht. Oh, mein Gott. Stark worden? Stark worden, vor allem. Ah. Hat er gut gemacht? Oh, Mann, da hab ich verkackt. Ja, sehr, sehr stark. Sehr, sehr gut. Oh, mein Gott. Scheiße. Oh, mein Gott. Ich verkack meine ganze Führung. Also, hab ich jetzt auch schon ein bisschen verkackt, theoretisch. Oh, Mann, äh, ja. Oh, mein Gott. Stark gemacht. Ah, das war stark. Hat er sehr gut gemacht. 1-1. Sehr gutes Comeback. Sehr, sehr stark. Bernd Höhle ist auch Schmutz. Aber sehr, sehr stark. Ja, ja, rückwärts. Alter, ich schwitze richtig hart, ey. Oh, jetzt kann ich rausfliegen. Aber egal. Ich hab' sehr gut, ich hab' kein Verbrief, halt immer bis zum Ende, ja. Muss man mir lassen. Ich probier's weiter. Das war, ich probier's weiter. Wir haben gewechselt und es ist weitergekommen. Mal gucken, ob ich jetzt rausfliege. Weil ich jetzt bleibe. Er muss jetzt wieder LeBron. Hab' ich... Da konnte ich gerade... Ah, nee. Sein drittscher. Selber Sparkkonto. Na gut, wenn ich rausfliege, dann ist halt so. Dann ist das okay für mich. Na, weil... War sehr geile Kämpfe bisher. Okay. Puh. Nehmen wir uns mal. Waren auf jeden Fall geile Kämpfe. Die ich hatte. Sehr intens. Sehr, sehr intens. Hab wieder gut... Ich hab gut angefangen gerade, aber sehr schlecht, aber sehr schnell nachgelassen. Beziehungsweise er hat sehr gut nachgesetzt. Er hat, äh, mein Torn auch am Anfang weggelassen. War frech von ihm. Na, stark. Ich verkack's gerade. Auf allen Ebenen. Aber Angriffsverfall, danke schön. Scheiße. Alter, mach das gut. Ich hätte nicht... Ich glaub... Ja, ich glaub, das war vielleicht... Vielleicht war es mein Fehler. Aber beim Finn zu bleiben. Das ist möglich. Ja, er macht's halt sehr, sehr gut. Ja, scheine Schneide. Scheiße. Wonder Woman kann er noch besser. Schade. Ich mein, gut. Ich muss noch... Aber ich komm gerade echt nicht zum Zug. Ich muss hier den Cheesy Miesi machen. Na gut, das war okay. Sehr gut, wieder reingekommen. Von ihm. Ah, lucky. Mach das sehr, sehr gut. Ja. Mach das sehr, sehr gut. Ah, Mann. Da hätte ich besser machen müssen. Oh mein Gott, aber das ist jetzt schwierig. Habe ich gerade getauntred, was wir sehen? Oh, nö. Oh, nö. Ah, stark. Ich bin sehr froh über den Angriffsverfall gerade. Oh, nö. Oh, nö. Wollte ich nicht. Ah, zurecht. Boah. Boah. Stopp. Ich komm gar nicht rein. Oh. 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 Das ist ein Vorteil. What the? What? Da habe ich gerade... Das war Lex. Vielleicht wegen mir. Das kann sein. Vielleicht wegen ihm. Egal. Machen wir weiter. Ah, Mann. Nö, nö. Ah. Ich krieg so richtige Schwitzfinger gerade. Eui, 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 eui. Oh. Was geht dann? Abwärts! Ihn stets vorbei! Seee! Fünf Sekunden verendet Holy shit! Ah goddammit, wer den ich versenkt? Oh mein Gott, der Mibel! Oh mein Gott, ey! Danke, Patrick! Gigi! War das heftig! Ah, danke schön! Warum ist das... Natürlich erlauben! Ey, das war saustark! Der Kampf, holy shit! GG! Alter, ich schwitze! Das tut das so! Alter! Gut, dass du kurz stehen geblieben bist! Also eben! Geht dir bestimmt genauso! Ich bin überpumpt! War das spannend! Holy shit! Ich bin froh, dass bei Finn geblieben bin! Weil, ob ich jetzt rausgeflogen werde und nicht, 5 Sekunden vor Ende wurde es erst entschieden! Und wir waren even! Spannender geht es nicht! Holy shit war das geil! Also, GG! War sehr sehr knapp! Holy shit! Mist warm! Das war krass! Mist warm! Das war richtig krass! Target Switch! Alter, das war so... das war heftig! Darf ich fragen, was das mit deinem Shaggy da war? Heftig, ne? Ja! Ein bisschen! Also... Was war dieses Shaggy-Gameplay? Ich dachte, wenn es für Sherpa das kann, probiere ich das auch mal! Ne, ich hab... Du hast es so reingeschwitzt! Ne, Shaggy habe ich schon ein bisschen geübt! So in den... so ein bisschen, sag ich mal, aber... Wir kamen halt gut rein mit dem Gameplay, also... Das war halt so... private ein bisschen gespielt gegen... So mit... diese allgemeinen Webbewerbe Damals wurden ein, zwei Mal Shaggy reingeworfen Ja! 15 Mal Shaggy oder so, aber... Finn habe ich öfters gespielt, das hört man gar nicht merken! Das war... holy shit! Aber das war richtig, richtig knapp! Richtig, richtig gut! Megaspannender Abschluss, irgendwie! 5 Sekunden vor Ende! Der Timer fing an zu piepen, ich denk mir so, was?! Was, das war ein 7-Minuten-Match? Ja! Krank! Und event! Also... Eher leichter Vorteil, aber holy shit, das war... Ja, am Anfang sah es echt so aus, oh, das war's für dich und dann hast du echt gut, gut aufgeholt damit! Ja! Deswegen hab ich auch gesagt, ich glaube, eventuell machst du es sogar, weil du eben gerade so beim Aufholen bist! Sonst heißt, du bist für mich halt dann so... Dann lief gerade so ein bisschen das bessere Gameplay ab, sonst könnte man ja nicht aufholen! Ja! Aber boah, das war doch knapp, ey! So oft dachte ich, dass das vorbei ist! Ja, das ist gegen Wulfi, ja! Das ist das nicht! Ja, so wie Wulfi! Wäre Spaß! So, ja! Pal weiß direkt Bescheid! Sehr gut! Alter, ich hab voll schon geduscht! Ja, ich wollte grad sagen, wirst du wahrscheinlich erstmal ein Handtuch gehen holen, oder? Alter, ich bin doch echt bumm gerade! Shit! Also, ich bin schon... Also, knapper ging's nicht, ja? Ja, ja, bei Wulfi war es natürlich unfair, sagt schon wieder, er hat eine unfaire Lage gehabt, ähm, er hätte alles gerissen mit noch einem Stock, weil hätte ich ja keinen Vorsprung mehr aufbauen können dadurch! Ähm... Ich hab den Bildschirm schon da, ich bin ganz kurz nochmal weg, aber ich lass den einfach laufen, ihr seht's hier trotzdem, mit Ausrufezeichen, Multischreiber ich nochmal rein, dann könnt ihr direkt... Ach, ihr auch macht das Video, das wird natürlich auch geöffnet, ganz krass! Und... Und... Ja, ja, bis gleich! Äh... Also, ich bin ready! Also, zum Zuschauen, zum Spielen nicht mehr! Aufbauen nicht mehr! Äh... So wie es euch passt! Oh mein Gott, ich muss jetzt meinen In-Game-Sound noch ausmachen! Ich hab immer nicht doppelt hört gleich! Boah! Ah, ich muss meins noch ausmachen! So! Hoffentlich, äh, versuche ich jetzt nicht mit meinem! Dann wird schon ein Peils gewechselt! Wäre so gut! Ui! Sagst du, dass ich bin so... Mir ist so unfassbar warm! Shit! Ey, ich war schon... Ich war vorhin so... End... So 1-1! Nakamati fängt an zu kämpfen! Hauptgevolle Fresse mit... Mit, äh... Wonder Woman! Ich denk mir so, alles klar! War auch spannend! War schon ein tolles Turnier! Hat mir gefallen! Alter, ich kam auch nicht zur Handtasche! Am Ende, als ich zur Handtasche kam, das hat mich gerettet, aber... Ey, die 5 Sekunden... Hätte ich die 5 Sekunden jetzt nicht genutzt, wär ich raus gewesen! Ich hatte grad weniger Dingens gehabt! Ah, ihr seht's ja grad nicht! Sorry dafür! So... Jetzt müsstet ihr auch den aktuellen Stand sehen! Ach, hat sich nichts getan, aber... Jo... So wie es euch passt, dürft ihr dann anfangen! Ähm... Wir sind aber grad noch zu zweit im Lobby! Ja, ja, ihr beiden! Achso, ja, stimmt! Soll ich mitkämpfen? Ich bin grad... Ich bin grad... Ich bin grad aus der Puste, also... Ja, Janik, mach mal mit bei mir! Okay, halt die fest! So, nehm nicht! Ne, halt die nicht fest! Dann fliegt ihr ja nicht von der Map! Ne, ne, Janik, hör mal nicht ins Gegner-Team! Wieso nicht? Team Blau? Was? Was? Ja, aber es ist also sowieso etwas! So... Ja, ich... Weiß nicht, ich warte noch auf Dave! Ja... Bei mir mal! Bei mir wird das ja auch so merken, denk ich... Denk ich mir! Ja... Wenn nicht, kann man restarten! Also, wenn da etwas sein sollte! Wenn man merkt, der ist AFK, ne? Gut, dann kann man restarten! Ja, ich kann ja nicht starten! Achso! Achso! Ja gut, dann... Das ist erklärt einiges! Ich finde schön, dass Dave auch so erwartet! Das ist sehr lieb! Ja, ne? Du hast im Stream noch das falsche Bild! Ich habe jetzt das falsche Bild! Ich habe... Da ist noch deine Lobby! Ahja, true! Sieht einfach eins aus wie eure... Deswegen ist mir jetzt nicht aufgefallen! So blau, rot... Beide auf eine Seite Einstellungen stimmen! Ja, David, ich habe nur gesagt, wenn ich warte auf euch! Du kannst so reinfangen! Du musst doch nicht auf mich wahren! Das ist jetzt... Das ist jetzt... Das ist jetzt ready! Und ich freue mich aus! So, David ist ready! Dann... Ja, ich auch! Ja, dann gut like an euch beide! Ja, danke! Dann bin ich vertaub! Bis gleich! Bis gleich! Ich muss gerade Headset absetzen! Ich bin so... Oh, du kommst doch scheiße warm, Alien Nakamati! Ich freue mich auf das nächste Tier! Das war... Heftiges Fuck! Holy Shit! Holy Shit! Unleveled, ne? Es ist dunkel und ich habe Licht an, bis dann könnten Eintagsumkommen immer rein, nutzen dann die Gelegenheit und das finde ich natürlich ein bisschen doof. Ähm... Wir waren auch nie... Das war das krasseste Match, was ich bisher hatte, Multiverses! Holy Shit! Also... Das... Mir hat sich allein deswegen schon gelohnt. Also, wenn jetzt Abbruch ist, wegen Schlechtwetter oder so... War es trotzdem sehr so gut. Ja, ich... Ich habe aufgegeben... Ich... Ich hatte diese Einstellung... Sorry übrigens... Ähm... Wenn ich das nicht auf... Halbwegs aufhabe, dann seht ihr das nicht. Ähm... Ich hatte... Bei mir war das auch schon so... Nachdem du mich dann fertig gemacht hast, so... 1-1 war... Und dann so guten Start hat, das dachte ich mir... Okay... Jetzt komm... Ich komm nicht mehr rein. Aber das war so unfassbar eben... Also, GG... Das war... Holy Shit! War das da geiler Kampf. Aber ja... Sorry, ich muss noch eben kurz... Äh... Die Display ausmachen, dass du jetzt... Das stört hast. So, jetzt! Sorry! Jetzt aber! So! Weiter geht's! Jetzt haben wir Pall... Gegen Dave... Aka... Bull... Goosehour437... Wild! Ähm... Pall spielt wieder mit seinem Main... Ähm... Dave... Spielt mit Batman... Ähm... Main würde ich nicht sagen... Aber aktuell sehr even... Sehr, sehr spannendes Main bisher... Guter Start von beiden... Oh... Fortapal... Oh... Okay... Ja... Dave kommt nicht ganz rein... Gut gerettet durch Batman... Sehr stark von Pall... Ähm... Wer das Disrespect war... Ähm... 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 Weiß ich auch nicht... Wenn... Oh, die Shit. Frech. So weiter geht's. Wir sehen... Evenpile wieder mit einem leichten Vorurteil. Der ist noch Baseballschläger raus. Er macht das ganz gut. Er lässt Dave keine gute Chance reinzukommen. Er gibt ihn gut auf die... Auf die... Wie es doch schön heißt. Double Hau. Äh, Double Hau. Double Hit. Dein Double Hau. Passiert auch. Double Hau ist auch wild. Also wenn man das hat, hat man quasi gewonnen. Oh, da wollte ich den Holden Run machen. Aber nix. Ja, der hat auch so ein bisschen die Probleme, dass er außerhalb der Plattform ähm, nicht gut wieder reinfindet. Deswegen dubbelt sich Batman natürlich gut an. Oh, da hat er den Cheesy Miesi machen können. Mit Batman. Das kann er sehr gut. Hatte ich das richtig gesehen, dass der Batman ein Stock verschenkt wird? Ja, klar. Was? Ich verstehe das. Das ist so wild, ey. Das ist so ein anderer Disrespekt, ey. Das hat Batman vorhin auch gemacht, oder? Einfach runtergesprungen. Ne, das hat Bugs Bunny jetzt zweimal gemacht. Ah, Bugs Bunny war das. Ja, das hat jetzt beide gemacht. Zweimal. Ja, freiwillig das. Also, ich war erst mal denkbar so, okay, war der jetzt irgendwie Mini-Disconnect oder so? Aber ne. Das war ja... Aber das ist alles komplette... Das ist schon nochmal diese andere Liga von Arroganz. Ja, diese andere Liga, das im Speck gespielt, wenn mein Maid, da kann nix schief gehen. Oh, die Shit. Guckt euch die Home Runs an. Ey, da ist jemand überfeuert. Und ich dachte, Sherpa wäre heute die arroganteste Person hier. Aber nein, das ist ein Pile, wo er noch ein drauflegt. Natürlich, halt Spaß hier, ne. Aber... Will schon wild hier. Da ist wieder das Safe-Combo. Ah, ne? Kann er nicht nachsetzen? Batman muss... Ich würde Batman jetzt irgendwie gönnen. Ja. Aber er macht das halt sehr gut. Das war clean. Sehr wilder Move. Den muss er gleich erst mal erklären. Aber... Ja, gut. Dich dreimal Safe-Song gebracht. Dürfen wir T-Bangen? Ja, also wenn... Wenn Hal das machen darf, dürft ihr T-Bangen. Das ist diese andere Stufe. Holy Shit. Also ich hatte keine Zeit, so was zu machen. Also man merkt, ist so ein anderes Match-Band. Dürfen wir T-Bangen. Das ist so dumm. Ich finde das so krass. Weißt du, du machst der Song so... Boah, meine Community-Typers guten Eindruck machen. Sagst du mir dann auch so. Meine macht am meisten Scheiß. Deine einfach nur toxisch. Ich sagte, wir sind toxisch. Aber das hätte niemand gemacht. Deine trainiert... Oh, ich trainier jetzt mal einen neuen Charakter. Ich kenn den nicht. Ich probier den einfach mal in einem neuen Turnier aus. Finale. Mal gucken. Ich brauch keinen dritten. Jetzt seid ihr... Ja, weißt du... Also... Erstmal den Move gegen Pal gemacht. Und Pal macht jetzt damit weiter. Weil der kann, kann ich auch. Weißt du... Jetzt ist er mit seinem Zweitschar. Mein Ari hat auch ein bisschen Erfahrung. Gegen... Ich würde sagen, Davids Main. Also jetzt ist ungefähr die getauschte Rollen. Zweitschar gegen Mainchar. Auch sehr spannend jetzt. Leichter Vorteil für Dave. Ich glaub nicht, dass er sich diesmal traut, diese Moves zu machen. Weil Bugs Bunny hat er, soweit ich weiß, am meisten gespielt. Und da war er sehr confident, wie man gesehen hat. Jetzt gegen den Main von Dave. Weiß ich nicht, ob er den Move machen würde. Der Main ist jetzt auch wieder sehr even. Aber war es vorhin auch. Ich will einfach mal wahr abwarten. Das war jetzt mal Aria heute. Kannst du dich mal da, ne? Ja. Aria ist auch richtig cool. Die macht Bock. Aber ich tue mich bitte auch mit dem Rauswerfen so ein bisschen schwer. Obwohl ich sagen muss, die hat halt eigentlich sogar gute Moves damit. Aber irgendwie... Ich krieg's nicht hin. Weil die hat echt dieser Up Specialist so ein Move, damit man hochspringt und nochmal draufhaut. Aber ich hab selbst mit Aria jemanden da oben rausgehauen, muss ich sagen. Boah. Boah, knapp. Aber jetzt. Aber jetzt aber. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Ich distanziere mich von sämtlichen Aktionen, die meine Community und meine Kollegen ausüben. Aber ich kann's verstehen. Fürs Ego, wenn du dann machst, mach ich das auch. Das macht es wieder so ein bisschen ehrenhaft, sag ich mal. Aber ich muss... Aber ich muss... Ich muss meine Community verteidigen. Die haben das was her und nur untereinander gemacht. Durch... Ja, ach so. Durch Aktionen. Also sein... Ah ja. Also... Ja ja. Aber ich erzähle mich von allem, was Shaper gegen dich macht oder so. Ja, das wird mich kaum nicht zerreißen. Die beiden werden absichtlich immer runterfallen, das habe ich bestimmt auch besprochen. Keine Ahnung. Die machen einfach so Stalk für Stalk. Er hat den ersten Stalk, dann bringen sich beide andere um. Aber dann können sie sich direkt zweimal umbringen und nur den letzten Stalk bekämpfen. Da wird kein Vorteil mitgenommen, sozusagen. Aber wie das ja eben, 34, 35. Aber nach dem Match kommen wir ins Halbfinale, direkt. Wir haben noch Balou, der noch gegen sich selbst muss. Also das kann noch krank werden. Auch sich selbst ins Gesicht, sozusagen. Ja, wo sie selbst Stelle gehen kann. Oh! Ja, gut. Geiles Balou. Oh Gott. Balou und Freaks haben bald nur einen Kampf gehabt. Und jetzt warten sie so, mir war da, bis die wieder mal drankommen. Das ist so gut. Genau, die beiden sind uns einfach so blöd gefallen. Ja. Ja. Und nicht auf der anderen Seite, wenn man bis zum Ende Madfist, ey. Und dann alles. Wir haben alles im Turnier, das ist auch cool. Ja. Ja. Wir haben vorhin, man kann sich sein Mittagessen für den letzten drei Tage vorbereiten. Man muss dauerhaft ran. Ja, natürlich. Ich kann auch Wäsche machen und so. Ja. Powernap. Ich feiere noch meinen Geburtstag. Okay. Oh, wild. Jetzt wird wieder Charaktere rausgetestet. Nee, gar nicht. Gegen Renu. Oh. Ey, okay. So ist es aber irgendwie okay, wenn beide jetzt, beide spielen das erste Mal jetzt ihre komischen Typen da. Mal schauen. Also, wenn die bei mir gerade zuschauen, ihr seid alle sehr weird. Ich möchte nochmal kurz da lassen. Mhm, mhm. Es ist alles abgesprochen. Ja. Die bieten uns hier eine wahrhaftige Show. Ja. Roterienhund. Also, jetzt kann ich ja gar nichts mehr sagen. So, Aria wusste ich ja wenigstens. Und so Batman und so. Oh mein Gott. Kannst du so ein bisschen. Jetzt ist es halt so, beide spielen testen jetzt einfach mal einen Charakter mit dem sie kaum Erfahrung haben. Aber das beide machen, nimmt es sich ja auch wieder nichts, ne? Ja, genau. Es ist einfach so. Komm, for fun. Also, da haben wir ja gesagt, das ist ein Fun-Tonier. Die beiden machen das richtig. Die leben das Motto. Ja, Dave kommt besser rein. Also, ein kleiner Vorteil. Wir haben ja auch schon einen starken Sinn und dann geht's so. Das geht so, war von mir. Aber hey. Mal gucken. Oh, stark. Na gut. War klar. Ja. Also, ich kann jetzt einfach auf Twitter nebenbei gehen und warten bis zu 2-2 stehen. Das ist alles passiert. Ey. Die beiden lernen jetzt gerade gerade Charaktere kennen und dann können sie sich immer um einleben. So ist es eigentlich gerade. Ja. Okay. Das will ich auch jetzt zeigen, Hashi. Man merkt auch so, dass die beiden irgendwie lernen. Wenn so man die Moves gehen, dann muss uns nichts. Na, was habe ich da? Was habe ich da? Der Streit, der jetzt nicht geht. Ja. Was kann der Stern? Ja. Wenn welchem Schlag brauche ich den runter? In gar keinem? Okay. Macht auch so. Die beiden, ey. Das ist sehr wild. Aber jetzt ist ja wenigstens das Finale. Jetzt haben wir Finale, Finale von denen. Und wenn einer das gegen mich macht, ich sage es so, ich mache das nicht. Ich nehme das hin. Doch, doch. Ich mache das natürlich auch. Also wenn ihr den ersten Stock macht, bringt euch danach mal selber um. Ich würde es natürlich auch so machen. Ne. Da fängt vor allem richtig schlecht gegen dich. Weißt du, erst so diese falsche Einstellung. Dann fangen die aus Versehen alle automatisch raus. Da fängt es so wie Veranstalterbote. Aber man hat jetzt wieder gesehen, das wird vorher gemacht. Ja. Ich meine, ich habe mit, ähm. Äh. Mal gucken. Hoppla. Hoppla. Gutes Spongebob. Mit Scherper Wolf, ähm. Habt ihr schon Pfuff überwiesen auf Dave, Paul? Oh. Dann kann man immer raus. Das ist die Entscheidung. Die Nemesis von Dave. Aber. Interessant, Paul. Wir freuen euch beide. Sehr interessant. Ja. Habt 400 Damage gemacht. Oh Gott. GG und euch beide. Für das, was auch immer das war. Hallo? Das war ja wohl Profi-Gameplay vom Feinsten. Also, ich weiß nicht, wie man da noch mehr erwarten kann. An dieser Stelle, Freunde. Ja, GG. Runde 3, GG. Ja, perfektes Finale, muss man sagen. Ganz klar gewonnen dieses Turnier. Dankeschön, Freunde. An dieser Stelle. Einen Kuss geht raus. Wir sehen uns im nächsten. Ja, ja. Ja, ja. Bis später. Bis später. Ciao, ciao. Ja, gut. Du gehst dann ziemlich von den ganzen Sachen. Hatte mal grad neue Sparte-Match und dann kommt sowas. Ja, und jetzt Baloo. Du musst jetzt streamen, wie er gegen Selig selber spielt. Ja, Daniel. Du wollen wir weiter kämpfen? Du hast 5 Sekunden, sonst kommt der andere bei dir. Ja. Daniel schreibt doch nicht mehr. Ich glaub, der ist raus. Lassen wir den anderen mal weiter. Okay. Daniel ist rausgeflogen einfach. Daniel ist rausgeflogen einfach. Eventuell. Und dann haben wir Freaks keinen von den Bildschirn zu tragen. Ja. Diese Junge. Ja, jetzt haben wir mal wieder ein krasses Battle. So. Also. So. Wir haben jetzt die dritte. Die dritte Runde steht jetzt überall fest. Runde 3. Erstmal Freaks gegen Sherpa. Dann Max Dream gegen Zora. Äh. Und dann in der Losers Lounge. haben wir dann Wulfi gegen mich. Und Pall gegen Baloo. Baloo. Und seine Crew. So. So. Wer traut sich? Wer traut sich die Sicht zu zeigen? Ja. Danke. Nicht aller Weimar. Ich zieh gleich auf. Ich zieh Sherpa jetzt. Du zieh Sherpa jetzt einfach das. Ja. Willst du? Danke. Halt. Ach Freaks. Wehre. Du liebst uns doch. Du willst nicht bei uns sein und kuscheln. Ja wahrscheinlich. Du willst nicht bei den anderen abhängen. Du willst bei uns bleiben. Bisher hast du Lack gebracht, wenn du bei uns warst. Ja eben. Ja. Hoffentlich Sherpa wieder auf K. Also nicht wieder. Sondern. Auch. Auch. Sherpa. Ich weiß nicht. Ich glaub. Freaks. Weißt du wie ein Sunsack funktioniert? Ja ich weiß welchen Sunsack bin. Ja jetzt schon. Egal. Ich glaub du kämpfst nämlich grad gegen unseren ähm. Gewinde vom Turnier. Oh nice. Würdest du sagen? Ich hab nur keinen Favoriten so richtig. Ja so ein paar aber. Also ich weiß nicht. Sherpa sah da schon super krass aus. Aber ich müsste halt auch. Man muss halt immer ein bisschen selbst gegen kämpfen. Damit man sich wirklich ein Bild machen kann. Aber ich hab auch nicht Shaggy gegen ihn gespielt. Das wollte ich mir nicht antun. Ja. Ich hab lieber Superman damit getrowed. Ich wollte das lieber wegschmeißen. Das war weißt du. War ein bisschen fies. Sherpa Wolf. Ja ne. Mhm. Ja. Oh. Ah habt ihr schon geändert oder wie? Nö. Ah ohne ähm. WLF glaub ich. Genau. WLF nicht? WLF nicht? Ja dann wird schon der Wolf da sein. Ganz mal Sherpa Wolf. Ganz genau. Also glaub so wie man das spricht. Ganz mal. Pepper kommt später. Danke Sherpa. Ah du musst natürlich 2 vs 2 machen Freaks ne? Ich weiß. 2 vs 2. Sag ich weiß noch 3 vs 3. Ruhe jetzt. Pepper kommt später. Gut. Schwimmisch. Jojo. Ja schick mir dann den Paypal Link. Dann kriegst du einen Fufi und dafür gewinn ich oder? Ok. Ah ich will Freestalk gewinnen. Warte ist Übertragung an? Ja. Ja ist an. Alles passt. Perfekt. Gut. So. Freaks packt sein Basketball aus. LeBrow. Good luck an euch beide. Mal wieder so gespannt ich bin. Szene wechseln bevor sie alle wieder aufregen. Meckern. Das geht immer schnell. So. Gleich hagelt das hast meinst du. Ja ja. Gar nicht. Ja ja. Wird eben 5 Sekunden zu spät umgeschaltet. Dann war mal los. Ja ok. Man merkt direkt wenn ich keinen Shaggy. Da wird direkt richtig gemacht jetzt. Ja. Jetzt ist Runde 3. Jetzt geht es um was. Jetzt geht es um was. Weißt du. Freaks der größte Underdog. Schlussendlich gewinnen er dieses Turnier dann auch. Na ja. Der Verlierer. Oh Gott. Ich muss. Wulfi und ich kämpfen dann gegen den Verlierer aus dem Kampf. Also Wulfi oder ich. Dann bin ich mal gespannt. Wulfi oder du? Ja. Also wenn wir auch so. So weil ihr auch noch. Genau. Ok also kämpfst du dann sozusagen gegen Freaks. Wer weiß. Ne Wulfi. Du zeigst jetzt mal was wir so. Was du so im Team mit mir gelernt hast. Ok. Was zeigst du? Du vertrittst auch mich bei diesem Kampf. Ne. Also gewinnen gegen Akkulare bitte. Auch wenn ich dir nicht gönne. Also Wulfis Vorteil ist. Ja das hätte ich mitgekämpft. So als Chef bin ich gerade. Aber gar nicht sieht irgendwie lustig aus. Mhm. Also gegen Chef habe ich auch gar nicht ausprobiert. Das war ein Fehler. Ich hätte einfach meine. Ich hätte einfach meine normale Charaktere. Ja aber Freaks schlägt sich da richtig gut gerade. Ja ja. Schlepper kommt noch nicht gut rein. Na Freaks hat jetzt natürlich auch am meisten Stamina noch. Der hat noch. Ich glaub. Der hat ja noch. Der hat dann die meisten Pausen gehabt und so. Wenigsten Kämpfe. Ja ja. Schlepper muss ja durchgehen dann. Ich glaub das hat sein ganzes Leben auch noch nie was anderes gemacht als dieses Spiel zu spielen. Oh. Da war wieder der Control Move. Hier ein paar Strahl. Ging daneben. Ey wenn Freaks dieses Chef gegen Sherpa und dieses Turnier gewinnt ne. Dann habe ich glaube ich alles gesehen in meinem Leben. Dann spiel ich nie wieder Multiverses. Oh Gott. Das kann er. Das kann er. Haha. Das ist so. Ich finde. Das wirklich nur wie so ein Taunt wenn er das war. Ja. Das Smiley so. Das Smiley in Cam so. Hm. Habt ihr gesehen. Wie so ein Germknödel geht der auf. Aber auch hier. Der hat schon wieder 50 Damage verteilt in dieser kurzen Zeit. Krass ey. Er kann das. Also. Aber. Gut gemacht. Ey das ist so stark gewesen. Ich bin grad echt hyped auf diesen Kampf. Ich. 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 Bin bisschen sprachlos. Ja. Freaks wirklich erst eine Stunde vor Turnierbeginn angefangen zu spielen dieses Game. Haha. Mit dem. Mit dem Account ja. Jaja mit dem Account natürlich. So weit war. So weit waren wir ja schon. Hahaha. Das ist so krank. Und sein zweiter Account war leider nicht da. Deswegen kann man so weit. Hahaha. Hahahaha. 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 Oh stark. Scherper macht das sehr stark wieder. Bisschen auf Distanz halt. Und wenn er rankommt dann kriegt er einen ab. Dann macht er wieder den Move. Oh stark. Hahahaha. Ich. Hör mal wieder Shecky zu spielen. Aber so weiter sind wir ja noch gar nicht. Beide müssen ja noch zwei machen. Ja. Aber sehr mutig. Immer von Freaks auch in die Strahlen das einzugehen. Diesen Deal. Aber ich seh Freaks überträgt das Bild der hat auch die Anzeige auf unten geschaltet. Man of Culture, definitiv. Oh! Boah! Stark! Oh! Aber das wurde rausgekontert. Da war das Beicht zu früh. Ich denke halt echt, dass er mir taunt hat. Aber dabei lädt er halt eigentlich den Angriff auf. Ich wette, er macht das nur wegen dem Taunt. Boah! Ey, da ist alles drin in diesem Kampf. Holy shit! Ja, war wichtig, ja. Aber guck mal, jetzt dreht er wieder auf hier. Ja, aber beide geben sich nichts. Das ist halt sehr, sehr stark. Nee, gar nicht. Ich bin gerade richtig buff. Da wird ein Schwänz. Ja. Schwänz-Piss-Combo. Ey, das gibt's doch nicht. Das kennt man eigentlich. Dann haut der eine wieder mal rein, dann haut der andere wieder ordentlich rein. Ja. Da ist wieder der Strahl. War so ein bisschen tisi-misi. Wollen wir nicht nach draußen. Das kann er halt. Er ist auch ein guter Luftkämpfer, ne? Mhm. Ich finde, das ist einfach etwas, was man lernen muss. Weil ich finde, erst dann steigst du auf so eine neue Stufe vom Game, muss ich mal sagen. Oh! Die Deck hat ihn gerettet. Ja! Z. GG ihr beiden. GG. Runde eins an Shabber. Aber ich würde Freaks unbedingt raten, bei Garnet zu bleiben. Dann holst du dir wahrscheinlich den zweiten Sieg. Ah, den ersten, den zweiten Kampf. Den zweiten Sieg. Aber das war krass. Das war auch richtig, richtig knapp. Aber man muss doch sagen, Sherpa hat 100 Schaden mehr gemacht, ne? Ja. Deswegen, das ist so ein bisschen der Nachteil. Der muss halt ein bisschen mehr Damage machen. Garnet hat er so ein bisschen die Power gehabt. Ja. Was macht er jetzt? Ah. Tizimisi. Er muss aber nicht wechseln. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Er kann halt bei Garnet bleiben. Oder er will die Strat ändern. Obwohl er es gut gemacht hat. Ja, aber Garnet hat sein Main so aufgedreht. Das können jetzt nach hinten losgehen. Das war jetzt genau wie bei mir vor. Ich habe so von mir gespielt und dann war das nicht gut. Also ich wäre bei Freaks so hart auf Garnet geblieben. Ja. Er hat sich gegen sein Main gerade hochgeschlagen. Ja. Fast gewonnen. Das war sehr, sehr knapp. Das muss er jetzt holen. Danach kann er mit Garnet nochmal. Das wäre für die Chance. Ja. Bruder Start. Für Schaden. Jetzt auf Zeitspiel. Alles vorbei direkt. Okay. Ich hätte nicht auf Superman gewechselt. Ich auch nicht. Vor allem nicht. Ich habe mir ja extra gezeigt. Mach es nicht. Aber das Ding ist, wenn er halt jetzt mit Superman gewinnt. Mal angenommen. Dann kann er mit Garnet das machen. Dann kann er mit Garnet noch bei ihm im Finale schaffen. Das könnte halt dadurch auch sein Sieg sein. Weißt du was ich meine? Ja genau. Vielleicht war das auch so die Threat. Einfach gucken. Wenn ich mit Superman das jetzt nicht schaffe. Dann schaffe ich es eh nicht. Oder so. Vielleicht sagt er einfach. Ja stimmt. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ich bin nicht gespannt jetzt ey. Ja war wieder sehr spannend. Warte. Nicht so. Kein Favoriten bisher. Nee. Schaden ist ja nichts. Ist halt eine Hit-Kombi. Mhm. Sind noch nicht im Rucksack wie von mir 20 Mal. Ah ja jetzt. Ja. Das geht chinkst. Ja. Ja. Wer war wieder? Ja mit dem Rucksack kann man ihn halt raushauen. Das ist so ein bisschen jetzt geht es los. Ja der Rucksack ist halt der Move mehr oder weniger. Ja der Rucksack ist halt der Move mehr oder weniger. Also einer der Boots. Oh ja. Findet ja einen. Ja ja da wollte er. Wollte Schlitzschlitz mal. Aber ne. Wollte ein bisschen getanzt. War reingedanced. Aber jetzt ist schon ein ordentlicher Schadensunterschied da ja. Wann das verfallen? Aber es ist trotzdem halt. Ja. Auch schon auf 90 ne. Er macht das aber auch smart. Er wartet ab. Schepper wartet immer ab. Ja das Ding ist halt. Er freakt. Das kam immer alle. Ich kam immer an. Jetzt hat er. Auch hier. Wartet immer bis Freaks ankommt. Oh. Dann macht er sein. Das Ding ist halt auch. Ich weiß wie viel Freaks halt nicht weiß. Der kann ja jetzt gar nicht dann Superman die wieder zu Champions gehen trainieren an die beiden. Mhm. Aber kennt er denn die anderen Gegner. Weiß er denn was kann Fan überhaupt alles machen und sowas. Ja. Oh mein Gott. Das. Oh Gott. Das war blösel. In den Rucksack gespawnt. Das war wild. Und oh mein Gott. Oh mein. Oh Gott. Das wäre Fass. Das wäre grauenhaft gewesen. Das wäre echt ähm. Das erste Bein rausgewichen. Oh ja. Aber. Macht er gut. Ausgewichen. Ah gut. In den Strahl rein. Kann man halt immer ein bisschen Damage machen. Oh. Sehr stark. Er hat jetzt echt viel Schaden rausgeholt wieder. Ja. Und nochmal. Aber der erste Kampf um einiges klappt man. Ja. So dieser. Jetzt ist wirklich ein Stock rumgeschickt. Ja. Den Weg den er vorhin mit Superman gegangen ist klappt halt hier gar nicht. Mhm. Jetzt sind die halt fast even. Und Scherpern einen Vorteil. Ah. Aber das ist ein guter Superman. Der kann sich halt auch gut retten. Ja. Also wenn Superman einen Lucky Griff macht oder sowas. Kannst du halt gleich schmieler und Stock weg sein. Ja. Dass du das Ding an den Charakteren auch. Genau. Aber gerade deswegen ist mein Gegenspiel auch so wahnsinnig vorsichtig auf genau diese Attacken ne. Das ist halt. Warum er die halt auch nicht trifft hier bei ihm. Ach 177 Schaden einweil. Stark. Ja die falsche Richtung aber stark. Oh doch nicht. Okay hab nichts gesagt. Da war kein Schwung mehr da. Ja. Dann hat's gehört. Mhm. Oh ja. Ey der wollte nur High Five geben. Lauf doch nicht weg. Ja. Ich bin nicht gespannt ob er das jetzt noch aufholt. Gerade sieht das Ding aus. Er muss Angluss verfallen. Ja. Ah. Ah. Oh stark Combo. Boah. Der war gut. Sehr sehr stark. Ja für Freaks schwierige Ausgangssituation gerade. Ja. Sehr schwierig. Kann man noch reißen aber. Ich glaub es wird schwierig. Ich glaub es wird ein bisschen. Ja wird zu schwierig. Ich glaub es ist leider vorbei. Oh ja. Ja das war stark. Das war stark. Das war jetzt nur Fiji. GG. GG. Also dein erster Kampf war insane stark. Alter holy shit. Ja ich hätte gerade picken sollen. Ja. Wir haben auch gesagt. Wir haben uns beide gewohnt dass du jetzt nicht mehr auf Garnet geblieben bist. Aber wir haben so ein bisschen die Mugmasse gehabt dass du halt denkst wenn du Superman nicht gewinnst bringt dir der dritte Kampf eh nichts. Ne 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 ich hab anders gedacht. Und zwar dachte ich weil er jetzt weiß wie ich die Garnet spiele pick ich lieber Superman weißt. Ja belastend. Ja belastend egal. Ja. Hast du ja noch nen Second Chance. Aber Freaks ohne Scheiß. Also dein Garnet Kampf gegen Rehnhund. Das war halt sein Main auch. Ultra krass. Also da war heftig. Ja. Ja passt. Bleib dran ey. Ja. Dann sehen wir uns beim Rematch. Da beim Loser Brackets. Yes. Bis später. Ciao ciao. Aber er hat halt noch ne Chance aufs Finale ne. Der Sieger beim Loser Brackets darf nochmal gegen den Finalisten spielen. Das darf man dann einfach nicht vergessen. Genau. Das ist der Second Chance. Die darf man nicht hier unterschätzen. Oh. Wäre auch ne natürlich ne sehr gute Story. Wenn man aus dem Loser Brackets nochmal ins Finale kommt. Ja. Ja. Im Extreme brauchst du diesmal nicht. Also keine Sorge auf dem WLAN. Ach so warte mal komm jetzt kommt das Loser Brackets. Nee. Also ja. Also weil du ja dabei bist. Ach so. Ja ja. Boah. War aber. Also hätte ich echt nicht gedacht das Freaks sind so ein bisschen vegan. Das sah halt so gut aus. Das war echt so. Man konnte grad nicht ahnen wer jetzt gewinnen wird. Ja. Das war echt ein spannender Kampf. Und dann halt eine Entscheidung die in die falsche Richtung ging. Ja. So schnell kanns gehen. So. Dann ist mein Kampf jetzt. Yes yes. All Finale. Wenn ich da jetzt gewinne. Soll ich euch beide einladen und dann äh. Ja das wär super. Genau. Der Gewinner muss dann gegen Shepard. Ja. 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 Den Hund auf Level 14 bringen, ich finde er hat das beste Profilbild von allen So, jetzt bin ich schon am Start So So ne? Hm, ich bin rausgegangen Ich weiß nicht mal wie Ok, du bist rausgegangen Bin ich noch drin mit dir? Du warst bei mir noch da Ich bin jetzt der Anführer sogar Ah, ja, stimmt Bin drin Ah, gut, dass du direkt die 3 Stocks eingestellt hast Die hätte ich jetzt eh wieder gemacht Naja, hab ich extra gemacht, ja Achso, ich muss noch ein Bildschirm noch übertragen Sorry, ich vergesse es immer Alles gut, haben wir ja keinen Stress Naja, alles gut Aber es ist grad mega chillig hier heute, es macht echt Spaß Ja, muss ich auch sagen, sowohl der Zuschauer sonst selber spielen Seid es wesentlich anstrengender, aber naja Wem sag ich das bis jetzt? Ja, ich mein Mach sehr viel Spaß Wenn du so Bracket habt, man sei natürlich ein bisschen leicht Sondern ich stelle mich ja gegen den Waren Ja, also können wir ja gleich noch Ich frag dich gleich nochmal, ob es leichter ist Helfan? Danke, danke, ich müde mich dann wieder mal Jojo So, heute aus der Casting-Sicht Äh, ich wechsle immer wieder Äh, du Feidi, ich hab damit gerechnet, dass es bei dir gut läuft Ich hab gesehen, wie gut du Rehnhund kanntest Mit Finn hast du mich noch gut überrascht Du siehst echt sehr, sehr stark Ja, also Respekt Ähm, ja Bin sehr positiv beeindruckt von, äh, also Von jedem bisher Das ist, wo es deutlich höher ist, als ich dachte Das ist, ich hab gute Chancen, ja, es kann vielleicht was werden Mal gucken, was passiert, es kann alles passieren Nix kann passieren, ich schwitze wie so ein Schwein Nein Ich bin immer noch fertig von Nackermatrik, ey Holy shit Hier nach bin ich dran Ey, ich bin hier nach dran Äh, wie sehen wir jetzt? Wir sehen, äh, Sora Gegen... Max Dream Good luck an beide Miko hat ja schon bisher sehr gute Performance gezeigt Äh, ich hab mal eine Nachricht von Miko bekommen Okay, er ist ready, hat er mir beschwingt Okay, alles gut Sehr ungeguckt Danke Ähm, ja Ich kann's sofort Ich muss immer noch Häufig kriegen Ey, gebt mir das alles auf den Kopf Und dann... Ihr seid spannend und krass und geil, heute Holy shit Prepare yourself Ey, du hast nichts mit meinem Stretchen-Power Ey, du hast nichts mit meinem Stretchen-Power Ich bin jetzt mit meinem Stretchen-Power Ich bin jetzt mit meinem Stretchen-Power so es ist aus sie lieben bisher ja es ist Ich muss eben kurz mal in Wasser sein, damit ich gleich überhaupt noch fähig bin, irgendetwas zu machen. Erstmal nochmal herzlich willkommen für jeden, der eingeschaltet hat. Vielen Dank auch für das Dabeisein. Ist der eine Flasche ausgut? So auch mit einem kleinen Vorteil, aber Jay kann das halt sehr, sehr schnell wieder rausholen. Also mit Extreme, also Mirko, wie man es nennen möchte, kann das sehr, sehr stark rausholen, damit es wieder even ist, so wie jetzt. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, vielen Dank für dieses ganze Interesse, auf jeden Fall, um dieses Turnier. Ähm, das hatte ich am Anfang schon gesagt, das zweite. Ne, also das erste Turnier nach zwei Jahren, so. Ähm, das macht bisher super viel Spaß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie gemein. Oh. Heftig. Das könnte unter eins entscheiden. Ja. Ja. Und ich hatte bisher den heftigsten Kampf meiner Katze. äh, natürlich Profi-reichen Multiverse-Karriere. Und, äh, ich sehe hier so viele geile Kämpfe. Und, immer wenn Pall kommt, sehe ich hier komische Aktionen. Ob es von seinem Gegner ist, oder, oh mein Gott. Äh, oder von ihm selbst. Ja, von Dave. Na, Dave auch natürlich, äh, haben wir noch nicht genug erwähnt. Äh, danke fürs Zubeisein. War sehr, sehr cool. Nächstes Mal kannst du wieder besser laufen. Es kann halt nur einen Fall geben. Das ist halt natürlich belassen. Leute, ich... Ich kann es verstehen. Turniere sind halt sehr, sehr cool. Da soll ich jetzt so nach zwei Jahren wieder ein bisschen Turniere haben. War schon sehr wichtig. Na, Mirko muss jetzt, muss jetzt auch ein Cheesy Miesi machen. Na, oder muss einfach, einfach hinten, hinten, hinten. Sora ist natürlich jetzt schon ein bisschen warm gelaufen gegen die Jakes. Ähm, einfach mal schauen. Also, Wolfgang hat auf jeden Fall den Vorteil. Ich fühl mich nicht 100% fit. Jetzt gerade. Aber, wir sind noch wieder in diesem Kampf. Wollen wir nicht über die nächste Rede reden. Danke, Mann. Also, meine, meine genüsslichen Schreie und Panikaktionen, wie die letzten beiden Runden von mir, äh, kommen dann gleich. Oh, extreme push. Auch sehr, sehr guter Jake-Spieler. Aber, ja, gegen Velma ist schwierig. Da muss er erstmal knacken. Gemerkt, hat er noch ein paar Schwierigkeiten mit. Die Distanz. Teilweise, oh mein Gott. Gerettet. Sehr gut ausgewichen. Wichtig. Ich hab den Rausfallshorn gehört, obwohl bei mir alle noch drin sind. Interessant. Wichtig. Alles theoretisch noch drin. Also, er muss jetzt. Also, wir hatten schon im Turnier, dass das schon, äh, gedreht wurde das Game. Aber, es muss erstmal passieren. Er ist im Zugzwang. 1-0 für Sora. 1-0 für Sora. Der Cheesy Way hat's vorhin gebracht. Der Cheesy Way war's. Der hat Sora den Vorteil gebracht hier. Sora da mit 1-0 Führung. Aber Mirko, Extreme, Mirek darf weiterhin Jake benutzen. Und es war sehr even. Jetzt kommt natürlich Shaggy wahrscheinlich. Oder Arya als Charaktere, die... Der Sora natürlich nur drauf hat. Es wird der Cheesy Way of Life. Der Main. Also, Main Battle gehe ich jetzt von aus. Mit gegen Jake. Mit Shaggy gegen Jake. Wir werden's sehen. Im Spukhaus auch. Da kann wieder viel passieren. Er geht den Tom und Jerry Way of Life. Ich bin sehr gespannt. Wie das jetzt wird. Gegen Nakamati hat er das sehr gut gezündet. Und da hat er sich sehr gut geschlagen dafür, dass er den heute erst freigeschaltet hat. Aber ob das jetzt auch gegen den Shaggy ist, der bisher heute sehr performt hat, der Charakter. Sprichige Nummer. Schwer zu sagen. Ja. Wir wollen noch den J.K. Rehnhund. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Ich war mir etwas in der erste Runde gegen dich. Denk mir so. Da war ich noch am Struggle so. Rehnhund gegen Rehnhund. Dann verliere ich auf jeden Fall. Ich muss was anderes nehmen. Habe ich dann ja auch gemacht. Und dann ohne zu holen. Ich traue mich nicht mit Rehnhund zu spielen. Dafür sind alle zu heftig. Oh mein Gott. Ja. Sora wieder mit dem Schießen. Maisy. Wieder der eindeutige Vorteil. Mirko muss nachliefern. Sonst landet Mirko in der Loser's Lounge. Und muss darauf sein Comeback hoffen. Und da wird er entweder gegen Balou. Oder den Pall antreten. Und wir haben ja schon gesehen wozu ein Pall fähig ist. Okay. Es ist offen. Aber ich muss sagen es macht sehr viel Spaß heute. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung Turnier wieder zu machen. Naja und auf jeden Fall die richtige auch nicht zu sagen wir machen jetzt ein Turnier. Sondern auch Sora zu fragen hey das war auch Bock mit zu veranstalten. Dass wir quasi so ein Koop Turnier machen. Also Koop veranstalten. Das war alles sehr sehr gute Entscheidung. Also hier läuft quasi gerade meine Entscheidung die ich getroffen habe. Also soll jetzt nicht arrogant klingen. Aber das Turnier macht bisher sehr sehr viel Spaß. Also das läuft jetzt schon. Ich habe es übrigens unterschätzt. Ich dachte es läuft bis 23 Uhr wird ein bisschen länger anscheinend. Wir haben noch ein paar. Halt macht Sora sehr sehr gut. Er macht das halt sehr sehr gut. Er lässt Tom und Jerry nicht zum Zug. Er macht es halt sehr stark. Ja. Also sehr sehr schwierige Situation für Mirko. Jetzt genau. Jetzt soll das wieder machen. Frech frech frech. Und äh. Ja. Also bisschen länger wird es aber. Ja. Vielen Dank an jeden der Interesse hatte bisher. Wir werden hier noch ein paar Kämpfe haben. Ding einfach mal abwarten wie das wird. Sehr sehr stark. Keine Chance. Sonst. Das hat Sora sehr sehr stark gemacht. GG an beide. Sehr sehr gut. GG. Sehr sehr stark. Alter. Keine Chance gehabt. Keine. Null. Schocks. GG. Richtig. Richtig cool. Ah. Ja Tom und Jerry glaube ich hast dir das heute zum ersten Mal gespielt gehabt. Jajaja. Ja. Ja. Auf der Map. Also ich glaube. Da die Map ja so lückenhaft ist. Ist das auch schwierig mit dir da drauf zu spielen. Oder ich krieg's einfach nicht hin. Ja. Gerade weil Shane halt auch so stark im Downsmashing ist. Dass er überall habe ich Glück über die raus nutzen kann. Du kannst das auf jeden Fall richtig gut. Das hat mich komplett. Ich fahr überfordert mit diesem Auto. Ich so was macht das jetzt? Ja. Aber gut auch nicht. Ich wollte das unbedingt noch irgendwie einbringen in diesen Kampf. Ich muss dazu gehen. Bei Velma hatte ich zum Schluss noch Angst. Ich lag zwar irgendwie weiter in Führung. So nen ganzen Stock halt. Aber dann habe ich den Stock verloren. Und dann hat das für mich echt gut in den Zahn her. Wo ich dann so Panik bekomme. Dass ich wieder viele Prozente gerade am Aufbomben bin. Äh. Ich hätte jetzt noch mal ein Malchen spielen sollen. Und das wäre sicherer gewesen. Ah ja. Hab ich auch mitgerechnet. Aber war... Lief doch schon mal gut. Na. Aber hast du ja noch ne zweite Chance? Immer. Muss noch auf Pall gegen Daniel. Da kannst du jetzt abwarten gleich. Ja. Dann Daniel machst du fertig. Der hat erst nichts drauf. Kann ich dir gleich sagen. Aber guck. Ha ha ha. Alles klar. Bis später. Tschüüüüüüüüüüüü. Also Pall gegen Daniel hat wie ein Pall gegen Daniel ein sehr hohes Potenzial für äh wilde Aktion. Für ein Comeback meinst du oder wie? Also ich meine für wilde... Für so... Ich meine Pall war jetzt bisher... Jedes Pall-Match war bisher irgendwie sehr verwunderlich mit Aktion. Mal schauen, Daniel ist ja glaub ich hab ein bisschen eröffnet, ne? Mal schauen. Das Ding ist, Wulfi schreibt, ich will nicht gegen Akadari spielen, das fühlt sich schon so entschieden an. Der hat Angst vor dir. Ich hab Respekt vor ihm, also fast. Was machst du dann, damit wir, also machst du dir jetzt umgekehrt? Achso, ich lad euch ein. Super gerne, mach ich. Ich bin immer noch, also obwohl ich ja den Vorteil, ich bin immer noch nicht komplett fit. Ich bin immer noch fertig von dem Mesh, was ich vor ne halben Stunde gehabt hab. Noch immer so, komm der Ding, du brauchst ne Papiertüte, die du reinatmen kannst. Ich mein, gegen Shaggy hat er schon geübt, den Move kann ich nicht machen. Ja, ja doch, kannst du trotzdem machen. Er übt zwar gegen Shaggy, aber mit Shaggy hab ich gegen ihn noch nie verloren. Ich will's ja nur angemerkt haben. Der hasst Shaggy. Der hasst ihn wirklich. So, ich geb dir mal den Lobby und vertschüsse mich hier mal irgendwie wieder raus, Hilfe. Ah, läuft, lass die. Genau, du musst doch noch drittes Video betragen. Hm, machst du doch grad. Okay, brauch ich nicht. Machst du doch grad, warum? Achso, ja, ja, ja. Gut. Nicht? Versteh ich nicht, dass du nicht gehst, aber gut. So, läuft das? Hoffe? Ja, läuft das, super, dann geht's. Sehr gut. Dann, bis gleich. Bis gleich. Guti. Miss war. Hab ich das heute schon erwähnt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh mein Gott, so. Nächster Kampf, Leute. Nächster Kampf. Ähm, Wolfi ist hoffentlich ready. Sonst wird wieder gerestartet. Man kennt's. Boah. Ich hab das Spiel immer noch, äh, auf lautlos. Moment, 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 Moment. Womit er nicht so lange warten muss, hab ich natürlich schon mal gestartet. Ähm, ja. Finn Battle, Finn Way of Life. Seht ihr das gehen? Ja. Danke Naka Matrix, danke schön. Jetzt hab ich Angst vor Sora. Der hat auch Angst, also find ich geil, jeder hat Angst vor jedem. Das ist halt sehr cool. Jeder hat so, äh, den Respekt voreinander. Das macht's halt sehr, sehr witzig. Kann er sein, äh, also für mich kann alles jetzt die letzte Runde sein. Wolfi war bisher jetzt sehr stark. Hab ich Respekt vor. Wir werden's sehen. Wir werden's sehen. Äh, freut mich, dass euch das auch so ein bisschen her gefällt. Also das gern, äh, nachher Feedback da, morgen, so. Das würd mich freuen, wenn, äh, so, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht. Also auch gerne, was ihr alle schlecht fandet, so, so kritikmäßig. Ja, wenn man beim nächsten Mal das besser macht, oder so. Macht euch bereit, epische Helden. Ähm, wie gesagt, Video Modus und so, das sieht man dann. Wir haben wohl noch nicht von dir gehört. Jawohl. Wolfi Endmann. Ja, Wulffi kann, also das ist halt Wulffis Mania. Ja, beziehungsweise Wax Bunny ist es ja. Stark, naja. Deswegen, das haben, von mir braucht man keine Angst haben. Ich fang halt diesmal mit Finn an. Shaggy hab ich mir natürlich auch wieder belegt, ein bisschen zu starten. Weil das lief halt auch sehr gut vorhin mit ihm. Eingriff auf Fall ist okay für mich. Okay, perfekt. Na, schade. Das war witzig. Jawohl, weiter geht's. Na, stark. Na, stark. Na, stark. Na, stark. Frech Macht er stark Macht er auch stark Scheiße Sein Rucksack war krasser Willst du match? Pfff Na? Na? Scheiße, 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 Scheiße Oh! Scheiße, hat er geil gemacht, hat er geil gemacht Hat er gut gemacht Alter, Scheiße Steifu, Wolfi Er kam nicht mehr raus Kacke Ah, Mist, das hat er sehr, sehr gut gemacht Da kam er sehr gut wieder raus Ich hab hier zum Glück ein bisschen Wasser Oh mein Gott, ey Mir ist so warm von dem ganzen Game Ich will nochmal Fynn Das ist jetzt mein Gedankengang Ich brauche die Shakey spielen, wenn ich mit Fynn eh nicht weiterkomme Oh mein Gott Man, gegen Freaks habe ich auch Respekt vor Man weiß ja auch nicht, wie das werden würde Deswegen, mal schauen Ich bin noch nicht ein Bisher noch nie Er ist noch zurückgegangen Muss man schon Und ja, dann kann man hier so Ich würde sagen, es wäre fünfmal du, fünfmal ich Hätte ich jetzt auch gesehen Und das war ja das Coole daran Das war jetzt quasi fünf Sekunden Unterschied Nicht von meinem guten Aussehen ablenken lassen Okay Ich schenke eine Frau Das kommt Oh gut, stark von ihm Ah Mann, also der Anfang gerade war ich ein bisschen belassen Stark Stark Sehr gut zurückgekommen Das war dumm von mir Stark von ihm Stark von ihm Jetzt komme ich gerade nicht mehr rein ins Game Sehr, sehr stark Ah Mann, ich fall immer wieder den gleichen Trick rein Ich habe selten gegen Jake gespielt Das ist so ein bisschen gerade mein Nachteil Scheiße Ja, Mann muss auch mal reichen Stark, stark Ich habe keine Chance Keine Schnitte Deswegen Kein Reno-Leute mehr Ja, da muss jetzt was passieren Also das jetzt vorhin sein müssen Also dieser Cheesy Way Den er gegen mich gemacht hat Das hätte ich vermeiden müssen Das hat es ein bisschen leider rausgehauen Mann, macht das gut Alter Ja, macht das halt sehr, sehr gut Stark Fehler von mir Wieder Na, haupt Wesens noch Oh Gott Das hätte ich sogar noch machen müssen Also da Na, ich meine Ich habe es eh schwierig mit 99 Und ich kriege ihn gerade nicht raus Also er macht das halt Wulfi macht es halt sehr stark Stark Keine Schnelle Keine Schnelle Egal Ich bin weitergekommen, als ich dachte Machte nix Sehr, sehr cooles Match So Schade Oh, ich bin hier gemutet GG Ja, GG Aber Wulfi Das war sehr stark von ihm Das war super stark von euch beiden Muss ich aber auch sagen Ich dachte echt so Okay, du holst jetzt noch den zweiten Stock Und danach Ich dachte mir so Okay, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr aufholen Aber du hast halt generell So gut geschlagen Dass es einfach dieses Kopf von Kopf Von deinem zweiten Und deinem dritten Stock Noch so spannend war irgendwie Ja, beim ersten Beim Mirror Match Da hat er halt den Vorteil gehabt Mit diesem Anfang Den habe ich gerade verkackt Den hat er sehr gut gemacht Und ja Boah, das war krass Ja, und gegen Jake Habe ich nicht so viel Erfahrung Deswegen das konnte er gut ausnutzen Das hat er auch sehr gut gemacht Das fand ich aber auch so krass Weil er erst kam Er hat dich halt so übelst rauszenichtet Aus dieser Map Das war halt so ein bisschen Dann gleich noch ein Spike hinterher War bei 0% Oder 20 Und dann hast du es so heftig aufgeholt Das ist so knapp war Also wäre der Anfang nicht gewesen Hättest du die Runde wahrscheinlich sogar gemacht Aber am Anfang sah es so aus Als würde er dich übelst weghauen Und dann hast du so krass zurückgekämpft Ja Das war Wahnsinn War schon stark von euch beiden Hast du da sehr gut gemacht Ich habe mir alle Mühe gegeben Ich war da gekommen, als ich dachte Ja, das war passt Stimmt Du bist jetzt kaum nicht raus Ich habe es vorhin gerade dafür gesagt Da kann ich mich darauf konzentrieren Mich erholen in Ruhe Passt Ja, aber wir haben ja noch Matt Jetzt in Runde 3 Äh, in Runde 4 Ne, doch Runde 3 Doch, doch, doch Genau Pall jetzt gegen Daniel Ja Daniel darf auch endlich wieder mal kämpfen Ja, wo man seid ja Bevor er mir hier einschläft Hm Ich muss irgendwie dieses Ausblende-Ding Ja Ich habe Angst vor dem ersten Finale Ich will das schaffen Ich finde das geil, wie jeder Respekt voneinander hat Das ist halt sehr, sehr cool Ja, das ist halt echt Wohlfährt ja auch so giga Respekt Er war für sich So für ihn war es halt schon entschieden Dass du das gewinnst Naja, das richtig Da macht es halt dann 2 zu 0 Das war so Ja Man, man, man ist halt Man schätzt sich selbst manchmal so ein bisschen zu gering Und hatte man dann Sieht man die anderen Spiele Und habe so hohen Respekt von den anderen Ja Und das Ich bin quasi Das war auch eine coole Sache Und ich bin quasi den Weg gegangen Den wir bei Freaksworn vermutet hatten Hab erst gewechselt Also ich bin geblieben bei Finn Weil ich dachte Okay, wenn ich jetzt mit einem anderen Schal Selbst wenn ich da jetzt das 1-1 hole Ich müsste mit Finn Jetzt auch einen auch Auch einen Punkt holen Also wäre so oder so Auch egal Dann habe ich den Weg genommen Ja Deswegen lieber 2 zu 0 hinnehmen Man muss ja auch ein bisschen vorankommen Ich habe bei 23 Uhr geschätzt Da wird nichts mehr Aber hey Ja Ich bin auch verwundet Ich habe vorhin geguckt Auf Streaming Service Streamen seit fast 5 Stunden Ja Also wirklich Ich weiß Ich weiß immer Weil ich habe damals Auch wie gesagt Beim Smash Junior War ich auch so 2 Stunden Das ging den ganzen Nacht einfach Die Nacht vor allem Ähm Das war so heftig Und jetzt hier auch Ich dachte mir Also 2 Stunden Aber wenn ich das sage Weil ich wusste schon Es wird ein bisschen länger gehen Aber 5 Stunden sind wir schon dabei Ich meine Wir nähen uns langsam den Ende Aber Das ist halt krass Wie lang so was dauert Bei jedem einzelnen Kampf Muss das vorbereitet werden Ja Danach läuft er Und dann Das summiert sich schon Mit einem Loser Bracket Das dauert das gleich mal Einiges länger Ja genau Schon krass ey Das war sehr krass bisher Wir haben jetzt ja noch Theoretisch 1 2 3 4 5 6 7 8 Matches ja nur noch Wir haben schon so viele hinter uns Ja Daniel gegen Pal Banta Yes Beide sind schon in einer Lobby Einer muss sich noch trauen Wir haben uns da einzuweilen Hi 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 Wie gesagt ruhig bleiben Kalte Schulter bewahren Das ist nur Daniel Denk dir immer es ist nur Balou Wenn du weiterkommst als ich Nimm ich da als Beleidigung hin Wenn ich weiterkomme nimmst du das als Beleidigung hin Ja dann bin ich böse auf dich Dann muss ich ja eigentlich gewinnen Ja Vor den Nulls Den Gramirko kommt dann nach Von euch beiden Da ist doch ein Anspruch Ja Ja Good like an euch beide Ja danke Es war du ready Ich glaub schon der war kurz irgendwie hier Er hatte sich auch bereit erklärt aber er war schneller Hab alles gesehen Alles klar Ja dann dürfte So wie es euch passt Na gut Viel Erfolg Oh du hast mich schon gemütet Viel Erfolg Dankeschön Hahahaha Guck mal Ich hab dafür noch mal gemütet Äh entbiere Oh man ey Oh man ey Okay Mac If you say so Bugs Bunny gegen Finn 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 Daniel ist halt einfach Ich hatte den gar nicht so am Schirm Weil wie gesagt er hat eigentlich so zu Release halt Er hat viel Smash gespielt Daniel hat verdammt viel Smash gespielt mit mir Ja Aber war von diesem Game nicht so krass überzeugt Er dachte das wird halt schnell langweilig Und das ist eigentlich die ganze Zeit ein bisschen liegen lassen Ja Dass ihm gleich von der Abreibung gleich am Anfang so hardcore verwirrt Jetzt bin ich ein bisschen gespannt wie dieser Kampf hier aussehen wird Ja Das wird echt wieder interessant Das ist halt das coole Man weiß halt vorher nicht was passiert Was kommt bei meinem zu Das ist halt sehr geil Stimmt Ja Wurde starten bisher schon Wurde starten bisher schon Wurde starten Wurde starten Ich hab heute ein paar Bugs Bunny gesehen Ich muss für ohne Bugs Bunny kaufen Bugs Bunny ist so ein coole Charakter Ja Sprichst du dann auch immer runter Wenn du einen gewinnst Ja natürlich Ich glaub Gehört glaub ich dazu Mhm Bestimmt Das ist die komplette Bugs Bunny Erfahrung Sozusagen Aber Pal oder Pel oder Bantha Pal Okay Kannst Pal sagen Kannst Bantha sagen Start Stark Glaubst du nicht ob uns so Pal ausspricht Oder Pal Ich find halt Er hat halt vorher gegen den Batman gespielt Ich weiß nicht mehr Ach gegen Steven war Batman glaub ich ne Gegen Dave Gegen Dave Du kennst mich doch Legende Achso du kennst mich doch Legende sowieso Ja Da hat er halt mega die Nase voran gehabt Das dachte ich dass das wahrscheinlich hier ist So wie jetzt gerade mit diesen Hammern Oh Boah 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 Das war wild Das war wild Wir wartet Wie er einfach im Spawn... Ey, das ist ja... An das habe ich noch nie gedacht. Dass ich so schaue, wo ich Spadament der Spawnpunkt und warte ich da mit so einem aufgeladenen Schlag. Das ist ja so dreist. Das ist so geil eigentlich. Ich habe das aber versucht mit der Handtasche oder so. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Hat 50-50 geklappt, also bin zufrieden mit der Quote. Das stimmt, man sieht echt immer so eine Handvoll Charaktere. Viele werden zum Teil nie gespielt. Aber das ist glaube ich nicht unbedingt bei den Schlechtersten. Das ist nicht der Fall. Es wirklich, weil man halt meistens ja... Ich meine, wer will Gigant aus dem All spielen? Das Ding ist halt, das machen sie bisher halt sehr gut. Mit jedem Charakter kann man halt krass sein, wenn man den halt nicht drauf hat. Das finde ich halt auch gut, weil... Sorry. Ne, mach. Ne, ne, ne. Ich habe mir jetzt beinahe gesagt. Ähm... Ich finde halt zum Beispiel gerade, wenn man so denkt, oh... Okay, Daniel, was da los? Gerade am Anfang, man denkt, oh, das ist ein Support-Charakter, das ist halt nur für 2 gegen 2 halt gut. Ne, das stimmt halt nicht. Man sieht halt an bei Sherpa, Brenhund, richtig krass unterwegs mit dem Gegner... Mit dem Charakter. Ich mit Velma zum Beispiel. Also, Support heißt halt nicht gleich im 1 gegen 1 nutzlos, sondern... Ne, genau. Das ist dann krass. Also, kannst du einfach mit jedem Charakter spielen. Mhm. Das ist das Gute, irgendwie. Das ist halt so eine grobe Richtlinie, was das heißt, mit der Klasse so, aber... Ja. Das Turnier war ja so das perfekte Beispiel, mit jedem Charakter kann man alles schaffen. Man sieht auch zum Beispiel bei... Oh Gott! Oh mein Gott! Der... Wie greedy kann man sein! Zum Beispiel bei Renhund, der Laser, der halt Team-Mates wieder herziehen kann. Genau, hier macht er ein bisschen Schaden. Das ist halt so... Das wird auch ein bisschen anfangen, wenn du spitz 1 gegen 1, dann ändern wir das Moveset. Das hat nicht unbedingt ab, aber die Eigenschaften davon. So. Es ist noch alles drin. Bante liegt noch mal ein bisschen in Führung. Ja. Der Hammer hat ja auch eine Affiliität. Ich bin halt aber auch echt gespannt, wie sie es dann in Zukunft noch regeln werden. Ich meine, wir haben jetzt so eine Handvoll Charaktere. Ja. Es sind schon einige, ne? Und die wollen halt... Sie sind starb und schon Favoriten, natürlich. Ja, man hat monatlich... Wollen die nachpushen, und man hat diese Leads gesehen von Data Miners. Ähm... Oh Gott! Oh, der Dropkick! Hm. Schade. Chi Chi, ey. Runde 1. Aber der Main von Paul ist damit raus. Und ja, bei den ganzen Charakteren, bin ich mal gespannt, ob sie das weiterhin halten können. Mit diesem Ballast System. Wäre natürlich so. Ich mag's halt einfach, dass das jetzt so eine... Smash ist immer so endgültig. Ich meine, gut, diesmal hat man so Charakter besser. Aber Smash ist immer so endgültig. Jetzt kommt kein neuer Charakter mehr rein. Und Smash ist immer ein neuer Charakter, damit alle wieder Smash spielen tatsächlich bei uns. Und wie sieht das hier aus? So, wenn hier ein neuer Charakter rein kommt, ist das so ein anderes, das sagt, man spielt wieder. Aber ich finde dann allein gut, es können ständig, es kann jedes Monat theoretisch, je nachdem wie die am Ball bleiben, ein neuer Charakter in eine neue Stage rein kommen. Und das wäre mega. Und wenn du dann so denkst, nach zwei Jahren, wie sieht das Spiel dann schon aus? Ja, genau. Das kann einfach ganz geupdatet werden. Das ist mega cool. Ja, das sind so, wenn man halt vom Anfang an dabei war, dann weißt du noch damals so diese, okay, du hast so zwei Reihen und dann demnächst hast du da so fünf oder so irgendwann. So ein paar Jahre. Wäre auf jeden Fall cool, wenn die so machen. Ich meine, es ist auch wichtig, damit das Spiel am Ball bleibt. Ja. Wir müssen halt putzen. Das war halt für mich das Hauptargument des Spiels, dass das ein PC-Game ist, das konstant geupdatet wird. Da kommt der Cheesy-Way! Der Cheesy-Way! Mir direkt am Boden lang anfliegt, ey. Das ist so geil. Erstmal gucken, was geht. Ja! Daniel steht da wie so eine Statue an. Oh Gott! Oh! Er will diesen Doppel auch. Ich glaube, das wird eine toxische Runde. Es war vorprogrammiert. Oh! Sehr gut! Die Tasche ist halt ein sehr guter Konter. Also ich finde, ist halt ein sehr guter Konter gegen Superman, weil dieser Taschen-Move ist halt sehr gut gegen Superman. Glaubst du, dass der Taschen-Move diesen Grab blockiert? Diesen Anschluss, ja. Überbetten auch zu unsicher, also wie oft ich beten versuche zu schlagen, während der so anfliegt, nämlich den trotzdem Grab. Der passe ich doch mal mega auf und dodge den lieber, anstatt das Japanisch. Ja, also das ist das Gute an Finn, der hat ja so eine gute Reichweite. Aktuell, ne, auch eine Überreichweite, die wird ja noch genervt. Mhm. Und dadurch, das bietet sich halt gut an, dass man dann gegen Superman, der ähm, auch sehr beliebt ist, ähm, ähm, in richtigen Matches. Ja. Dass man, da jemanden hat mit ein bisschen Range und da... Boah! Stark! Boah, der war stark! Der war sehr stark. Das ist halt einer von Fins, auch, Möglichkeiten, dem raushauen, das kann er. Das finde ich aber krass, das muss ich, ich muss Finn unbedingt nochmal angucken, weil der läuft einfach am Boden, trifft ihn am Boden und spiked ihn halt trotzdem aus der Map, so diagonal dann. Oh! Tane Strong! Oh! Der hat Grappern getroffen. Ja, ja! Der war... Oh! Oh! Ha! 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 Das hätte besser machen können. Ha! Wichtig! Der Flug gegen die Wand, äh... Um ihn zu sichern. Also, äh... Pro Turnieren... Sehr gerne gesehen. Und... Hat geklappt, da gibt's Bushell, aber Damage halt sehr even, Daniel, der aktuellen Vorteil. Naja, das stimmt. Und fast den ganzen Stock tatsächlich. Das Problem ist, Daniel war vorhin auch stark mit Jake. Mit Jake hat er mich ja gleich besiegt, mit Finn nicht mehr, oder? genau ja genau deswegen auch wenn dann das hier gewinnt und halt keinen anderen mate mehr hat meine hat und ich meine hat supermännchen wieder wahrscheinlich auch behalten wenn er diese runde verlieren würde denke ich mal gehe ich auch von aus dass das versuch weil dann ist ein bisschen dafür ja das stimmt also dann lässt sich echt fast von jedem gravier treffen das ist so ein bisschen das hätte das ganze spiel gerade gedreht ja dann ja aktuell natürlich im vorteil jetzt aber jetzt kann man ein bisschen supermännchen weil der macht einfach versucht einfach mit den wegen weiter sehr sehr cool stark 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 das ist krass er geht richtig für den spy stark stark er wie oft ihm das rausgehauen hat und die snack ja da war ich der erstaunen mal ekelhaft toxisch 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 einfach robins würde ich auch noch sehen ja aber würde ich eher joker meistens wenn du noch was vom batman haben willst joker wurde ja schon mehr oder weniger geleakt ja es wurden schon voiceline von joker geleakt vom spiel scheiß datam einer aber ich meine es war ja eigentlich auch klar wenn man batman drin hat man wartet man wartet man denkt man weiß eigentlich wann kommt der früher der spiel weg der sylvester und tweed die werden zusammenkommt ich will den fetten von spiderman haben aber spiderman war nicht warner bros oder ich glaube du hast dich auch so nach ihm genommen oder war das nicht kingpin der aus dem spiderman games der pinguin das ist wie das andere ist das ist glaube ich der pinguin oder spiderman ja aber ich kenne halt nur den aus den games nicht aus den comics die betas glaube ich am 15 vorbei zumindest gibt es dann den nächsten season pass ja und wie genau die planung da ist weiß ich auch nicht ich dachte halt echt dass wenn die season dann die erste season da ist mit den richtigen season pass dass vielleicht so ein paar mehr charaktere sogar direkt reinkommen weißt du mein ja das er wirklich gerade die early access phase ist und ich dachte vielleicht machen die jetzt so den sneaky das sind wirklich ist vier charaktere auf einen schlag reinkommen die die eigentlich jetzt schon auch ready hatten ja weil dann so eine vollwertung in anführungsstrichen dann dritten denn es ja aber ich meine jetzt wo die halt sagen dass rick so am ort und rick sogar er kommt als erster mord oder roti am dran war schon an dem ort der rick zuerst gehabt im liebsten richter sich gespielt aber dass ich halt die kommen halt auch direkt rein die weißen jetzt schon ich dachte aber dass beide reinkommen und ich kann alles ein bisschen schade aber wenigstens neues diesen pass dann habe ich wirklich ich liebe es in dem spiel die dailies zu machen zu spielen nur wenn ich ja gar nichts zu tun habe habe ich kein großen den laden das spiel zu spielen bin ich ehrlich also wenn ich für meinen kampf im endeffekt nichts bekomme dann habe ich das mensch auch nie aber das mensch war es nie der fall hier war hier fühlt sich dann wiederum wenn ich schon mal was bekommen habe so ein bisschen leer an natürlich man kann charaktere leveln und sowas habe ich dem so auch kommt das geht ja automatisch wenn ich dann beim season pass wieder spiele aber das ist grad ziemlich eben ne das ist bisher sehr eben ja ja multiverse ist halt aktuell auch sehr sehr beliebt ne also ich meine wie viele spiele die aktuelle haben ich glaube deswegen waren sie so ein bisschen mit den richtigen banger charakteren das ist halt auch das haben wir schon öfters gesehen die schwächen mit diesen man kann nicht man kommt nicht gegen dieses raus fliegen das hat sie sehr aber wieder gut gemacht aber wieder weiter nie was was super ist und rausfliegen also was viele oftmals auch nicht einfach machen ist gegen lenken das sieht am tutorial ziemlich auch extra knapp ein fortgeschrittenes tutorial das gegen und in der richtung lenken super viele ausmachen super viel sogar also du kannst echt viele kills dann durch treffen wenn du einfach nur weg wenn du noch umgeschlagen wirst lenkt nicht einfach nur nach unten sondern lenkt nach unten links so dass du auch die flugrichtung bisschen ändern hast dann hast du nämlich auch wieder mehr reichweite oder gefährlich dann ist eigentlich mit shake schon krass ne ja dann ist so anfällig für diesen grab das ist der wahnsinn das ist gerade spannend ich gehe gleich auf euch ein das tut halt weh ja das ist auch der superman-play-style ne also er hat ihn perfektioniert anscheinend ja aber wenn man stirbt man will nicht durch eine dieser attacken sterben bei superman das fühlt sich so leer an einfach nur man ist so mad wenn du dadurch stirbst gerade wie so wenig prozent ich hätte es oben unten gemacht das wäre vielleicht anders ausgegangen das ist ja stark gemacht obwohl er verfall hatte ne ja aber da war da war das palt nimm es ist gg 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 sehr sehr wild aber es ist sehr krass mit dem superman move hast du klassiker rausgeholt ja ne kann man ja auch richtig spannend also dieser double grab da war einfach so boah da wäre mein controller geflogen wenn es online gewesen wäre gegen randoms ja immer kann man das ja machen im mitsch das hat das hat es wieder sehr spannend gemacht schasse superman von dem Daniel schreibt ganz holy fuck gg pal oh gg gg ich erinn euch beide das war sehr sehr krass ja pal ihr seid gerade so weit gekommen wie ich haha ja nice channel einfach team rot warte mal jetzt muss aber eigentlich jetzt noch das loser bracket weiter gespielt werden freaks und wolfie und ne wir haben dann oder ne wer als nächstes steht an scherper gegen sora bist du sicher weil eigentlich müssen die das hier spielen also weil danach aber die wenn die jetzt wenn die nachspieler müssen die danach die zwei gewinner gleich noch mal kämpfen fürs finale deswegen denke ich dass sie jetzt gleich spielen müssen danach scherp und ich der gewinner von scherp und mir musste danach gegen den gewinner aus dem loser bracket spielen würde ich jetzt glaube ich so sagen oder veranstalter sich der vorteil holen ist ja ok ne ist doch kein vorteil das ist kein vorteil da drin aber sonst müssen halt kommen drei loser brackets auf einen schlag wieder auf also zwei runden kommt runde vier und runde fünfer hintereinander oder sagt dir dein tool an dass jetzt unser kampf kommt also der tool sagt runde vier und scherp und sora ist als nächstes dran aber wir können das auch so machen das ist eigentlich egal also wenn freaks und wolfie ready sind dann könntest du auch gerne losgehen ja also ich würde es so machen aber wir können auch mit dem tool nehmen es ist komplett egal also wirklich ich dachte ich dachte ich dachte nur für mich macht das gerade ein bisschen mehr sinn ja ich habe ich lebe dann ein bisschen länger im turnier okay und fertig rüber geschickt ja weil du hast heute glaube ich den ich glaube du warst heute am öftesten bei uns kann das ja ja das vierte mal das vierte mal stimmt wenn uns nicht auch hier genau bitte schön danke dir ich fühle mich jetzt nicht von scherp und verstecken und habe das deswegen vorgeschlagen naja gerade noch ging ich zerreiß den auf dem zweitbildschirm gerade den geist gegen ringhund ja ich hatte halt das geld noch nicht überwiesen gehabt deswegen ist es noch zeit schon das ist ein lego charakter wäre schon geil ja so ein lego charakter wäre schon geil da kommt es sogar das bei ne das ist zwei lego charaktere aus dem lego movie wirklich ja haben die das von datamining raus bekommen oder wie das ist ein lego charaktere ich kann dir das so gerne mal schicken so ein niago wäre schon geil oh god nein bitte kein lego charaktere was war denn das habe ich dir mal diesen geschickt du hast verliebt oh perfekt ah ja ich über trage ich habe den warte ich muss am handy gucken das interessiert mich jetzt ja aber als ob die schon so viel datamining konnten als ob das alles eingetragen ist das klingt so ein bisschen scammy irgendwie ja ich meine es gibt ja auch soll ich starten wenn die regeln passen ja ja gut ja raven habe ich auch schon gelesen gehabt dass die kommen wird gandalf habe ich auch schon gelesen gehabt harry potter original game league may have been scrapped Kalor ok ron weasley oh no 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 yes yes Ansch emails Godzilla Godzilla und King Kong wäre gigageil ja ja okay es sind echt viele drauf holy shit aber das denken wir als ob die so viele schon irgendwo reingeschrieben haben in irgendwelchen Grundbel şeyi evento ja das stimmt schon ich meine viele davon sei dun bin schon wahrscheinlich weil es ja auch aus dem Warner Bros. kommt, also dass ihr das ja auch einfach nutzt, kann ich mir ja gut vorstellen, aber ich weiß was du meinst, so dieses... Da steht Ben 10. Oh, bitte nicht, Ben 10, jeder Special wird wahrscheinlich so kurz eine andere Transformation irgendwie mit so einem Schlag oder kombinieren oder so ein Scheiß. Also der wird auf jeden Fall eine hohe Schwierigkeit. Ja, ich glaube auch. Den wollen auch viele. Ich hab schon ganz oft gelesen, dass die Leute ja unbedingt Breaking Bad, Walter White in so einem Cartoony-Stil haben wollen. Ja, ich mein, bietet sich halt sehr viel an, also... Ich bin halt auch wirklich gespannt, was davon dann alles noch zu betreffen, was so kommen wird. Ja, ich... Ja, aber mal schauen. Na, nochmal so ein bisschen diese seichte Geklopfe, even aktuell. Also, ich bin jetzt natürlich für Team Wulfi, ne? Dann kann ich sagen, ich bin gegen die Gewinner rausgeflogen oder so, oder was? Ja, natürlich, dann kannst du immer noch... Oh, gegen den, gegen den ich gekämpft habe, war im Finale, also... Ja, so, ich hätte... Also, ne? Mit einer anderen Konstellation wäre ich auch weit gekommen. Ja. Man kann es immer noch... Ja, sehr stark bisher. Gutes Battle. Weiterhin sehr even. 69, also hat er quasi gewonnen. Weiter geht's. Frank kommt noch, ja, das stimmt. Ja. Ähm, ich hoffe, dass Frank auch direkt mit Season 1 kommt, sonst bin ich ein bisschen mad. Ich glaube schon. Ich glaube auch, es würde mich so wundern, wenn nicht. Ja, ich meine, was wird denn ein großer Unterschied sein? Ich meine, es gibt ja jetzt schon quasi so eine Ladder. Ja, aber es gibt... Ja, was... Die Levels eigentlich nur, oder? Na, es gibt auch schon so eine Platzierung. Du kannst nachgucken, auf welchem Platz man ist, so. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich meine, es ging 1 und 2 ging 2, deswegen... Ich bin mal gestorunt, wie das anders sein wird, ob man dann picken kann oder so. Ich hätte so unbedingt was, wie bei Smash, so eine Art Elite-Klasse. Das wäre so geil, dass es nicht einfach nur rankt ist, dass es nicht besser gibt, sondern auch wirklich so einen Bereich gibt, wo du wirklich nur gegen die besten 10% der Welt kämpfst. Wie bei Smash Bros, das ist so geil, einfach nur, dass du jeden Charakter in Elite reinspielen musst. Okay, das ging cool. Ja, in Smash kannst du halt, wenn du die hohe Funktion hast, dann kämpfst du nur noch gegen die besten 10% der Welt. Ja. Aber das musst du mit jedem Charakter einzeln schaffen. Jeder Charakter ist seinen eigenen Rang, sozusagen, in deinem Spiel. Weil nur, weil du mit einem gut bist, heißt das ja nicht, dass du mit allen gut bist. Ja, genau. Das ist das Geile dran. Du hast nämlich eben ein Ziel, oh, diesen Charakter, ich will den in Elite reinprübeln. Da haben wir so viele Elite gespielt in Smash, das ist so geil. Ja, du willst dich halt auch super anbieten. Ich muss halt hier sagen, ich bin mir schon relativ sicher, dass Wulfi gewinnt, auch wenn Freaks ihm schon ordentlich Kontra gegeben hat. Aber Wulfi spielt da halt wirklich viel gespielt mit mir, während Freaks ja wirklich gerade ein blutiger Anfänger ist. Deswegen wohnt es mich. Das ist, glaube ich, im Halbfinale vom Loser-Bracket, ne? Ja. Das ist schon krass. Hat er gut gemacht bisher. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh. Das tut weh. Jeder Punkt hier ist wichtig. Und wir hier nichts wegschmeißen. Es geht um alles. Halbfinale. Äh... Aber dass wir echt schon 5-5 Stunden dabei sind, ist so krass. Äh... Ich... Ich fühle das vor allem nicht so. Ne, ich auch nicht. Es fühlt sich für mich immer noch an wie 2 Stunden, wirklich. Ja. Es geht halt sowas schnell vorbei. Ja. Ich mein... Ich mein... Gut, wir kommentieren halt auch die ganze Zeit. Die anderen wahrscheinlich, die spielen. Ich mein, bei mir sitzen viele Leute auf dem VZ die ganze Zeit wahrscheinlich auch labern und... Nach zwischen jedem Kampf halt auch trainieren so ein bisschen, das ist einfach eine geile Sache, das ist einfach eine geile Abendbeschäftigung, so ein Turnier. Aber wir haben zwölf Leute zusammen bekommen, also eventuell schafft man wirklich mal, weil wenn wir 16 schaffen, hat man ein super schönes 2 gegen 2 Turnier, das wäre einfach voll geil. Ja, da müssen wir vielleicht eher anfangen oder alle müssen sich bereit mit trennen, so ein bisschen länger? Obwohl, 16, ja oder 8, das ist ja 8. Ja, wobei, das ist ja weniger. Ja, deswegen würde ich, glaube ich, kein Loser-Bracket mehr machen, bin ich ehrlich. Nicht? Achso, ne, plötzlich sind ja gleich viele Kämpfe dann. Ne, es sind sogar wenige Kämpfe. Ja, weil wir 8 hätten dann sowieso. Ja, wir sind ja jetzt eigentlich sogar 12, das heißt, wenn wir danach machen, dass wir 8 Full-Teams kriegen, sind es ja weniger Kämpfe als jetzt gerade, dann definitiv ein Loser-Bracket. Dann kann man ja sonst einfach mal gucken, sonst einfach mal wieder so, kann ich fast die Tage mal aufmachen, so ein 2 gegen 2 Ding und man kann ja mal gucken, wieso das Interesse da ist. Und wenn wir sagen, passt, dann kann man es dann wirklich sagen, mach Filme durch. GG, Ulfie. GG, ja. Ne, wir trainieren nicht wirklich dazwischen. Für mich hat das sich, hab ich's eben, ne, ich kein Angefühl. Wegen dieser Lücke. Ja, ist halt Glück gelaufen, ne. Ja, hast du ja nichts. Wenn so ein Kampf ausfällt, bei sowas spüren wir uns alle mal gleich. Naja. Beim Start ist das ja noch okay, würd ich sagen, ne. Dieses Free-Ticket am Anfang, das ist ja okay, aber wenn's so mittendrin ist, dann hast du einfach so noch eine längere Wartezeit, weil die anderen müssen ja noch. Vor allem am Anfang, wo so viele Menschen noch so dabei sind. Ja, stimmt, ne. Na, ich mein jetzt, wenn man jetzt ein bisschen pausieren muss sowieso, dann sagt ja, in einer halben Stunde spiel ich erst. Ne, also, dann ist ja, das geht ja schnell, aber. So, ich muss ja noch hier gucken. Ich muss ja noch aktuell halten. Du darfst ja dann wahrscheinlich... Ah, nein, ach so, du bist raus, stimmt. Ich hab's das nicht nochmal erwähnt, um Salz zu streuen. Ich hab's wirklich gerade vergessen. Ach, du bist ja raus. Ah, ja. Auch wenn's so ein bisschen klingt, als hätte ich's genau deswegen gesagt. Das passt zu mir auf alle Fälle, aber das war grad nicht mein Fall. MC Stream darf nochmal gegen Daniel. Ja. Ich bin gespannt. Also, das Ding ist halt... Mal angenommen, ne. Auch wenn ich gegen Sherpa Wolf gewinne. Was ich definitiv vorhabe. Werde ich mir gar nicht schenken. Muss ich nochmal danach einen Kampf machen. Gegen den Gewinner vom Loser-Bracket auch immer. Kann sein, selbst wenn du Sherpa besinnst. Jetzt hab ich gedacht. Kann er wieder kommen? Ja. Ja. Ja, das stimmt. Das ist irgendwie... Oh, nee. Das ist halt so heftig. Aber ich bin auf... Gleich bin ich aber auch gespannt. So, die Jake-Spieler bisher. Wird interessant. Stimmt, die Jake-Spieler sind bei euch gar nichts zu vertreten. Bei uns hast du gefühlt jeder irgendwie Jake im Roster. Mhm. Mal schauen, Garnett. Hätte ja vorhin einen Unterschied machen können. Mal gucken. Stimmt, Garnett hat den Sherpa halt voll abgeräumt. Also verloren, aber voll close. Aber knapp. Das hätte auch anders ausgehen können. Definitiv. Oh. Mal gucken. Ja, aber wieder hier. Sehr spannend. Na gut. Ja gut. Das Problem ist, du siehst es ja bei den Streams mit diesen Umrandungen, ne. Was die Charaktere haben. Die roten und die gelben. Ja. Dadurch siehst du den Gegner selbst im Rauch. Ich finde das voll unfair. Doch. Optimal? Optimal. Guck mal, man weiß, da steht irgendwo da am Rauch. Aber ich meine trotzdem die Attacke. Ja, genau, man sieht die Attacke. Wenn er da drin stehen, wenn er es auflädt, siehst du das halt. Ja. Ich habe bei mir eigentlich das ganze O-Leck gestellt. Ich habe aber auch die Teamfarben deaktiviert. Aber weil ich die Teamfarben deaktiviert habe, ich glaube ich die Umrandung eingelassen. Wenn ich mich nicht ihre... Aber ich mochte, dass ich, wie zum Beispiel jetzt bei Wolfi, der so einen hässlichen roten Jake hat, oder mein Rehnhon zum Beispiel von Sherpa, wenn der rot ist, das sieht einfach so matschig aus irgendwie. Ich mag das nicht. Ich habe deswegen die Teamfarben deaktiviert, damit ich immer die richtigen Farben der Charaktere sehe. Und deswegen habe ich halt trotzdem die Umrandungen gelassen. Ich habe es vorher andersrum. Aber ich habe lieber die Umrandungen, dafür keine Teamfarben. Ja, verstehe. Weil bei 2 gegen 2 willst du schon irgendwie eine schönere Signalisierung haben. Ähm. Ja. Bei 1 gegen 1 brauchst du beides nicht. Aber 2 gegen 2, gerade wenn 2 doppelte dann irgendwie drin sind. Ja, stark. Stacke Move. Wolfi wieder mit dem leichten Vorteil. Boah, diese Achse ist so gefährlich. Ja. Die kann man echt gut botschen tatsächlich, aber die ist trotzdem auch sehr gefährlich. Ja. Wie die im Nebel aufladen wollte, dieser dreckige Eifer. Und du hell. Auf Wiederseidung. Boah, weil die so weit geht. Die stretcht sich einfach so ewig nach rechts. Oh, dieses Auto. Deswegen zerstöre ich die Scheiße immer direkt. Ich hasse die Autos, ey. Ich meine, ich glaube, es hat nicht gereicht. Aber hätte es gereicht, wäre es auch nicht in Ordnung gewesen, weil das Auto... Oh Gott, das war stark. Ich bin echt gespannt. Freak Squad hat das Echra gewinnt mit gar nicht, diesen Kampf. Das Problem ist, man darf gar nicht wieder nicht mehr nehmen. Aber da muss er wieder auf Superman weichen. Und ich glaube, dann hat er ihn. Ich glaube, dass Wolf ihn dann hat, wenn er auf Superman weicht. Die Supermans waren es bisher heute noch nicht im Turnier. Nee, nee. Mein Kampf war ganz geil. Ja. Aber leider hat er auch nicht gewonnen. Also, kein einziger Superman hat bislang den Kampf heute gewonnen. Stimmt. Oder? Doch, am Start, oder? Ganz am Anfang. Echt? Du hast nicht sogar Freaks, der hat ganz am Anfang Superman noch gewonnen. Ja, genau. Stimmt, Superman gegen Batman. Ganz am Anfang, aber... Ja. Und wir nehmen das Skateboard. Freaks hasst dieses Skateboard. Der hasst Jake mit allen... Dein Komplett... Stark. Der war stark. Einfach nicht locker genassen. Weiter hoch. Noch mal drauf. GG Freaks. Vielen Dank fürs Mitmachen. Oh, kein Ding, ey. Ey, war ein Kasaka-Wolf. Ist richtig am Schiff, ey. Ja. Der will unbedingt, glaube ich, nochmal ins Finale kommen. Naja. Oha, Wolf hat dich getoast. Ja, ich vergesse das jedes Mal, Mann. Ich hatte eben Sherpa auf. Und Sherpa, das sieht, es tut mir leid. Ich skipp einfach immer. Nee, bei Sherpa war es persönlich, wie alle wissen. Ja, gut. Ich spinne da mal raus, ne? Jo, auch rein. Danke, ciao. Ciao. Aber gut gespielt, aber ist weg. Ja, aber... Du bist gut gespielt. Ich bin immer zu langsam. Ne, ist das stark. Oh, belau. Jetzt kann man flimmern nach dem Stream. Ja, jetzt kann man flimmern, Schnappatmung, alles ist danach dabei. Okay, Sherpa hat eh keine Toast mehr, also passt das. Also alles gut. Ja, genau. Deswegen kriegst du jetzt einen Toast von mir. Also jetzt, ich hoffe nicht. Oh, nee. Stimmt, ich bin da dran. Na? Ja. So, kann man so machen. Also, oder nicht? Ja, wir hatten theoretisch ja noch einen Mix-Stream gegen Daniel. Ah, ja, Entschuldigung. Aber... Nein, 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 das kommt schon vorher. Ja, nein, 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 das kommt schon vorher. Wenn du noch on fire bist gerade, dann möchtest du dich unterbrechen oder so, ey? Nein, nein, nein. Ich hab's einem nur das vergessen. Ich dachte nicht, dass es kommt. Kommt es vorher? Ich weiß ja nicht. Ja, ja. Hi, Daniel. Hi. Wie geht's? Wie steht's? Hast du Bock? Ich hab sehr, sehr viel Herzklopfen. Willst du auch wieder zurück ins Finale kommen, sagst du? Hm. Tatsächlich, ich will nicht ins Finale, weil ich keinen Trincha hab. Dann sieht jeder, wie schwach du bist. Ich bin wirklich, ich verwundere, wie ich mit Jake so weit gekommen bin. Ja, wir alle. Also du glaubst nicht, was für Auge ich gemacht habe, als ich gesehen habe, wie du mich mit Jake komplett weggemöbelt hast dann im Spiel. Aber dafür, dass du nicht weißt, was du tust, quasi? Machst du das irgendwie? Ja, in der Zwischenrunde hab ich echt viel Nachhilfe von Ruhe bekommen. Na gut. Sehr, sehr stark. Äh, ja. Achso. Gut, äh. Ja, macht einer von euch die Lobby und... Ja, ich glaube, wir müssen beide gemeinsam die Lobby machen. Ja, ich hab beide, ja. Dann mach ich das. Genau. Lade mich auch gleich mit ein, dann kann ich einladen. Achso, da habt ihr euch gegenseitig auch. Nein, ich hab Akadari. Ich kann dich trotzdem einladen, damit du direkt wieder rausgehen kannst, wenn du da... Ja, ich will das bitte, ich will, das ist so ein King von mir, ich will da rein, wieder rausgehen zu können. Ich will nur sagen, ich war hier, Leute. Genau, einmal so, ich war ja, ich war auf der Party, ich war hier, ja. War lame, da sind wir nicht gleich wiedergegangen. Nee, eigentlich bin ich echt nicht in die Lobby rein, weil... Dann denken die Leute wirklich, ich war ein Loser-Bracket, naja, so. Bitte. Willst du nix mit zu tun haben? Damit habe ich nichts zu tun, ich distanziere mich von solchen Leuten im Loser-Bracket. Boah, du willst nicht wissen, wie viel Mühe ich mir im ersten Fall gegeben habe. Das glaube ich. Ich wollte dich so sehr im Loser-Bracket sehen. Ey, ohne Scheiß, dann hättest du mich ins Loser-Bracket geprügelt, ne? Ich, 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 ich hätt so lange geweint danach noch. Ich hätt das Spiel, glaub ich, nie wieder angerührt. Weil, ausgerechnet du, der nur am Tag eins gespielt hat, eigentlich so wirklich, und den ich die ganze Zeit verarscht habe, oh, da kann ich eh nix mehr überführen, der hau mich dann in dieses Scheiß-Loser-Bracket. Das hätt so wehgetan. So, da, hier, oder, oder, hast du schon? Ich hab, ah, okay, ich mach schon. Also, ich joine so. Okay. So. Wir alle da rumschmitzen, ey, ja, natürlich! Ist kein Spaß zu mir! Das war mal. Ja, das ist lange her. So, den Stream, seht ihr? Ja. Nein. Nein. Nein, nein. 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 Stocks auf drei, perfekt. Ne, mach auf zwei. Ich würd's dir so gönnen, dass Wulf hier einfach aus dem Loser-Bracket rauskommt und dir dann, ja, da pausen gibt. Ich, ich würd's mir auch gönnen. Wulf will nämlich aus dem Loser-Bracket rauskommen, aber da musst du auch gegen Sherpa gehen, ne? Jan-Berko, komm ran. Das ist vielleicht ja dein letztes Match. Du hast vier Pausen dazwischen, was willst du denn? Kannst doch wohl chillen gehen. Weiß nicht, was du warst. Du hast eine Ausrede, ne? So, äh, ja, im Stream habe ich nicht in der, äh... Ja, ich, ich, schon. Da kommst du da einfach. Der ist noch nervös. Da. Gut. Fahm ich schnell ab. Jo, dann mutte ich mich mal, ne? Jo. Jo, gut. Like an euch beide. Bade. 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 So, ähm... Ja, Turnier dauert ein bisschen länger, hat man ein bisschen unterschätzt. Nächstes Mal, wenn wir zwei gegen zwei Turnier machen. Das heißt, es würde so oder so kürzer gehen nächstes Mal. Ähm, ne, das Halbfinale vom Loser Bracket, also so vier Match ungefähr haben wir noch. Also, es ist Endspurt. Und Feidi, äh, ich fand die mit, ähm, Shaggy ganz gut, also, machst du ganz gut, machst du ganz nice. Also, du hast deine drei Charaktere größer. Mit Shaggy, ähm, Finn und so. Machst du nice. Also, Tipps brauch ich da nicht geben, du bist weiter als ich. Gib mir mal Tipps. So, dann schauen wir mal. Wer hat dich verkackt? Hat er verkackt mit Pörs? Ne? Nein, es wird auch. Kein Mirror Match am Anfang. Ne. Also, ich, ich bin halt... Achso, ne, blödsinn, ich dachte, dass Daniel gerade jetzt gegen Wulfi kämpft. Ich glaube, wenn Daniel gegen Wulfi kämpfen müsste, glaube ich, dass Wulfi gewinnt. Weil er halt wirklich mehr Erfahrung hat. Auch wenn Daniel nicht sogar verstoppt hat, hat er Hilfe. Ja, aber dieses, dieses alleine, dieses außerhalb der Arena, merkt man halt, Wulfi kann das. Und Daniel hat da halt noch so seine Probleme und das ist halt, das macht halt viel aus. Bei uns matcht halt relativ gut, weil so wäre da, glaube ich, ziemlich schnell drin. Also... Naja. Ich meine, er hat jetzt noch ein paar Matches. Mhm. Wer kann da reinkommen? Jetzt geht's ja alle Schlag auf Schlag. Es waren ja schon ein paar gute Spikes gemacht im Unternehmen, muss ich sagen. Ja. Ich und Daniel würden uns halt spiegeln mit Jake und Jake und Finn und Finn, stimmt. Die spielen ja beide Charaktere die gleichen, ey. Das ist halt so kex. Das sind einfach unsere Adventure-Time-Fanboys hier in der Gruppe, ich sehe das schon. Hast du das geguckt, Adventure-Time? Äh, nein. Ich auch nicht. Ich hate's doch komplett ohne Grund, weil die beiden sich das übelst abfuckt. Ja, kann ich verstehen. Deswegen trash-talk ich jetzt immer, wenn ich kann. Wegen lustig die Sache. Deswegen eigentlich müsste man jetzt was anderes machen, um den beiden jetzt keine Aufmerksamkeit zu schenken. Ja, eben. Lass mal umschalten, wir können ja mal kurz irgendwie, keine Ahnung, Fußball oder so gucken. Ja, wir haben ja eben immer ein Spiel bestimmt. So Mario Strikers irgendwie ein Turnier mit anschalten, einfach. Nein, nein. Aber Werbepause. Aber das ist sehr even da. Ja, sehr, sehr gut. Ja, stark. Hast du dir eigentlich Rumbleverse angesehen gehabt? Äh, ich hab's installiert, aber ich hatte bisher noch keine Zeit, weil der Plan jetzt immer war ein Turnier und gestern kam ich auch abends wieder. Und dann hatte ich auch den Plan schon stehen, ja, jetzt muss ich das mal spielen und das noch spielen. Das heißt, es kommen so viele Spiele, die kamen so raus. Ja, ja. Das war wild. Ja, ich muss beides nächste Woche nachholen. Voll krass auch, weil ich hab halt so, allein gestern kamen drei Spiele raus, auf die ich mich voll freue. So, und dann war Multiverse so zwei Wochen davor und es ist so, oh, lass mich doch mal in Ruhe, jetzt kam die ganze Zeit nichts. Ja, so, so müssen wir in Ruhe. Und dann auf einmal so, für dich was, Scenoblade, für mich was Digimon und dann so, Multiverse, Rumbleverse, da start doch. Ja, Scenoblade, Multiverse, Pult of the Lamp, Rumbleverse. Tower of Fantasy, nimm, nimm, nimm. Ja, genau, Tower of Fantasy, so, lass mich in Ruhe. Ich komm, was soll ich denn noch spielen? Ich komm nicht mehr hinterher. Ja. Aber das ist so eben, oh Gott. Stark. Oh ja. So, und. Das ist echt stark. VHS, stimmt. VHS, habe ich noch spielen? Oh, komm. Okay. Oh. 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 So langsam werden die Mashes immer schon gleich. Ja. Wir haben das High Five in der Luft gibt, so, nimm dir Angst. Bei Jake ist so ein High Five, wo der ganze Körper so, Papa. Hm. Hm. Für noch Resistenz, so, die Einstellung, so, wo ich so dann ist die Aktivierung, so. Alles, aber. Aber auch ein bisschen vorsichtig, also so ein bisschen, okay, ich will mal das Beste machen. Nee, ich will mal das Beste machen. So, wer läuft wo rein? Ja, gut gemacht. Ja, gut gemacht. Voll in Action. Ah, gut in die Tasche gelaufen. Also, schlecht in die Tasche gelaufen, aber gut in die Tasche eingesetzt. Das ist ja steifend bisschen. Richtig krasse Kampf und dann, äh, bin ich gegen Wulfi rausgeflogen, also, war, war zu viel für mich. Man kann da durch. Ich hätte 2-1 machen können, also 2-1 verloren. Ich habe, also, ich, ich wollte aber einfach gucken, der hätte sich nicht gelohnt. Oh, der war schön. Der war stark, ja. Und alles wieder eben, wenn Wulfi ihn jetzt, wenn Wulfi, wenn Daniel jetzt noch schnell raus hat, sind es wieder komplett gleich auf. Oh. Boah, ja. Hat er. What? Achso. Ich dachte, ich, ey, ey, wenn er das, dann. Der Schornsteinretter, das wäre es gewesen, dann wäre so. Dann hätte sich der Battle Pass geholt gehabt, wenn er das überlebt hätte, also, wie du wieder alles bevorzugt, ich sehe das schon. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, weil der Gewinner verliert sein Main, na ja, da wird vielleicht getauscht. Finn hat mir auch schon gezeigt, ob er wieder zu Tom und Jerry läuft, das war ja bisher einmal gut, einmal nicht gut. Ja, stimmt. Tom und Jerry habe ich halt übelst weggeflashtelt, ne. Das war so. Ja, da hast du auf dir die, also ne, der Downer. Das war, war stark. Ja. Ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt. Das heißt, ich weiß nicht, so bei so einem Turnier dann jemand so freestockt, da fühlst ich auch selber so ein bisschen schlecht. Und so, ah, komm. Keine Ahnung. Ja, ich muss halt sagen, so dieses Motto mit dem Fun-Turnier, das hat halt vorne bis hinten nicht geklappt. Also, je, alles was man, alles was das Turnier darstellt, alles was das Turnier darstellt, ist einfach gegen Fun. Also, ich glaube bisher war wirklich nur dieses Peile gegen Dave Match, wo sie beide durchgedrunter gesprungen sind. Das war so, glaube ich, das meiste in dem Bereich, alles andere war ein bisschen sehr, sehr, sehr wild. Ja. Wir waren wieder. Sehr schöne Choreografie zwischen den beiden, aber kämpfen wir auch mal anders. Ja, hör auf zu tanzen jetzt. Ich muss sagen, ich habe wirklich kein einziges Mal für das Turnier getrainiert, aber ich habe halt sehr viel das Spiel gespielt, wegen Pasta und alles drum dran. Ja. Aber so, ich hätte halt nie extra gesagt, boah, das ist ein Turnier, der muss trainieren. Ich sage, ich habe es jetzt selber vier, fünf Tage eigentlich nicht angerückt gehabt. Auch so vorgestellte mal kurz drei, vier Matching Freaks, damit der Mitspiel hier. Na. Das war es. Ich habe auch nicht viel gespielt, also ich glaube, aus meiner bin ich ja auch am wenigsten mit dabei. Ja. Echt? Ja, ich hatte auch diese Woche ein paar Streams, da waren ja so zwei kurze Koop-Streams, so zwei gegen zwei. Und dann haben wir halt noch einmal, ne, kurz ein Koop-Stream, zwei gegen zwei. Und dann halt ein Vierer-Battle. Weißt du, diese allgemeinen Wettbewerbe da, dieses mit den vier Leuten gegeneinander, untereinander. Was eh absolut Chaos ist, da kannst du eh nicht drin. Es ist so Chaos, das macht trotzdem Spaß. Ja, genau. Das kann ich so ein-, zweimal machen. Oh, da war's. GG. Starkes Ding. Stark. 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 Hm. Ich würde MC-Stream raten, bei Jake, glaube ich, zu bleiben. Ja. Andererseits haben wir dann jetzt so ein Jake gegen Jake, glaube ich. Das war so ein Schadenunterschied sogar, ne? Mhm. Mhm. Ich hab bei Daniel jetzt nicht mal den Charakter-Ausfall-Screen gesehen. Super Jake! So, okay. Ähm. Das ist auch so ein hässliches Wesen. Ähm. Ich kann's gleich nochmal zeigen. Sorry. Ähm. Ich kann's gleich nochmal zeigen, Sven. Wir haben... Mirko ist jetzt noch der vorletzte, sonst haben wir nur noch Fidi aus unserer Community als Vertreter. Also, Fidi hat die großen Stress-Garde. Er muss uns alle verriegen. Mit wild. So. Es wurde zwei. Ein Level-1er Jake. Kann doch sicher gar nichts, oder? Das ist... Kann man gar nicht glauben. Die Level-1 hat bisher schon einen Weitergabe geholt. Ja, ja. Die ganze Zeit in der Scheiß-Trainingslage drin gewesen. Ja. Oh? Oh, oh! Ey. Das wär so ein frecher Kill. Man merkt schon, Daniel hat so ein bisschen von Pile gelernt. Ja, das war ein Smash aber auch schon. So, so Low-Prozent wie möglich irgendwo rausbiken oder Meteor geben. Das war 1-20 immer schon Daniel. Das ist... Einfach Torx-Tisch halt einfach. Mhm. Aber ich lieb das auch. Ich bin da auch voll Fan von. Spikes sind mit Abstand bei Smashing meine Lieblings-Woofs gewesen. Und in dem Game, finde ich, funktionieren die halt auch so gut und connecten auch so richtig schön meistens. Ja. Das stimmt. Verdammte Nerds. Oh, Alter. Ja. Ja. Ah, jetzt können viele mal Gelb und Rot, ja. Wir sehen hier nichts außer Farben. Ah, jetzt. Ja. Voll der Farbenkriege. Vor allem, es sieht halt wirklich aus wie so ein Farbklex, weil Jake halt sonst auch nichts hat. Ja, das ist dieser andere Kunstunterricht hier. Ja. Gleich kommen wir ran. Bob Ross kommt gleich ran und mal so ein Gebiege im Hintergrund oder sowas. Ja. 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 Aber, ich glaube, Daniel war mit Jake sogar... Ja, mit Daniel war mit Jake ein bisschen stärker als Fan. Mhm. Head up, dude! Lick out below! Aber? Immer noch sei ihm. Kleiner Folge für Daniel. Aber, ist das Finale dann jetzt schon? Nee, wobei, erst im Grund... Wie ist denn das Best of Five? Erst im Grundfinale, ne? Ja. Ja. Das allerletzte. Was ich halt noch nicht ganz verstehe, ist halt dieses Grand Finale erst mal drei und dann noch fünf. Ich glaube, es ist so gemacht, dass du Best of Three im ersten machst und nochmal ein Best of Three. Und kein Best of Five, sondern zweimal Best of Three. Ja, gut. Aber andererseits, was machst du, wenn... Im Best of Three beim ersten ich gewinnt und im zweiten der andere gewinnt, dann musst du noch mal so ein Best of Five im Best of Freestyle oder... Ja. Schwierig. Da kann man ja einfach so direkt... Könnte man halt auch machen, ne? Dann hast du so ein übertrieben langes Finale. Das sind halt wie drei Matcher. Ja. 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 Kann man ja dann gucken, wie die Kandidaten da so drauf sind. Ob wir dann einfach sagen, wir machen erst einfach ein Best of Five direkt, oder ob wir dann sagen, wir machen ein volles Programm. Oh, stark. Sehr stark. Aber auch in der Ansicht macht... Da müsste eigentlich dreimal der Boxen für dreimal ein Best of Five. Oh! Oh! Gut gerettet. Ah! Stark! Okay. Wieder even. Was auch? Runde fünf, das Beste von drei. Also das erste ist ein Best of Three und danach kommt ein Best of Five. Ja. Aber was ist, wenn ich ein Best of Three gebe und dann ein Best of Five verliere? Was ist denn dann? Ah! Dann hast du ein Best of Eight und dann wird wahrscheinlich gezählt. Weil dann hast du so... Keine Ahnung. Naja. Wir können auch einfach direkt sagen, mach Best of Five oder so. Ja. Ja. Würde ich auch sagen. Ich kann ja direkt eintragen... Best of drei hat man fünf gewonnen oder so. Keine Ahnung. Geht ja theoretisch. Ja. Kann man das jetzt mal dann besser einfach. Man muss sich ein bisschen mit der Seite auseinandersetzen so, was sie so sagt. Ja. Wollen wir schauen. Was praktisch ist glaube ich, wenn wir da irgendwann ein 2 gegen 2 Turnier machen sollen, ist die Downtime auch geringer. Weil wir halt natürlich ein paar weniger Teilnehmer sind und wir haben dann kein Freilos und so wahrscheinlich. Also nicht so währenddessen so. Sehr viel. Und wir haben keine Daten... Es ist selten nahe, dass die Kandidaten dann abspringen oder so. Also... Wir tanzen aber echt ordentlich rum. Es sind schon vier Minuten vergangen und das Endstock gefallen. Ja. Eure Zeit läuft halt echt davon. Ab ihr kleinen Tänze. Yay. Ja aktuell würde so... Das ist so geil. Daniel würde so aktuell gewinnen. Nach Schaden. Ah ist es, dass es direkt schaut wer liegt hinten oder... Ich würde behaupten es wäre dann so. Aber ich habe es noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ich glaube wir werden es jetzt aber gleich mal sehen. Ja ich war 5 Sekunden davon entfernt ja heute. Aber wir schauen. Aktuell... Hättest du dann verloren? Ich hätte... Warst du hinten eigentlich in dem Moment? Ich war in dem Moment war ich hinten. Ich war in dem Moment war ich hinten. Mal gucken ob die 5 Sekunden Unterschied waren einfach. Ob es Wind oder Niederlage oder ob dann einfach der Ding hänger wird wie bei diesen 4A Battlestar. Das wäre geil. Das wäre geil. Es könnte sein, dass sie bis Smash so die starten alle mit 300% so. Es wird quasi nochmal neu geladen 300%. Mit einem engen Kreis. Bis man mit dem ersten Treff einfach droht. Das ist so geil. Das war auch eine Möglichkeit. Was? Boah. Puh. Was? Kritisch. Hat er schon besser gemacht dann. Normalerweise... Am Anfang hat er... Oh mein Gott. Stark. Ich glaube es ist ein echte Zeitauslauf. Gut aber jetzt würde ich mir dabei auch sagen. Gut interessiert mich jetzt was passiert dann. Ja ich auch. Ich will dass die Zeit abläuft. Die zwei tanzen Schiefi. Die sind voll am Dancen hier. Ich meine wir machen ja bis 23... Oh Gott. Kann das nicht damit dich selbst umbringen? Ja. Schon. Ich bin doch höher gegangen, das wäre wild gewesen. Pazifismus on. Oh Gott das war's. Okay eine Minute. Für... Ich hoffe die Zeit läuft aus. Gebt euch nicht um... Haltet euch so retortet ein bisschen. Sollen wir mal anfangen. Auf Daniel. Nein. Nein. Oh. Wir hassen dich Daniel. Mann. Wir wollten wissen was passiert wenn die Zeit abläuft. Ihr hattet nur noch eine Minute. Ihr habt schon sechs Minuten gekämpft. Aber GG. Ich war so schnitzend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. GG. Toast zurück. Ja. Ah GG Daniel. Richtig gut. Das war ein echt gutes Game. Hast du das die Zeit eigentlich mitbekommen? Habt ihr das mitbekommen? Ne 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 ne. Ihr habt sechs Minuten schon gekämpft. Das wäre nur noch eine Minute gewesen. Ja. Man kriegt es erst mit wenn der Timer auf einmal anfängt hier Geräusche zu machen. Dann... Dann wäre es... Dann wäre auch Panikmoment gewesen. Aber vorher... Aber stark. Ja. Sehr sehr stark. Ähm... Nirek war hier ähm... im Extreme oder? Ja. Genau. Wieso gehst du es hin und verarscht ihn nochmal? Oder? Nö. Der soll drauf treten. Ja genau. Das hast du leider verloren. Hahaha. Ich schreib... Ich schreib GG. Das gehört zu ihm. Jajajaja. Er schreibt für meine Daumen. Hahaha. Okay. Hahaha. Hahaha. Oh. Oh Mann. Ja. Tschüssi Miko. Das war sehr sehr stark. Und Daniel sind natürlich auch. Uh. Daniel ist ja noch jetzt dabei. Ich muss da mal wieder rüber ne. Jo. Ja und jetzt haben wir letztes Battle in Runde 4. Finale in dem normalen Bracket. Bevor es in dieses Eingemachte geht. Wir haben eine wahrhafte Legende. Die bisher ungeschlagen durchging. Und wir haben einen der hat sich ein bisschen durchgemogelt. Ja. Ey das war... Diese zwei Stocks waren keine Mogelpartie. Hahaha. 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 Das ist so dreist. Ich muss es nutzen. Ich muss den Trashtop nutzen. Du weißt es. Jaja. Ich merk schon. Ich hab den Stream ran. Oh. Ich muss doch echt sagen. Weil Shepa Wolf von Reinhorn mained. Das ist das schönste Profilbild in diesem Spiel. Das ist so cool. Ich muss den auch auf Lerophil zu bringen. Einfach nur für das Bild. Ja du. Jetzt hast du ja noch Zeit. Jetzt kannst du schon mal ein bisschen einüben. Ich nehm mich kurz den. Und ich bin gleich wieder da. Ja. Ich bin der auch. Ja. Wir sind jetzt schon beste Freunde geworden. Hallo. Wild vorbereitet. Was ist das denn jetzt? Wieso gegen unser System? Ja. Ja. Ich wollte einmal, dass sie mal auch was angeht. Okay. Dann muss ich ja gar nichts machen. Perfekt. Schillig. Sehr gut. Puh. Bis später. Bis später. Wir sehen uns. Wir sehen uns zwar nicht mehr im Loser Bracket, aber du darfst mich dann im Finale begutäugen. Boah. 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 Direkt gemiut. Good luck Freddy. Good luck. Ah mein Controller läuft gerade nicht. Warte mal. Kann ich. Hä? Ich muss kurz Spiel neu starten glaube ich. Warte mal. Sorry. Ich musste Batterien wechseln. Das hatte ich auch schon. Ne. Das hat nicht mal Batterien. Das ist alles. Aber. Ja. Ich kann leider nicht mehr mitspielen. Für nie wieder. Ja. Okay. Dann trage ich an. Feilig. Gege. So warte ich probier's noch. Ich start grad neu. Ich hoffe der Controller geht gleich wieder. Sonst muss ich die Controller zusammen entfernen und neu hinzufügen. Zu spät. Wie ist der Ausrede so kurz vor Finale. Ey ich kann nichts dafür. Ich starte eh gerade wieder das Game. Ich hoffe ich muss nicht den Controller kurz disconnecten. Ey das ist Folter. Ja ich kann da nix für. So ist er halt. Er macht halt diese Mindgames gerade. Ich kann da nix für. Ey wir sind einfach das Finale. Kein Grand Finale aber ein Finale. Mein erster Finale ja. Das erste ja. Ah er funktioniert wieder. Oh ne. Feilig push. Feilig push. Ich gönn's dir. Aber Sherpa. Ich glaub wir haben voreinander gleich viel Respekt. Die Angst die du gegen mich hast hab ich gegen dich. Jetzt rassier ich dich kurz. Was geklärt ist. Stream dann bitte noch mal neu starten. Jetzt hau ich mir alle Perks kurz rein damit es auch fair bleibt. Achso ich muss jetzt nochmal benutzer definitiv rein. Upti. Aber jetzt läuft er wieder. Seht ihr. Ich hab wieder Kontrolle. Alles gut. Also ich seh da gar nix. Achso. Achso stimmt. Ich werd jetzt einfach ready geklickt. Wenn ich jetzt gleich wieder rein tappe und es geht dir dann nichts mehr. Und? Ja doch. Ist was. Du hast den Stream? Ja. Ich drück dir auch beide Hoden. Was? Okay. Danke. Ähm. Aber nur deine bitte ne. Keine anderen Hoden auch noch drücken bitte. So ich müde mich mal. Bis gleich. Bis gleich. So ich hab mich auch mal gemutet weil Soras ja eh jetzt nicht so. Ey. Das wer jetzt fehlt. Die beiden. Wo ich jetzt aktuell sagen würde die beiden stärksten. Bin sehr gespannt. Fadi letzte Hoffnung für uns aber gar. Aber macht ihr keinen Stress. Äh. Ich bin jetzt schon unfassbar stolz auf dich. Also hast du bisher sehr sehr gut gemacht. Ne. Gewinner der Herzen ist ja so oder so. Ich bin echt gespannt was jetzt kommt. Das wird sehr sehr wild. Ich hab so rad die Einstellung gemacht. Ja wahrscheinlich. Deswegen. Gucken was das jetzt für Einstellungen sind. Ob die richtig sind. Spukhaus schon wieder. Hat Fadi heute schon ein paar mal gespielt. Wild. Direkt in Shaggy rausholen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Habe ich nicht mit gerechnet. Aber er hat auch Schaggy sehr gut gespielt. Das war. Seine eine Runde. Aber muss man schauen. Am nächsten Turnier weiß ich ein bisschen mehr Schaggy. Hehehe. Hehehe. Macht das sehr viel Spaß mit dem zu spielen. Mal schauen. Deswegen erwartet mit seinem Main. Und Sora halt auch. Das ist halt jetzt sehr interessant. Beide spielen nicht mit ihrem Main. Das ist halt so unfassbar interessant jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut gerettet. Aber Sora ist halt auch einfach sehr gut. Aber wir haben gesehen, Fadi halt auch. Sora will den Weg gehen. Ja. Sora geht den Weg, den Fadi auch ein paar mal gemacht hat. Und nach unten. Versucht Sora gerade nach oben. Ist ein bisschen cheesy-mäßig. Aber legitim. War sehr effektiv im Turnier. Und ja. Wir hatten jetzt eine Zeit lang wieder. Wir hatten eine Zeit lang jetzt kein Best of Free. Also keine klassisches. Oh. Zu spät. Hatten wir jetzt eine Zeit lang nicht. Aber das hier. Das Match hat auf jeden Fall Potenzial. Eins. Äh. Ein 1 gegen 1 zu. Äh. Raus zu bekommen. Stark von Sora auf jeden Fall. 64. Hat er noch. Das ist. Sehr sehr. Äh. Gut für ihn. Schlecht für Fadi. Aber ist natürlich immer noch alles offen. Man kann. Wir haben es heute schon ein paar mal gehabt. Man kann auch so diesen hunderter Dingern. Man kann da gut wieder. Wiederkommen. Das muss nichts heißen. Das sieht erstmal schlecht aus für einen. Aber ist sehr gut. Also. Es ist alles machbar. Es ist 36 Schaden. Das ist gar nichts. Das ist sehr sehr gut. Macht er toll. Und wieder reingekommen ins Game. Alles. Alles wieder möglich. Ist Shaggy gut. Shaggy ist der leichteste Charakter zum Erlernen. Also. Zum Erlernen. Wirklich. Schwierigkeitsstufe. Easy. Peasy. 0 von 10. Schwierig zu lernen. Also. Das ist halt der absolut empfohlene Charakter zum starten. In das Game. Tja. 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 aber sehr stark von sora sehr stark sehr viel respekt vor fahrzeugen das ist also noch mal also ich habe sowieso sehr viel respekt vor fahrzeug aber noch mal so diese in multiverses habe ich viel respekt von ihm bekommen allgemein hatte ich ja aber multiverses machen natürlich auch so sehr sehr krass und würde mich halt interessieren weißt du der wolf gegen wolfie auch interessantes bettel dann oder dann ja ich will jetzt nicht da alles möglich sind aber viele charakterien sind ja also wenn du jetzt wirklich anfangen möchtest würde ich für dich jetzt sagen finden also aktuell würde ich sagen film scheggy und ja ganz guter charakter zum starten renund kann man gut starten viele gute startcharakter das macht das spiel sehr gut dass du mit vielen charakteren sachen machen kannst du kommst auf jeder ebene gibt es charaktere die mit dem man sehr gut da spielen kann das ist halt sehr gut gemacht ich bin so begeistert über das turnier heute ich bin seit fast sieben stunden live eine stunde gut eine stunde war davon fast furchtbar das sind sehr komplexe charaktere und sehr schwierig tom und jerry ist aktuell nach den nach den tierlisten der schwierigste charakter zum erlernen wegen weit fand ich das sehr stark von mirko dass er damit so gespielt hat in dem ich glaube feide geht glaube ich mit dem mit dem user bricke und versuchte mit dem best of five jetzt ein paar charaktere müssen lernen noch ein bisschen besser werden damit er dann nachher auch mehr spielen kann weil im best of five muss man ja drei karten charaktere spielen spielen also sehr stark von sora sehr sehr stark er macht das sehr sehr gut war für mich so der titel favorit also titel was als titel war für mich der turnier favorit feini war so auf einmal dann für mich so mit favorit deswegen ist das wollte hier kann natürlich auch noch gut damit reinkommen daniel bogen sich ja komplett durch also wer weiß aber auch mal steht dann war im best of five ach habt ihr euch abgesprochen kann ich verstehen kann ich verstehen ich weiß was du meinst mirko es ist halt schenke ist halt schwierig weil die macht sehr sehr gut aber er hat ein schenke gemeint und wenn du halt jemand drauf was jemand leicht erlernen kann also leicht meistern kann sag ich mal dann ist halt schwierig naja da drüber geredet ja das ist ja okay naja das ist so ein bisschen die ich kann es ja komplett verstehen feiti spielt halt sehr gut und finn hat er jetzt ja auch gut gespielt aber ja aber feiti war schon frech versorger ja also war schon gemein aber sehr sehr stark von beiden feiti ist ja noch drin das ist halt nix zu sagen das ist ja sehr sehr spannend wieder gewesen heftig äh sherpa fett chichi ich finds richtig schade dass ich nicht gegen den renhorn spielen durfte aber vielleicht ja im grunde finale nochmal ne ja damit haben wir den ersten grunde finale und jetzt äh wartet sherpa in runde 6 auf Wohlfühl oder Bann die jetzt dran sind ey oh fett chichi ich war wirklich noch noch keinen kampf so angespannt ich meine ja es lief relativ gut für mich aber wirklich hatte er einfach so hohen respekt auch habe ich immer noch aber ich will gegen den renhorn kämpfen da kommen die ggs ne ich bin echt gespannt es ist ja alles noch offen hallöchen hallöchen das lustige ist halt ich habe schon mit Wohlfühl gesprochen und wir haben beide angst vor sherpa ja zu recht zu recht ist krass wir haben wirklich drüber gesprochen wer wird es gegen sherpa schaffen oh man ja scherpa hat einfach direkt von anfang an bei allen irgendwie so richtig respekt geerntet weil er muss so richtig auch reingehustelt hat ja wenn ich dich direkt gezeigt hat was habe ich drauf naja das war sehr sehr stark bisher das stimmt oh ja oh da warst ja scheiße was ihr seid noch nicht mal freundin im ersten mal die freundschaft zu verlieren rechts auf der seite Daniel rechts genau ah fehler beim akzeptieren auf heute noch eine Frage tja geht wohl nicht wir gehen zu ende dann hat Wohlfühl gewonnen so dann würde ich mal sagen Wohlfühl ich bin easy ne ja gut luck wieder an euch beide das war schon okay warte nicht mal auf meinen gut luck naja das ist schon ich bin für Wohlfühl jetzt weil ich brauche irgendwo mein OBS wieder ey ich muss einen neuen Fettet kaufen das regnet nicht so auf ne weil mein Mike ist der Fettet kaputt das ist so ein Verstärker weil beim Schuh braucht man den und dann habe ich ihn rumgeknickt und das kostet halt 80 Euro aber wenn ich 80 Euro wieder für Streaming-Set investiere das bringt mir nichts weil es wirklich nur ein Austausch ist es gibt mir halt keinen Mehrwert naja das würde ich dann so ein bisschen ja ich will keine 80 Euro dafür investieren aber es knackt immer wieder und ist unruh ja es ist eine schwierige Entscheidung aber kommt man mir klar ja das hat die Paar auswählen wir sind ja keine Gering verdienen wir haben 120 Euro und Multiverses gezahlt ich meine hey Content Creator ich bitte ja eben Influencer wie man das alles also wie machst du das eigentlich wenn du jetzt mal sagen wir mal holst dir einen neuen Charakter in dem Spiel ja mit Münzen oder deinen Tokens wenn ich die Münzen gerade in der Nähe habe dann würde ich warten aber die Tokens habe ich bisher sehr sparsam mit mit denen ja same ich will deswegen habe ich gerade das Roster absolut nicht einfach frei gekauft ja weil ich habe 30 Tokens bekommen ne 30 weil man dann sieht was da alles geleakt wurde da will man schon die Tokens direkt rein buddern ja aber ich denke so wenn ich die Tokens verwende habe ich die Münzen dann auch für einen anderen Charakter wenn da rauskommen weil ich habe nichts womit ich sonst Münzen ausgehen könnte ja das ist halt das Ding was ich dem denke weil die Münzen verlieren ja nicht dann Wert eigentlich auch mhm aber es gibt natürlich auch Skins die auch mit Münzen bezahlen können ja eben deswegen bin ich trotzdem jeder meine dass ich die mir Tokens kaufe und dann mir halt die Münzen spare so immer wenn ich 2000 Münzen kriege dann gebe ich wieder einen Token für neuen Charakter aus aber halt nicht mit der Münzen und ich hebe mir die Münzen dann trotzdem auf aber ich kaufe mir erst wenn ich mir die Münzen wieder erspielt habe sozusagen ja dass du meinen Ausgleich ein bisschen wie ich es mache so keine 80 Euro für besseren Stream aber 100 in Multiversus ja na klar ja ja ich glaube ich will auch und du auch ihr müsst High Five machen man Wulffi ja komm dann auf auf Wulffi man ey unkollegiale feud einfach weißt du das sind immer die Kinder die grausamen mhm die verstehen nicht die verstehen einfach nichts von ihr Gefühl ja und dann auf der Taunt da das war frech boah stark was war das denn naja ist nochmal die Aktion gesehen sehr gut Aktion ich hab die noch nie gesehen diesen Move hab ich noch nie gesehen das war ja das war ja Premiere obwohl ich so viel Fanspielen begegnet bin Wulffi so lange am Anfang dringend gespielt hat hä weil du Daniel einfach schon anders irgendwie hast gedrückt ja Wulffi ist so toxisch halt echt ne ey wenn Daniel gewinnt muss ich aber echt nicht lachen weil Wulffi halt echt so viel gespielt hat Daniel Moga sich einfach bis ins große Finale nachher ich seh das für mich wenn Daniel gewinnt dann wäre es aber das größte was passiert ey ne dann 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 nein wirklich ich akzeptiere jetzt gerade von allen Teilen im Finale nur noch Schärfer oder mich ja muss ich einfach so sagen ich kann gar nicht von den beiden jetzt ein Finalsieg weil Wulffi hasse ich deswegen gönne ich es ihm nicht ich würde ihn sehen aber ich gönne es ihm nicht und Daniel nein Gibt's da auch nichts zu sagen außer nein ja Wulffi muss ich gönne es ihm Störfer auch ich muss ja auch Störfer sein ne das ist ja klar meine Familie meine Bande ist ja jetzt schon ausradiert worden bis auf ihn ja das ist halt echt so welche Bande gewinnt ne ja ich meine ich will ja nicht angehen aber von mir sind noch 3 Leute im Rennen bei dir ne einer und der ist auch der ist krass der ist noch der reicht der kommt wie so ein Underdog gleich nochmal zurück und gibt so richtig Respekt ja weißt du der hat sich unterschätzt gerade so ein bisschen so hatte gedacht dem da verschwende ich doch nicht meinen Rehnhund und gleich das hat mich so gewundert warum er mit Rehnhund ich hatte ich hatte kurz Angst dass vielleicht dachte das wäre schon Best of Five oder sowas weil das was ich halt Angst hatte ich habe direkt nicht zu Anfang Shakey gespielt weil mit Velma wollte ich nicht den Rehnhund spielen weil die haben beide Projektile ja und mit Shakey kommt man relativ gut durch Projektile eigentlich durch das mache ich mit seinem Side-B jetzt wollte ich halt nicht den ersten Runden Shakey spielen und dann für Rehnhund kein Shakey mehr haben jetzt habe ich einfach in Kauf genommen dass ich mit Velma eventuell gegen Rehnhund kämpfen muss das wäre auch kritisch gewesen muss ich sagen ja aber schon vielleicht kommt die Überlegung ja gleich nochmal ja das ist eklig ich will halt mit Shakey gegen Rehnhund spielen ja das soll um dieses Gämmeln so ein bisschen nimmt man vielleicht sogar einen Loser in Kauf damit der Rehnhund weg bleibt so bei dem Best of Five tut es halt weh oah stark jetzt gut aufgeholt ich kann mir gut vorstellen dass das echt nochmal gemacht Wolfi ey Daniel tauntet und was macht Wolfi er haut rein ja bei mir auch das ist Schwitzer-Partie will ich sagen weil dir auch das ist ne Schwitzer-Partie will ich nur sagen ja ja na ne Nakamati sorry das war Nakamati vom zweiten ja der ist auch dreist ja ja da hab ich ein bisschen zu spät getauntet aber ich seh die Schuld nicht mehr ne ne er war schuld er hat es genau gesehen ja ja das ist richtig einfach um 8 Uhr angefangen jetzt ist 12 Uhr nachts ja und wir haben noch ein paar Matches und dann längst auch noch let's go ich bin zufrieden damit dass ich dass ich meine Schätzung war 23 Uhr aber Open End geschrieben hab ich hab gar nicht erst irgendwas mit Zeitlichem geschrieben aber ich war smarter aber ich muss sagen ich freue mich nachher gleich noch 1000 Fantasy spiel zu können aber es ist halt so es ist grad endlich wie gesagt ich hab die letzten paar Tage nicht mehr Multiverse gespielt und es fühl sich grad einfach wieder so gut an wie der Multiverse ist wenn das so ein coole Spiel ist ne und jetzt so gegen ganz gegen so intern quasi das ist halt auch ganz normal ein schönes Feeling find ich 24 Stunden Stream im Coming ähm wäre eine Überlegung wert mal einen 24 Stunden Stream zu machen ne ja mach doch mal einen wie wärst du ich glaube auch ich bin eben erst von einem erwacht ich hasse euch also wir meinen ja gestern war ja 24 Stunden und 5 Minuten davon war ein paar Pause also wenn man es runter rechnet war es keine 24 Stunden also stimmt jetzt ja stimmt man muss ja 24 Stunden nie fahren das ist ja 24 Stunden das ist ja 24 Stunden also ey oh my god wie knapp wir liefen gerade wir müssen uns ja eigentlich nur das Spiel unterhalten wir driften ab ja ja oh Gott aber wie knapp aber jetzt haben beide so Angst oh mein god Daniel krass ey Daniel einfach der ist schon mein süßes der deutsche Weltmeister er war super ja halt echt oder er hat Legit nur am Anfang gespielt den ersten Tag vielleicht noch den zweiten und seit der nicht mehr was ist das ja so heftig er hat im gesamten Spiel nur 6 Stunden und die hat am ersten Tag wieder uns gespielt gefühlt also wahrscheinlich immer wieder mal so kurz zu anken für 20 Minuten und keine Ahnung aber das ist halt nichts an Zeit in dem Spiel ne das stimmt ja wobei 6 Stunden ja ist schon ordentlich ne ordentlich nicht aber genug um zu wissen was es abgeht ja aber das finde ich krass also Daniel war für mich ist für mich so ein richtig was ist das denn jetzt was passiert hier ey Wolfi du willst aber auch nicht gewinnen oder was ist das denn hier ja gut wenn Baluda wenn Daniel da ran kann ey ey was ist das denn jetzt der Schmutz Wolfi Gates ist qualifiziert ja Wolfi Gates Skanda hab ich gar nicht mitbekommen Freaks vielen Dank Dankeschön ja ähm sehr gute Leistung heute weitergekommen als ich Wolfi hat einfach Kirk's aktivieren hofft man keiner sieht das war nicht einmal unbeabsichtigt er hat wirklich gehofft keiner sieht ja ich weiß es Ja, eigentlich müsste ich jetzt noch ein... Wie hier runter geht, nicht mehr läuft, sondern einfach nur so, ich bin in Ordnung, ja. Da war ein mitgeben. Ja, ja. Oh, da ist noch die Baggy. Aber wir müssen sich noch mal kurz umdrehen, eine draufhauen und dann auch. Warum Wulfi nicht shakeen, verstehe ich halt nicht, aber... War sehr stark. Ich merke gerade, ich hatte gerade im Sinn, er wollte ein Jake gegen Jake im Finale, weil ich dachte, er kriegt jetzt diesen Rundenpunkt. Oh, ich bin so stupid. Keine Ahnung, ich dachte, ich verstehe Wulfi, tue ich nicht. Das Ding ist halt, ich verstehe auch nicht, warum jetzt wirklich Jake nimmt, ich glaube, er will einfach nicht gewinnen. Aber, hast du schon einmal gegen den Giganten gespielt? Nein. Das ist, glaube ich, so ein Ganondorf, oder? Äh, ja, der ist schlimmer als Ganondorf. Aber, der ist übelst langsam, mega viel Hitbox in der Luft, aber du machst wenig... Ja, du machst schon auch viel Aerials. Aber, sehr speziell. Das sage ich nicht. Er wollte den letzten Roboter-Match, nehm beide Robots. Aber, der anderen hat ihn ja nicht freigeschalten. Soja, könntest du ruhig wieder starten? Jo. Bin jetzt aber echt gespannt. Also, wenn Wulfi das jetzt reißt, finde ich es irgendwie auch wieder witzig. Ja. Ja. Das stimmt. Alles klar. Viel Glück, Daniel, mach ich fertig. Hatte ich nicht gehört. Nein. Ja, ich bin zum Beispiel auch sehr zufrieden, so mit meiner Reise. Ich bin nach einer Runde weitergekommen und dachte, ich bin so direkt raus, wo man rausgehen kann. Hä? Ja, ich meine, wenn du den Kampf jetzt mit dem Gigant aus dem All gewinnst. Das wäre geil. Du hast den ersten Kampf verloren, Alter. Das gibt es doch noch. Das gibt es doch einfach nicht. This tournament never ends. Aber jetzt kann er ja runterspringen und man kann einfach so tun, okay Daniel hat 1-0 und dann passt es ja ungefähr wieder. Das hat uns sowas jetzt dann nicht gegeben. Sieger. Dieser Junge, wir hassen den jetzt. Nochmal und dann hat Daniel gewonnen. Ja. Also, dann hat er mit Fred. Aber Willi, hab die Steuerung verkackt. Ja, ja, ja. Ist auch sehr komplex im Menü, muss ich sagen. Aber das erste Mal zwei Mal fällt es bestimmt nicht auf. Komm, ich spiel einfach gegen Bord. Oh. Verlierst du trotzdem. Warum sind denn drei Felder? Ich weiß es nicht. Ich bin extra dick. Das irritiert mich. Das war bestimmt, das wäre jetzt bestimmt hier der Cheat, um auch damit so und ich hätten watchen können. Das ist halt schön gewesen. So. Er macht alle guten Dinge sind drei. Na gut, luck. Ey, Wulfi komm schon, du schaffst es nochmal. Okay. Bisher sieht es gleich aus. Das ist unfassbar witzig jetzt. Also, jetzt hat er so... Jaaaa. Jaaaa, Wulfi. Ey, der Junge muss den Pokal kriegen, der hat es geschafft, die Pörks rauszunehmen. Jaaaa. Scheiß Gigant. Okay, jetzt bin ich gespannt. Na geht doch. Fassern gegen Gigant ist halt ne wilde Nummer. Das kann... Da kann er sich jetzt mehr tun. Ne. Nee. Gerade der Cheat wird den so her schlagen. Mit dem Skateboard ist das so ne Angriffsfläche. Na? Sieht gut aus. Ich glaube, Wulfi will auch einfach das eine Gesicht auf ins Finale mogeln. Ich glaube, der hat einfach popst. Noch ist even. Aber aktuell sieht es gut aus. Für Daniel. Da sind Skateboard Moves. Genau diese Skateboard- Oh! Oh! Der Bait! Und ich wollte das dann genau diese Skateboard habe ich gemein. Und dann macht er das. Oh, was ist das denn? Okay. Er ist jetzt so ne große Hitbox, ne? Naja. Ich weiß ja noch nicht, wie wir Schrauben eingesammelt werden oder dieser Ultim-Move, dieser Power-Move da kommt. Ähm, ich hab ihn noch nie selber... Also ich hab schon paar Mal gegen ihn gekämpft. Wulfi hat, glaub ich, auch schon mal mit ihm gespielt. Ich weiß, dass ihn gekauft hat. Schon länger. Okay. Aber er hat nur ein Match mal so aus Fun. Aber wir haben eh immer gegen ihn gekämpft. Oh! Und ich hab diese Unverwundlichkeit, das muss man zwar verstanden. Da ist halt so ne große Hitbox. Deswegen haben wir uns immer über jeden Gigant-Spiel lustig gemacht. Weil wir immer direkt lachen mussten. Oh ja, die spiked mir dreimal raus. Ja, genau. Aber ich hab immer, wenn ich reingeschaut hab, war zufällig immer ein Gigant dabei. Und dann so, ha ha ha, easy snake. Ja, aber einmal wurden wir übelst von einem zerbärstert. Und dann hat Wulfi sich Dinge gekauft. Hahaha. Ja, sehr gut. Gute Skateboard-Moves. Mit den Giganten befressen. Eben gerade. Aber ein Unterschied. Oh! Verschle Richtung. Daniel, aber sieht gut aus. Oh! Wieder da. Ja, starkes Auto. Ich find's ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen schade, dass Wulfi das so ein bisschen verschenkt hat. Ja, das ist so ein bisschen... Man merkt so, das war so mit dem anderen Ansatz jetzt gerade. Ja. Ich find's echt ein bisschen schade. GG. Also GG, Daniel. Aber ich find's schade, dass Wulfi das verschenkt hat. Ich hab gern noch einen richtigen Kampf zwischen euch gesehen gehabt. Nicht so ein Meme-Scheiß. Wir haben uns nämlich über jeden Giganten lustig gemacht, wenn wir den immer treffen, weil das einfach nur in der Hitbox-Teil ist, die wir einfach nur runterboxen werden. Hm. GG, jetzt Finale. GG, Daniel. Du darfst gegen Sherpa nochmal. Du kannst gleich hierbleiben. Uiih. Du kannst den einen Wolf austauschen und geh den anderen. Bringen oder wegkicken. Äh. Ah, deshalb war, äh, zwei... Ah, ne. Ne, ich versteh's trotzdem nicht. Ich check's trotzdem nicht. Ah. Ah, bist denn das... Ach, ach, sorry. Hä? Diese Stille ist da schon. Mhm. Bin wieder da. Ja, diese Stille ist da schon. Ja, diese Stille ist da schon. Meinen wir, dass ich hier eine Inaktivität rausgehauen werde. Ja, die ganze Zeit. Man muss jedes Mal, wenn man das Video selber ran muss, wieder durch den Loading-Stream. Ja, ich dachte, ich bin jetzt... Das ist jetzt fertig. Danke, Daniel. Hab's gleich. Hahaha. Aber jetzt zweites Finale. Diesmal ein Lose-Brack-Edge. Bin sehr gespannt. Na, das dauert. Das musst du auch synchronisieren, das... Ich sag's Bescheid. Mann, mach hine! Jetzt. Weitere. Oh nee, jetzt muss ich wieder kommentieren. Ich bin zu schlecht im Kommentieren. Ich freu's immer, dass du. Du Armer, du leidest. Ja, ich leide. Ich leide richtig strong. Das letzte Mal, wir kommentieren. beschossen. Stimmt. Das krieg ich hin. So. Ich trashtocke einfach nur, okay? So. Meine Leidung ist raus, Heidi. Jetzt kommen wir mal ran. Sehr gut. Ich war gegen mich. Krieg ich hin. Jo. So kann ich ja auch kämpfen. So kann ich von uns kein Leben, oder? Oh, oh. Ich auch. Gut, dann. Hä? Ja, die Krone behalten. So nimmt mich. Okay, ich mach jetzt nichts. Ich mach jetzt nichts. Perfekt. Okay, jetzt hast du wieder. Jetzt hast du gestört. Gut, dann auf geht's. Gut, lagern dich beide. So. So, zweites Finale. So, du musst jetzt analysieren, was das Zeug hält. Das Whiteboard muss schnell wieder geleert werden. Whiteboard? Ja, du musst halt jetzt hier deinen Gegner gleich analysieren. Ah ja. Ach stimmt. Aber ich kann nur Regenhund analysieren. Die anderen beiden kenne ich eh schon zu Genüge. Also nicht unbedingt von Schärfe, aber halt generell. Das sind wir noch betrinken worden. Ah, war so ein cooles Turnier. Feinig, let's go! Ja, Backrooms ist nice. Gut, dann sehen wir uns sowieso nachher nochmal im VZ. Aber wie gesagt, ich muss ganz kurz noch Tower auf Fantasy. Bisschen, äh, kleiner Grind. Danach Backrooms, bin ich voll ab. Und den Dino Ward muss ich wieder holen. Okay, los geht's. Was ist Daniel? Also, ich hatte halt nicht gedacht, dass Daniel auf Sherpa trifft. Ich war echt so Wulfi macht's. Aber der erste Kampf hat Daniel, äh, äh, war sehr knapp, sehr spannend. Hat er gewonnen. Es hätte mich interessiert, ob er auch den zweiten gewonnen hätte, wenn Wulfi Jake genommen hätte. Eventuell sogar, ja. Ich würde ihm zutrauen, weil mit Jake war er auch besser als Finn. Oh no! Das war ein knappes Ding. Wir haben leider ein bisschen Pixelbrei, aber das ist egal. Wir sehen grob, was abgeht. Sie sind relativ gleich auf. Sherpa hätte ihn halt gerade fast gespiked. Das wäre richtig grausig gewesen. Aber ich bin jetzt gespannt. Also, wir müssen gegen den Sieger der beiden antreten. Im Grand Finale, ja. Und ich weiß nicht, wie im Grand Finale ausspricht. Ich sag's ganz schön oft, dass ich mir so unsicher bin. Ähm, Grande Finale. Ja, ja. Ja, ja. Oh Gott! Da hat ihm der Sprung gefehlt. Oh, bitte. Hm. Das Lustige wäre halt echt, wenn zum Beispiel Daniel weiterkommt. Daniel hat mich ja, wir haben in allerersten, äh, in der allerersten Runde, mussten wir gegen Daniel spielen und hat fast gewonnen. Wenn er das gewinnt, dann weine ich einfach, wenn Daniel dieses Turnier gewinnt. Ich weine echt so ein bisschen. Aber allein aus Meme-Gründen sehe ich den Ausgang. So, ich kann mir gut vorstellen, dass Karma von oben herabkommt, mir so richtig in die Fresse haut und Daniel das ganze Turnier gewinnt. Aber er musste sich erst mal gegen Sherpa beweifeln. Beweifeln. Äh, beweisen. Ah, so. Wieder da. Oh, ich brauch mich mal sogar nicht weg. Even bisher. Fighting mit Vorteil. Ich finde es sehr gut. So. Hi. Läuft bisher. Ja. Sherpa liegt ein bisschen in der Führung. Ja. Aber es ist noch alles drin. Ja, genau. Heißt ja nichts. Aber Sherpas Flynn ist er, glaube ich, ist das sein zweiter Main? Ich denke, ne? Der zweite. Kann man so nennen, ja. Der zweite. Ja. Der andere, glaube ich, ist halt direkt der Richter. Ne, wobei, ich weiß nicht, ob Daniel mehr Jake oder Finn Main ist. Aber ich würde sagen, beide relativ gleich. Ja. Aber wenn, wenn Sherpa das gewinnt, hat er halt noch Reinhorn, ne? Das wird wahrscheinlich ein bisschen kritisch werden. Ja, genau. Also Sherpa hat am meisten Reinhorn gespielt und dann war er so, guck, was spiel ich denn sonst? Und so finde es auch okay. Okay, kam halt noch. Aber dann war er so, dann die Überlegung, okay, Dritscher habe ich nicht. Ja, aber das sieht so aus. Das hat er ja eben schon hier wenigstens rausgefunden. Ja. Ein bisschen Choreografie, sehr schön. Ja, ja. Bisschen vorsichtiger, einfach. Ja. Ich meine, ist ja jetzt auch, also quasi das Finale, ne? Ja. Das Finale vom Loser-Bracket. Ja. Jetzt egal, was im Grand-Finale passiert, ich kann immer behaupten, ich habe das Finale im Gewinner-Bracket geschafft. Genau. Ich habe eh schon gesagt, wenn jetzt allein angenommen, Daniel gewinnt wirklich gegen Sherpa. Ich habe halt in Runde 1 fast gegen Daniel verloren. Ja. Das ist für mich so ein Ding. Und jetzt ist er aufgewählt. Jetzt hat er vor. Ja. Das wäre so ein Meme irgendwie. Ja, das wäre... Also... Memeiger geht's nicht. Also diesen Kampf hat Sherpa-Badging gewonnen, würde ich mal einfach dreist behaupten, dass es klappt. Ja, das war schon... Naja. Ja. Aber... Das Problem ist halt, mit Daniel habe ich mitunter glaube ich am meisten Smash gespielt. Der kann mich halt eigentlich relativ gut lesen. Das ist mein Hauptproblem. Mhm. Hat er auch gut genutzt, fand ich. Also am Anfang. Mhm. Und ich habe ihn einfach zu locker genommen, weil ich halt so dachte, da kann er eh so gefühlt nichts in dem Spiel. Das... War keine gute Combi. Wenn dich einer lesen kann, du den nicht akzeptierst und dann... Ja. Hat nicht zu gut. Keiner von ihm los geht. Hat nicht zu geschmeckt. Oh. Sherpa versucht andere Charaktere raus. Er nimmt Daniel nicht für Voller. Wiederschwein. Das war mal gar nett testen. Boah, so ein Finale im Loser-Bracket kann man sich das mal erlauben. So ein Charakter ausprobieren. Er guckt schon, ne? Sollen wir gleich gegen Sora? Was kann ich gegen ihn spielen? Weil Lu ist ein guter Dummy dafür. Mein Problem ist halt wirklich auch, dass ich halt auch einen dritten Charakter brauche. Ja, aber ich meine, Aria hast du gut verliefert. Und ich meine erste Main war halt Aria zum Beispiel. Aber die habe ich jetzt wirklich so ewig nicht gespielt. Ich habe die nur vor mir gespielt, weil ich sie vorher erst wirklich gesehen habe in diesem Bracket. Da habe ich so, oh mein Gott stimmt, Aria existiert ja. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob ich danach Jake oder Finn oder Tom und Jerry oder Aria erspielen, sondern als dritten Charakter. Ich glaube, das ist für mich die schwerste Entscheidung. Naja. Also ich habe viel zur Auswahl, aber... Ja, das ist das Problem. Angenommen, ich gewinne mit beiden und bin im letzten Match und verliere dann. So, weißt du, diese Panik. Einen anderen Charakter dann zu nehmen oder dabei zu bleiben, weil man jetzt war mit dem Charakter der ist so. Man muss so viele Entscheidungen dann die ganze treffen und ich weiß, ob die alle richtig sein werden. Ja, genau. Das war ja auch schon teilweise bei den Best of Free so. Was nimmt man jetzt? Und dann bei Best of Five ist das natürlich noch intensiver, weil du hast dann noch mehr, die du spielen musst und noch mehr Optionen so gesehen, die du auch für dich abwägen musst. Das ist halt krass. Das ist halt krass. Aber ich finde es ganz... Daniel ist halt auch das von Smash sehr gewöhnt, dass... Ich bin so ein Mensch, der guckt immer auf Oble, wie Leute es eingestellt haben. Das hat halt auch die ganze Lebensleistung so nach unten gepackt. Und wenn du guckst bei den Charakteren, ist die Leben gar nicht eingeblendet, sondern nur unten. Genau. So, dann musst du dieses... Ich bastle bis Smash. Ich habe auch... Also ich habe... Das einzige... Ich habe das so ähnlich. Wie gesagt, den Tief habe ich noch aus und die Cooldowns der Attacken habe ich auch nicht mehr bei den Charakteren. Okay. Ich aber nicht weiß, ob das nicht viel sogar schlau wäre. Weil manchmal hatte ich bei Velma Cooldowns nicht mehr ganz im Blick. Das ist schon ganz angenehm. Brauch ich. Das war stark. Aber ich liebe es einfach, wie Sherpa wirklich mal beim Spawnen steht und schon eine Attacke auflädt. Du spawnst und du kriegst direkt eine Schelle einfach. Ja. Vom Pal gelernt. Ja. Ja. Stimmt. Vom Pal haben wir das heute abgenommen. Ja. Der Bugs Bunny Hammer. Das Ding ist, ich finde es gerade krass, dass Sherpa das gerade mit Garnett scheinbar macht. Das Problem ist, ich habe noch nie wirklich gegen eine Garnett gekämpft. Aber immer wieder mal von zwei versus zwei. Aber da glänzen die Charaktere oft nicht. Weißt du, da weißt du gar nicht, weil wir von zwei Seiten immer ein bisschen rauf. Ja, genau. Irgendeine Garnett weiß ich halt auch gar nicht, wie ich kämpfen soll, weil ich nicht weiß, dafür musst du wirklich. Ich glaube, das ist in den guten. Ich meine, er lernt es ja auch gerade, wie man sieht. Ja, ja, ja. Eben. Das ist ja. Oh Gott, ey. Das ist halt sehr, sehr krass. So, ganze Optionen, die da sind. Ich habe mir halt irgendwie sehr leicht getan und ich war so, okay, Sherpa zweimal besiegt. Aber wenn ich ihn dann wieder sehe, Daniel hat mich fast zweimal besiegt und der tanzte ja fast schon ein bisschen mit Daniel. Ich wieder so. Ja, gegen den kann man mal ein bisschen Charakter mal testen. 1-1 würde ich hinnehmen. Ich habe ja nochmal einen Main. Das ist so easy. Das ist so easy. Finde ich, aber Sonneneinstellung muss. War stark. Sonneneinstellung muss man aber auch haben, wenn man ins Finale möchte. Schön kompident da reingehen. Es steht momentan 1-0 für Sherpa. Ja, das kann jetzt der Finaleinzug sein. Das wird eventuell werden. Ich meine, die Option ist noch offen. 108 Schaden. Finde kann das... Bei dem Fin kann man das... Das kann man doch heißen. Das ist definitiv. Ja. Aber... Aber er hat halt auch... Er macht seinen so gut. Er kommt... Ja? So ein bisschen? Ja, okay. Oh. Das Ding ist, Finde kämpft man halt auch schon so gut. Den hat man auch schon so oft bekämpft irgendwie. Ja. Online ist er immer vertreten. Ich glaube, Sherpa kennt Finalein auch sehr, sehr gut. Boah! Stark! Aber die Kante hat ihn gerettet. Ja. Ich glaube, das ist halt auch das, was Sherpa sehr gut mitnimmt deswegen gerade. Oder? Mhm. Der kennt Finalein einfach. Vielleicht hätte er sogar bei Jake bleiben sollen. Wie gesagt, ich finde dann war Finn auch mit Jake um einige stärker. Ja. Ja. Ich meine, er muss ja trotzdem auch noch beide Charaktere so oder so spielen. Das sowieso. Dann wäre es auch besser für ihn, wenn er Jake für Rienhund hat. Das stimmt schon. Ja. Also sein Main gegen... Aber... Allein weil ich Sherpa den Stock geholt hatte, wäre ich davon ausgedacht, dass er schon einen Rienhund hat. GG! Weitgekommen. Du kannst es immer so sagen, du warst im Finale im Loser-Bracket, Daniel. Ja. Das lag vielleicht nicht Loser-Bracket, aber... Finde ein anderes Wort dafür und das klingt krass. So, du bist viel weitergekommen als der Veranstalter, also einer von dir. Jaaa! Dann ist ne Leistung. Puh, jetzt muss ich nochmal ran. Ja. Kann ich nicht reinladen, ne? Wenn du mal online wirst. Ey, warum? Ich kann eh. Hab ich nicht drin, an der Liste. Du kannst mein Bildschirm übertragen. So. Aber GG, Daniel. Ich hab gesagt, du hättest vielleicht bald Jake bleiben sollen, vielleicht hättest du das dann auf die Garnet gerissen. Aber dann hättest du halt Finn gegen Rienhund spielen müssen. Also, Fadi, wenn du möchtest, kannst du... Ich pick... Hm. Nee, GG. Das wird jetzt... Schön, seinen Namen zu schreiben. Wenn du willst, Fadi, kannst du jetzt nochmal kurz da reinkommen, wenn Bad Brecht rausgeht. Dann, ähm... Können wir nochmal kurz ein Final-Tor machen. Okay. Weil du auch Bock hast. Wir machen direkt ein Best of Five, also für dich immer die... Ja, schönes Finale, ne? Ja. Danke. Gut gespielt. War nice. Du bist echt weit gekommen. Das hätte ich bei dir halt wirklich nicht gedacht, weil du halt wirklich nicht viel gespielt hast am Anfang. Du warst für mich so mein Underdog eigentlich. Und Freak auch. Ja, haben wir gezeigt, was wir können, ne? So. Ja. GG, hau rein. Hau rein, schönen Abend. Yo, yo, ciao. Endlich ist er weg. Ich kann ihn gar nicht sagen. Da war es nur noch zwei. Nach sechs Stunden. Nach 15 Minuten. Das ist so heftig. Na. Direkt besser auf Five. Nicht vergessen, Leute. Ja. Fadi. So. Willkommen. Ich weiß jetzt noch nicht was ich... Finaler Trashtalk nochmal. Ja. Sehr gute Leistung. Hi, hi. Sehr gute Leistung bisher. Hallo. Respekt. Hallo. Ja, jetzt muss ich halt wissen, welchen Charakter du am Anfang nimmst, ne? Wer wollte noch warten? Hm. Aber das Ding ist, auch wenn ich jetzt mal angenommen, im ersten Runde Shagging nehme und ich gewinne gegen einen Rehnhund, muss ich ja so oder so mit den anderen Charakteren auch einen Rehnhund gewinnen. Das ist richtig. Das ist ja auch so. Also im Grundprinzip bleibt es mir egal, mit welchen Charakteren man antritt, weil man eh mit allen da durch muss. Hm. Ja, jetzt gerade beim Best of Five. Ja. Aber gut gespielt. Also. Krass. Ich dachte dann echt, dass du im Finale bist. Aber irgendwie hatte ich kurz Zweifel, dass ich da ankomme. Ah. Uff. Weiß ich jetzt nicht. Na doch. Wenn zu sehen, sieht man alle so krass aus. Die sind auch krass. Oh Gott. Das war ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber ich habe so zugesehen und dachte so, die sind alle so weit über meinem Level irgendwie. Ja. Wie du am Anfang meine Community als hier Schwitzer bezeichnest und alles so raus. Ja. Naja. Naja. Aber du hast dann noch Sherpa, ne? Ja. Der macht das jetzt. Du siehst sozusagen deine Dame auf dem Schachbrett. Ja genau. Der kann alles. Weiß ich jetzt nicht. Ja, aber solange der König noch steht auf dem Brett ist alles okay, wenn ich mal überhaupt. Nein, das ist... Oh Gott ist das Kringo Talks alles genau. Ja. Na gut. Ich bin mal gespannt, was er gleich für Faxen macht. Ja. Ich auch. Oh. Das wird interessant. Okay. Okay. Na gut. Ich jetzt aber glaube ich auch mal nicht. Ich muss hier rein schwitzen. Ich hätte auch nie gespielt. Oh ne. Oh. Das könnte mein Vorteil werden. Mal gucken. Ja. Ja. Und äh... Let's go Feidi. Ich würd's ihm... Ich würd's echt ihm gönnen. Ich mein, Sora gönne ich's auch. Aber... Einfach so dieses... Sora war für mich so Favorit. Und wenn... Feidi den Favoriten besiegt im Finale... Im großen Finale... Es wäre so insane. Wäre so eine geile Story. Da ist er wieder so... Sora ist einfach frech. Und er wollte gegen Renuhund spielen. Jetzt hat er ihn. Ich bin halt sehr gespannt. Feidi hat halt sehr viel gespielt. Feidi ist deutlich besser als ich mittlerweile. Die Steigerung konnte ich halt merken. Vom letzten Feidi Kampf bis zu mittlerweile. Er hat diese Woche angefangen. Zu spielen. Und... Ich hab ja... Ich hab seinen Fortschritt ja quasi mitgesehen. Am Anfang hab ich ja mit dem Koop gespielt. Oder so ein bisschen geguckt. Und ähm... Ich hab ihm jetzt sogar Renuhund empfohlen. Also... Stark. Stark. Beide geben sich nix. Das ist so krass. Heftig. Dich. Jetzt muss jeder Schaden durch den man haben will. Mit dem Main. Wenn man den Punkt schon mal haben. Wäre wichtig. Das wäre einfach wichtig. Stark. Und Feidi weiß jetzt wie man gegen ihn spielen muss. Das darf man nicht unterschätzen. Das darf man nicht unterschätzen, Leute. Das war klar. Er hatte gut Damage schon kassiert. Aber... 16... Er hat ein Vorteil. Er hat 50 Schaden Unterschied. Das ist schon mal nice. Ah. Wild. Das darf jetzt nicht passieren. Der Soratsrick hier. Das war stark Feidi. Das war wieder... Das war der Feidi Reinhund Move. Wie man ihn kennt. Sehr, sehr strong. Und äh... Auf jeden Fall. Ich hab halt so Feidis... So... Sehen. Was so sein Einstieg ist. Und... Wie gut er halt mittlerweile geworden ist. Es ist halt... Äh... Ich... Es ist halt sehr, sehr krass. Ich... Also ich... Ich gönne es wie gesagt beiden. Aber es wäre halt geil. So einfach diese... Es wäre eine schöne Story für mich. Wenn Feidi das hier gewinnt. Es wäre auch mein Verdienst. Muss man dann ehrlicherweise sagen. Schade. Hat es auch gerade die Sora gemacht. Schade. Ähm... Da merkt man halt so diese... Diese... Diese Brawler halt so... Halt studiert. Ja. Da merkt man auch so ein bisschen. Feidi ist halt frisch in dem Gebiet. In dem Gebiet. Und er kam so weit. Es ist einfach Respekt. Feidi einfach King. Push. 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 Push push. Hei hei hei. Push. Er wollte mein Lob noch haben. Geil. Stark Feidi. Stark Stark. Okay. So damit haben wir das erste von fünf möglichen... Feidi braucht jetzt noch zwei Wins. Während Sora noch alle drei braucht. Aber dafür ist Feidi's Main jetzt raus. Es ist halt immer noch nix entschieden. Muss man einfach so sagen. Ich finde es aber sehr sehr krass. Ähm... Wie weiß ich es kann... Ich habe persönlich jetzt beenden. Brauche ich jetzt nicht mehr. Und ja jetzt muss er weiter. Ja voll finale läuft jetzt. Willkommen zurück. Jetzt ist das finale. Das grand finale. Best of five. Feidi füllt 1-0. Es ist halt so krass. Ich habe mit vier Stunden gerechnet. Wir sind bei sechs. Es ist jetzt auch okay von der Zeitberechnung. Miko ist ja extra freiwillig rausgegangen. Sondern für Miko natürlich im Finale. Miko war für Miko auch für zu spielen. Und da hast du den Nachteil... Koroni Nachteil. Dafür auch Respekt an Miko, dass es soweit kam. Und äh... Sora versucht jetzt Arya durchzukriegen. Und Feidi mit seinem zweitstärksten Charakter. Und... Sora probiert erstmal seinen dritten Charakter quasi. Während Feidi mit seinem besten direkt dran geht. Es sind zwei verschiedene Strats. Und beide können halt zum Erfolg führen. Man muss halt schauen. Also... Sora geht so ein bisschen mit den... Beste Charaktere raushauen. Und dann... Ähm... Versuch dieses... Einfach so... Oh! Pusht! Das war stark! Ähm... Und einfach so 2-0 hinnehmen. Beste Charaktere sind raus. Und dann mit seinen Mains ankommen. Aber mit dem dritten Charme muss er halt auch, ne? Vielleicht ist es auch das der Ansatz. Vielleicht 3-0 verlieren. Dafür aber... Äh... Ich muss mit dem dritten ja auch gewinnen. Vielleicht ist das der Ansatz. Ich weiß es nicht. Aber Feidi stellt sich sehr, sehr gut an. Und, äh... Ja. Ich habe ihn theoretisch alle 3 Charaktere empfohlen. Er hat mich am Anfang gefragt, welche Charaktere sind denn so gut? Ich habe ihm gesagt, so... Rehnhund ist ganz nice. So Finn. Shaggy. Alle haben wir gesehen. Garnet hat er auch jetzt ausprobiert. Da hatten wir auch im Turnier. Ich habe Garnet auch ausprobiert gestern. Ähm... In unserem Fun-Kampf. Im Turnier habe ich den gegen Feidi ausprobiert. Ich... War auch knapp. Das Battle. Und, äh... Ja. Muss man einfach mal schauen. Stark zurückgekämpft. Das hat sogar gut gemacht. Sehr, sehr strong. Ist halt wirklich spannend. Ich finde das ganze... Der ganze Abend. Es ist einfach 6 Stunden vollgepackt mit Spannung. Es ist so geil. Hey, David. Wir beide haben uns ja früh verabschiedet, David. Aber... Wir... Im Herzen sind wir wahre Gewinner. Ey, aber das ist... Ich finde... Es ist so unfassbar cool. Ich... Ich fand... Ähm... Ich muss jetzt einfach appreciateen, dass wir wieder ein Turnier machen. Zwei Jahre... Zwei Jahre und zwei Monate ist das letzte Turnier her. Also... Zweite Welle und Turnier kann man ja nicht mehr zählen. Ähm... Hat ja quasi nicht stattgefunden. Ähm... Und jetzt einfach mal wieder ein Turnier machen. Es ist einfach so... Ey, er ist so krass. Mit 69... Mit 69 Punkten hat man natürlich, ähm... 5% Schadensvorteil. Er ist einfach krass. Ich würde Feidi es so unfassbar gönnen, äh... Jetzt... Ehm... Einen Sieg zu holen. Er muss aber noch... Den dritten Sieg muss er dann mit dem Charakter holen, wo er wenig Erfahrung mit hat. Das wird sein Nachteil sein. Während Sora mit allen... Mit Aria... Mit, ähm... Shaggy... Und mit, ähm... Velma... All... Mit allen dreien hat er Erfahrung. Er hat mit jedem ein bisschen mehr Erfahrung als Feidi mit seinem dritten Char. Der auch... Den Aria jetzt quasi im Turnier versucht hat herauszufinden. Ähm... Und ja... Stark Feidi. Sehr, sehr stark. Oh... Ich entscheide, dass Feidi so weit weg wohne. Ne, ich würde vorbei... Wenn er in der Nähe wohnen würde... Ich würde... Ich würde... Äh... Ich würde... Ich würde... Vorbeifahren... Und sagen... Hier... Knuddel. Das war geil. Das war geil. Aber... Jetzt muss er... Er muss es erstmal holen. Ne... Neswe... Nice. Genau voll. Mit der neue, äh... Ähm... Hier... Track von dir, ne? Ich finde es halt so krass, dass, äh... Sora jetzt mit diesen... Wirklich mit das Threat Gate kommt. So mit... Einfach so... Seine Charaktere sollen raus. Und ich probiere damit meinen... Das Threat kann klappen, ne? Ich finde es halt cool, dass er es testet. Und... Äh... So ein 3... Dann hätten wir so... Also wenn Sora das gewinnt, hätten wir ein 3 gegen 2. Deswegen... Ich hoffe, dass Feidi das... Also Feidi muss das jetzt gegen Arya holen. Weil die... Mit den anderen hat er noch mehr Spielerfahrung mit... Und ähm... Ja... Es ist jetzt halt wieder ein bisschen even. Aber es wäre für Feidi sehr, sehr wichtig... Das hier zu holen. Deswegen... Mal schauen. Also das könnte jetzt schon spielentscheidend sein. Wenn das hier... Oh mein Gott! Feidi push! Stark! Oh nein! Ich meine... Man sollte das Caster natürlich neutral sein. Aber ich würde es Feidi einfach sehr, sehr gönnen gerade. Es ist so spannend, dieser Kampf! Es ist aber Wahnsinn! Even as fuck! Beide stark beim raushauen! Oh mein Gott! Feidi, was war das? Nein! Oh, das... Das könnte jetzt die Entscheidung gewesen sein. Jetzt hat Sora nur noch seine guten Charaktere. Das könnte jetzt die Entscheidung gewesen sein. Ich meine... Beide müssen jetzt noch zwei Siege machen. Aber... Ich glaube das könnte die große Entscheidung gewesen sein. Das wäre sehr wichtig gewesen für Feidi. Mein Team hat quasi gewonnen. Mein Team hat Treffchen gesinnt. Sven, wir reden vom zweiten Team. Ich weiß es. Das war mein Team jetzt kaputt. Mann Feidi, Feidi, Feidi! Push jetzt! Mach das! Wie die Überlegung da ist! Ich bin echt gespannt. Ist halt immer noch alles offen. Es sind halt zwei sehr gute Spieler. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt kommt halt Shaggy. Jetzt kommt der Main. Okay. Und er muss... Feidi muss halt mit Finn jetzt durchziehen. Er... Wie bei Arya. Erstmal... Er muss mit dem Charakter jetzt quasi einen raus... Einen Win holen. Das ist wichtig für ihn. Es war... Es ist so schade. Es ist alles offen. Aber es wäre sehr sehr wichtig für Feidi gewesen. Es hätte echt ein guter Step sein können. Aber es war unfassbar spannend. Also... So oder so massiv Respekt. Aber wie gesagt... Jetzt... Wir haben noch mindestens zwei Matches. Wir werden sehen wie es läuft. Abwarten wie es läuft läuft. Wir haben noch sieben Zuschauer bis zum Ende hier. So... Sora wahrscheinlich zehn oder so. Also... Ehre dafür, dass ihr so lange am Start geblieben seid. Und ähm... Ja mit Fiebern seid. Das ist halt sehr sehr spannend wie gesagt. Er hat sehr viel... Ja... Spaß gemacht. Und... Na jetzt einfach so ein... Einfach... Richtig... Ein schönes Finale... Finale haben. Ähm... Muskels Aufschluss. So viel Wasser. Ungesund. Ähm... Ist halt sehr wichtig und das haben wir. Wir haben ein... Wir haben ein... Wir haben ein cooles Best of Five gerade. FIGHTING NINE! Oh mein Gott! Aaaaah... Das ist halt schwierig... Na wie gesagt... Soras Main... Man merkt es an. Er kann ein Shaggy halt. Und... Man muss halt jetzt einfach schauen. Was macht... FIGHTING gegen den... Gegen den Main von Sora. Am Abgrund ist halt schwierig gegen... Mit Ren-Hund kann er das. Mit Finn ist halt ein anderes Ding. Mit Finn hat er auch seine gute Moves heute gezeigt. Sehr gute Moves sogar. Aber... Ähm... Also... Als Smash. Und... Ne? Es ist halt jetzt einfach wichtig... Äh... Äh... Das FIGHTING hier. Dass er... Dass er... Nicht aufgibt. Dass er weiter pusht. Ah... Der Main wäre allerdings raus. Also... Es heißt nix... Wenn der Main raus ist. Es ist immer noch alles offen. Mit Velma? Gut, FIGHTING. War natürlich jetzt aber auch der Erste. Das heißt nix... FIGHTING könnte es theoretisch schaffen. Aber... Ja... Das ist halt jetzt ne schwierige... Das ist ne schwierige... Das ist jetzt ne schwierige Nummer. Mache ich, David. Vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank fürs zuschauen. Und äh... Ich muss ein bisschen runter gehen. Ich bin so abgesackt heute. Das war halt krass. Ähm... Ich geb dir Bescheid nachher. Ich schreibe dir direkt in die Sieger. Ich schicke den Clip. 2 1 SORA SORA... SORA... Das ist Matchball. SORA Matchball. FIGHTING darf ich nicht aufgeben. PUSH! PUSH! Oh mein Gott! Das ist so spannend! PUSH! 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 Der Main von beiden ist raus. secondary PUSH! PUSH! zu sein, bei einem Turnier, wo einige halt Märscherfahrungen haben und diese ganze, diese Turniererfahrung nicht, also auch diese Turniererfahrung natürlich, aber halt so dieses Fun-Brawler, diese Erfahrung, dass man die hat und davon hatten wir einige Kandidaten und ich fand heute alle sehr krass und deswegen freut mich sehr, dass Feini ja quasi das Genre diese Woche für sich entdeckt hat, dass er sich so bis zum Finale gekämpft hat, das freut mich sehr und ich gönne ihm jetzt ein 2 gegen 2, also 2 gegen 2 würde ich ihm gerne, also Sora wird jetzt versuchen, Velma durchzuballern Feini versucht jetzt Fin durchzuballern und dann muss Feini halt noch auf dem Charakter wechseln, den er noch nicht viel gespielt hat es ist schwierig für Feini, aber es ist möglich wir haben gesehen wie weiter gekommen ist, es ist nichts auszuschließen, er ist so weit gekommen Push wir lassen ein paar Herzchen da für Feini, er muss die Herzchen sehen, er muss den Chat fühlen ja komm Genkidama für Feini, let's go even gerade naja, beide sind halt hart am schwitzen, man merkt es ohne Sora jetzt zu hören oder sonstiges, man merkt, dass er, also man weiß es, jeder war heute sehr am schwitzen, es ist warm, klar, aber dieses Turnier wichtig 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 jetzt bloß, jetzt darf er nicht nachlassen, er muss dranbleiben Feini muss dranbleiben ist jetzt gerade schwierig diese Velma macht halt viele Missiles und man, und Feini stellt sich da, tut sich da ein bisschen schwer mit man merkt es, aber jetzt muss er ein bisschen Schaden machen, damit er diesen Vorsprung weiter aufrechterhält das ist scheiße na, belastend aber dranbleiben, nicht ermutigen lassen dranbleiben noch so ein Move und dann wär, dann wär stark er ist aktuell ein Vorteil Feini hat den Vorsprung und wenn er einen Vorsprung hat, dann lässt er ihn nicht los ja, ich hab in der ersten Runde heute gegen den Finalisten gespielt, ja das hat mich alle, äh, es hat verlangen gegen Nakamati, war natürlich even das, das war halt heftig, ich hab heute nur einen Kampf gewonnen ah, aber, äh, Feini hat alles gewonnen, bis auf bis auf einen er darf sich davon jetzt nicht ermutigen lassen, dass er gegen Sora jetzt einmal verloren hat im ersten Finale das hier ist das Finale, worum es geht alles andere ist egal der, der Weg ist das Ziel und er hat es eben auch er hat, er es ist wenn er es schafft es wär halt so krass er ist jetzt ein Nachteil das ist jetzt ein bisschen belassen aber er ist nicht im Auto er ist im Auto scheiße stark von Sora gemacht aber Feini kann dranbleiben 100 Schaden 100 Schaden von Feini das war, das, das es ist alles drin er muss, er muss halt dranbleiben es ist nix entschieden gut, er hat, er hat sich gute gerettet das ist aber eine coole Story, ne also der Weg ist das Ziel, man merkst und, äh so oder so, Respekt, ne Feini ist auf die Schnauze geflogen und er ist wieder aufgestanden und ist jetzt im großen Finale ja, das ist mal Inspiration Freunde Feini ist die Inspiration der Gewinner der Herzen Sora schmeißt weg äh, Sora macht den Pal Banta Legenden-Move vielleicht war es unabsichtlich wer weiß aber er jetzt, jetzt muss er das das war die 3 damit hat er es hat er es? er hat es GG Feini yeah, GG 3-1 GG ah ja da machst du nix da machst du wirklich nix aber es war, ey so weit gekommen diese Woche erst äh, für das groß gespielt ey, sehr krass ich hab sehr ich hab sehr mich gefiebert GG es war so ein geiles Battle, Leute GG ohne Scheiß war das krass ähm ich hatte als ich mit Arya gegen deinen Fin kämpfen musste das war so heftig vergesst zu atmen ich war so fertig und mein Körper so halb am Stern ja, ich weiß nicht irgendwie GG, ey ich hatte echt gesagt, dass ich den zweiten Mensch äh, verliere also mit Arya da war ich echt da hätte ich mit Arya nochmal verloren dann hätte ich so gepanickt einfach nur oh, GG mega krass GG, ey ich bin so kaputt holy shit du warst zweimal im Finale du hast Loser und Gewinner Bracket eigentlich kaputt geschlagen oh krass mega, mega gut, Leute also also, Leute das war geil ja, ich mein so sechseinhalb Stunden sitzen wir jetzt hier dran und es war einfach ein komplettes Festpfand ich, also es war super geil ja, es war ein sehr cooles Pfandtonier ja war zum Glück keine Schwitzerei also wir hatten Spaß haben wir rumgedrollt zu Glück hat hier niemand reingeschwitzt oh, ich bin nass ja, ich geh gleich duschen ich bin auch nass ich hab zugeschaut oh, ich hatte jetzt oh, boy das war so gut das war einfach so geil also, ich hatte mich schon so gefreut als ich mit meiner Aare den Reno und so fast auch hatte und ich war so oh mein Gott das könnte sogar direkt werden ich wollte einfach nur nur noch mein Drittcharakter ich war mir so unsicher wer das werden wird und da war ich so froh als Aare dann weg endlich war hab ich hart geschwitzt stark also, mit Finn hab ich allein gesagt keine Ahnung war es nicht nee, hast du gut gespielt mit Finn es war so knapp also, ich glaub es war halt so wichtig wär's halt gewesen für dich jetzt, Feidy wenn du dann den zweiten rote Game ja, ja, zweite das hättest du da 2-0 gemacht Finn durchgehabt das wäre, glaub ich, sehr wichtig gewesen das war so knapp das war halt ein Schlagunterschied quasi das war so der alles unterschieden hat jetzt quasi das war heftig ich muss halt auch sagen hättest du also, das sah halt so krass aus wie du das für den zweiten Match auch gewonnen ich hab dann irgendwie so aufgeholt ich hab wirklich tat ich war so im Fokus ich hab so reingeschwitzt und halt boah, ey, hättest du das noch gemacht ich hätt fast geweint dann ich hätte dann direkt glaub ich Shaggy gespielt damit ich ihn jetzt mein Win hole und dann hätte ich auf Velma geswitcht und ich hätte aber zum Schluss nochmal Arie probiert ich wär nicht von Arie weggegangen ich hab nochmal Arie reingehauen kann ich verstehen weil es war quasi der dritte Charakter und den muss man ja auch durchbekommen ja also, ob 3-2 oder 3-0 wär's am Endeffekt ja egal gewesen das muss ja ich find Shaggy so, so Pain ey ich kann ihn nicht treffen keine Ahnung das war halt krass wer wär dein dritter Charakter gewesen? Jake, Shaggy oder gar nicht? wen hättest du als drittes gespielt? eher gar nicht weil Shaggy nicht ich hatte Angst vor dem Jake den hab ich nicht mal du hast ihn gar nicht? ne hättest du sagen müssen er hätte sich anders drauf eingeschickt ja oh Gott ey aber es war ein sehr sehr cooles Turnier das stimmt ich muss echt sagen das war richtig gut also es hat ewig gedauert also es hat jetzt einfach fast 7 Stunden gedauert ja wir hatten 12 Teile mit 7 Stunden dauert und so ich mein gut weil es halt auch so ein Hackmap war jedes mal muss jemand rankommen und ist aufgemacht das ist halt diese Downphasen dann man muss erst mal am Anfang gucken wie machen wir das jetzt und dann halt noch natürlich die Double Elimination so das war das natürlich jetzt auch bis jetzt aber ich fand es ganz cool dass wir Double Elimination gemacht haben oh ja sonst wäre einer so wenn man auch direkt im Zweifel voraus gewesen so hatte jeder so ein paar Matches das ist schon ganz cool gewesen aber ich freu mich dass ich nicht zwei Matche verloren habe das ist wirklich so also Best of 3 hätte ich auch gewonnen aber das war also dieses zweite eigentlich der zweite Sieg wäre auch deiner gewesen weil dass ich das mit Are noch irgendwie hinbekommen habe ich verstehe es bis jetzt nicht das war ein krasses Comeback das war für mich nämlich schon keine Ahnung gebrochen einfach aber beide die GG Sora natürlich noch mal muss man natürlich erwähnen die GG zum Sieg hier vom Turnier ja ja muss man natürlich noch mal sehr sehr gute Leistung das ganze Turnier über sehr sehr stark ich bin fertig einfach mit allem ich fand es auch einfach sehr krass also diese ganze Leistung im Turnier heute jeder hat gut performt fand ich das war so oft so even das war einfach heftig und so die Comebacks diese ganzen okay beide haben einen und ähnlich wie viel Damage und was weiß ich nicht alles aber so oft das war heftig so geil allein beim Spielen natürlich schwitzt man am meisten aber auch diese Spannung beim Zuschauen wer holt das jetzt und so heftige Sache fand es geil Montag das nächstes Turnier ach Wulfi muss man schauen wann wir das nächste machen man kann ja planen das dann habt ihr gesehen ein Turnier war eine gute Entscheidung hat sehr viel Spaß gemacht fand ich natürlich jetzt gute Nacht wenn ihr nicht schlafen geht und äh boah ich bin einfach nur fertig ja wie hieß er muss ich jetzt schwitzen warum hast du mir das eingetan einfach so 30 Grad tags über mir und dann und dann noch so ein Turnier keine gute Konstellation aber ja du kannst du kannst behaupten mit Stolz dein Reinhund ist unbesiegt geblieben true ja echt mit dem Main durchgekommen das stimmt du hast mich ja direkt im ersten Match mit dem Reinhund besiegt ja ja wenn die zwei Carcer dann sagen verdiene ich Zweifel ja ok wir haben alles beobachtet naja ganz ganz viel Auge gemacht sehr cool ne auf jeden Fall ging Yannick am Anfang verloren mit Reinhund ich glaube nicht ne ich hatte direkt Angst vor deinem Reinhund weil du ihm damit so rasiert hast ja oh oh aber vielen vielen Dank an jeden der mitgemacht hat ja es hat mich auch mega gefreut dass wirklich so dass wir so ein paar Leute gefunden haben die wirklich Bock auf das Spiel hatten und gesagt haben beim Turnier machen die mit auch wenn manche gezwungen wurden Breakser ähm aber ja das war ja wirklich sehr sehr gut hat echt mega viel Spaß gemacht also es war ein Spaß-Turnier aber es hat Spaß gemacht ja ja es kann keiner was anderes sagen genau also man kann auch gerne dann die Tage auf Feedback lassen oder bei mir so was fandet man gut was fandet man schlecht vor allem schlecht natürlich so Kritik weil man jetzt noch ein Turnier machen sollte ja ich fand dich halt irgendwie schlecht um es optimal zu machen ja also ich fand mich auch schlecht also ich kann da nicht mehr ich kann nicht mehr widersprechen ich kann nicht mehr widersprechen ich hab da echt mehr auf gedacht so boah das hab ich jetzt auch getrollt also manchmal war es noch weggeworfen so ein paar Sachen aber ich glaub's nicht ich bin sehr zufrieden mit dem ganzen Turnier und so auch mit meiner Leistung weiterkommen was ich dachte von daher das war geil also bei meinem Chat wird schon geschrieben Osu-Turnier drei Leute haben wir schon ähm nein ich bin da raus viel Spaß ohne uns zumindest ihr könnt euer scheiß Osu überhalten aber oh man ey einfach sieben Stunden dummes multiverses Turnier ich dachte halt echt ja so zwei schon dann wusste ich so aber das wird unrealistisch aber wahrscheinlich drei sieben ich hab vier eingeplant und dachte so jo scheiß schwierig ja ich hab aber geschrieben Open Hand das war in der Regel Verteidigung ja aber eigentlich man muss halt einfach sagen Wulfi hätte das Spiel ja wirklich gewonnen wenn wir dieses eine Two-Stalk-Match nicht gehabt haben ne also ist Wulfi ja der Sieger der Herzen weil das hätte er natürlich alles geändert einfach stimmt klar naja ich glaube das hat er ziemlich weggeschmissen mit dem Giant-Move ja gut also für mich ein Schein also mein Schein sagt Schärper ist es also jeder Schein kann das für sich ein Schein dann weiß man ähm sagen wir einfach die Wölfe waren heute sehr geil ah ah ohja ah dieser Scheiß Schein da hat er einfach keinen Bock mehr ja also gegen Schärper will ich nicht mal du äh FC ah wenn du das Eindruck hinterlassen bei ihr Mut ja bei ihnen also wir gehen heute alle schlafen und wir werden an Schärper Wolf denken ja diese Woche angefangen und jeden auseinander gerippt also fast oh man diese Woche ist angefangen ja hast du vorher Smash gespielt? ne ne das war seine erste Fighting Erfahrung den brach ich guuuut ähm Sie haben eine große Zukunft mein Herr ich äh es war für mich halt so für mich war es halt auch so unfassbar krass das alles zu sehen weil ich hab ich war am Anfang dabei wie er es so ein bisschen gelernt hat und dann so dieser Step so Step das war halt also mit Respekt vor die ach ja button smashy funktioniert aber wirklich oh man ey ja oh ja ich bin dankbar an jeden der dabei war und äh wünsche jedem eine gute Ruhe danke so Rav auch dass du Interesse daran hattest hat mich sehr gefreut es hat mich direkt es hat mich mega gefreut dass wir gefragt wurden also aber das Ding ist ich hab das Spiel auch gespielt und dann hast du mir äh geschrieben ey hättest du Bock auf ein Turnier und ich war direkt so oh mein Gott genau so das brauche ich ja also gebe ich das Danke gern zurück das war ja ja hat mega viel Spaß gemacht mhm ach ja sieben Stunden let's go let's go let's go ich bin so fertig und ich hab nur drei Kämpfe gehabt ja ähm ach stimmt ich wollte gerade sagen wohl für Freaks hat man nur ein aber das war nur am Anfang da kamen seine Schlusskämpfe noch alle dazu hat er genauso viel ein Freilust dazwischen hat er ja auch ja genau gleich viel natürlich nur einer ist halt ausgefallen bei Daniel Laura aber Tage der verlieren wir sonst wären die früher ausgeschieden muss man ja so sagen also dieser owned wenn man alles richtig dreht und wendet wäre ich eigentlich im Finale ja natürlich offensichtlich wäre das einfach so gewesen aber ich wusste direkt Bescheid erste Runde gegen Feidy ja aber genau das was wir nicht haben wollten ich wusste den ich wollte nicht gegen sorry ich wollte nicht gegen Feidy und natürlich kommt der Foddy in der Runde ran alles was ich nicht wollte kam dran das war halt wirklich so lustig weil er im Vorhinein noch sagte ja da gibt's so nen Sherpa vor dem hat er Angst er will nicht als erstes gegen ihn kämpfen ja und dann so das gebaut und direkt so ey yo scheiße äh Sherpa ja aus aber sehr gutes Match ja und jetzt machst du 24 Stunden Streaming noch weiter oder nein jetzt schlafen eindeutig geht also du hast ja schon einen Teil geschafft also jetzt wo du es sagst wenn ich jetzt irgendwie Tower of Fantasy starte ne ja da doppelte jetzt nochmal du hast 14 14 ist ja fast 24 ist ne 4 ja eben passt kann ich ja einfach ein bisschen äh Tower of Fantasy spielen noch und streamen eindeutig ne wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht und äh Fenerf ist dabei sein 3 oh boy wir machen jetzt auch Schluss so bin rausgegangen es dauert mehr zu sein keiner will gehen einer muss den Step gehen Einer muss den Step gehen ähm ja ich sag es einfach nochmal ähm ja natürlich gute Nacht an jedem jetzt die meisten sind ja schon schlafen gegangen weil sie das Ergebnis gesehen haben ähm so ein heftiges Battle und äh es freut mich sehr dass das so gut ankam bisher und äh ja gut es ist länger gegangen als gedacht aber ich fand es für mich halt sehr intens weil ich hier das Match gewatscht habe ähm für einige was für längere Downtime das stimmt natürlich das war so das nehme ich gerne an ähm war natürlich ein bisschen doof jetzt auch dass der eine sich da für Funktionieren anmeldet und so naja fand ich schon schwach aber hey ähm wie gesagt jeden der dabei war jeder der zugeschaut hat ähm vielen Dank dafür ähm ja ich bin so fertig ich hab geduscht und man ich merk's nicht mehr ähm ja gerne Kritik da lassen und so aber ja morgen also heute heute statt der nächste Stream äh ich muss wieder Digimon spielen Sven hat gesagt Yannick einmal pro Woche mindestens Digimon äh ja ja kann ich wenigstens ein bisschen talken über das Turnier nochmal so Aftertalk machen und ja ich bin wieder Trackmania vor und nächste Woche die neuen Games ich sag jetzt noch mal ich sag jetzt noch mal ich muss jetzt mich verabschieden jetzt ich muss auch mal zum Ende kommen sorry dafür vielen Dank fürs einschalten und äh ey acht Stunden acht Stunden pur war einfach geil vielen Dank haut rein und äh ich wünsch euch eine gute Nacht bis die Tage bis die Tage